Die grüne Nachtigall und andere Novellen von Michael Alexejewitsch Kusmin Übersetzt von Alexander Eliasberg Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die grüne Nachtigall von Michael Alexejewitsch Kusmin Das grüne Haus glich so sehr einem Aufbau aus Pistazieneis, dass man wirklich erwartete, es werde sich sogleich in den Strahlen der Märzsonne auflösen. Die Säulen werden zerschmelzen, die Gesimse heruntertropfen und der kleine Mursche Balkon sich ganz langsam nach links zur Kirche zu neigen und so hängen bleiben. Die Hausbesitzer und die Sonne hatten offenbar Mitleid mit dem freundlichen alten Haus und ließen es in seinen grünen die wenigen Länze, die ihm noch blieben, begrüßen. Im Hofe war aber das offizielle und unverblümt einträgliche graue Ungetüm von einem Zinshause errichtet. Das Asphalt-Trottoir machte am niederen Saune eine Biegung und floß direkt zur Einfahrt, auf der wie auf einer Festung eine Fahne flatterte und sich im Winde ein Leinwandstreifen blähte, der die Innschrift trug, Lazarett, der Mieter des umnoffschen Hauses. Die Sonnenstrahlen drangen auch hierher. Sie machten keinen Unterschied zwischen dem grünen Haus und dem grauen Zinsungetüm, zwischen dem Lazarett und den gemütlichen alten Zimmern. Am Fenster glänzte ein Spielzeug. Eine goldene Schachte mit einer runden Rosette auf dem Deckel. Drehte man einen Schlüssel um, so klappte die Rosette auf. Auf ihrer inneren Seite erblühte ein Rosenbusch und ein flinker Vogel sprang heraus. Er schüttelte den grünen Schwanz, schlug die blauen Flügel und aus dem Innern der Schachtel klang etwas wie Nachtigallenschlag. Die Musik dauerte genau zwei Minuten. Dann verschwand der Vogel. Der Deckel klappte wieder zu und Schluss. Der Vogel tauchte immer so rechtzeitig unter, dass ihn die Rosette beim Herunterklappen niemals traf. So war es eben eingerichtet. Der Vogel machte husch, der Rosenbusch klapp, die Mechanik kling und die Schachtel war wieder eine Schachtel wie jede andere. Mit der Nachtigall spielte ein Kranker. Er hatte einen Schlafrock an und es war unbekannt, ob er Soldat oder Offizier war. Im Lazarett kann man ja wie im Dampfbade keine Charging unterscheiden. Auf eine seiner Wangen fiel ein Sonnenstrahl. Auf der anderen spielte der Reflex von einem im Krankensaale zufällig vergessenen Spiegel. Der junge Mann hörte gar nicht aufmerksam zu und doch drehte er den Schlüssel, wenn das Spiel zu Ende war, immer von Neuem um. Die Töne regten ihn anscheinend sehr auf. Als der Sonnenstrahl zum vernickelten Bettpfosten hinüberglitt und der Reflex zur Zimmerdecke hinaufstieg, zeigte es sich, dass die Wangen des Kranken sehr bleich waren und auf seiner Stirn Schweißdopfen standen. Er fiel sogar in seine Kissen zurück, als ob er für einen Augenblick die Besinnung verloren hätte. Die Schwester trat mit einem Teller gelber Bouillon in der Hand vor sein Bett. Vielleicht war sie eine Dame aus der Gesellschaft, obwohl ihr rundes, rotes, vom Kopftuch allzu eng umfasstes und daher noch aufgedunsener erscheinendes Gesicht ebenso gut einer Högerin hätte gehören können. »Ist Ihnen nicht wohl?« »Nein, nein. Erfahren Sie bitte, wer diese Schachtel hergeschickt hat. Ich habe sie in der Lotterie gewonnen. Nummer 29. Die Schwester warf einen Blick auf den Boden der Schachtel. »Die ist von Maria Lovna Koroljow.« »Wie, wie?« »Von Maria Lovna Koroljow.« »Es heißt wohl Korolikow.« »Vielleicht auch Korolikow. Regen Sie sich aber doch nicht so auf.« »Wohnen Sie hier in diesem Hause?« »Höchstwahrscheinlich. Alle Spenden kommen von den Mietern dieses Hauses.« »Erfahren Sie es bitte, Schwester, und sagen Sie ihr, sie möchte zu mir herkommen.« »Gut, ich werde mir Mühe geben.« »Beruhigen Sie sich nur.« »Ich bin ja ruhig«, sagte lächelnd der Kranke und machte sich an die Bouillon.« Seine Hand zitterte so sehr, dass die Schwester den Löffel nehmen musste. Nachdem er gegessen hatte, lehnte er sich in die Kisten zurück und wurde wieder unruhig. »Schwester, sagen Sie es ihr bitte.« »Ja, gut.« »Sie sagen es nur so zu meiner Beruhigung. Tun Sie es aber wirklich, mein Gott, mein Gott.« »Sind Sie aber aufgeregt. Nichts wollen Sie mir glauben. Also mein Ehrenwort, ich will alles erfahren und Ihre Bitte ausrichten.« Der Kranke hörte offenbar gar nicht, was sie sagte. Er hielt die Augen geschlossen, um sich ganz in ein Bild zu versenken. Er sah den Tretterzaun auf dem Gute im Moskauer Gouvernement, den himbeerroten Sonnenuntergang und die weit auseinanderstehenden, dunklen Augen Maschas. Es war vor sechs Jahren. Auch die goldene chinesische Schachtel mit dem grünen Vogel gehörten in das gleiche Bild. Es war in der Mädchenkammer, in die er durch das Fenster hineingestiegen war. Mascha schrie auf und verhüllte ihren braunen Hals und die nackten Schultern mit ihrem Tuch. Ihr Zorn war natürlich nicht echt. Sie zirnte auch später nicht, als man sie gewaltsam verheiratete. Nein, sie schwieg nur, war aber vor Empörung zu Steiner statt. Sie hielt sogar ihre Augen gesenkt, um das Feuer in ihnen zu verbergen. Wäre Aljoscha älter, so hätte er ihren zukünftigen Mann nicht beneidet. Sie sprach mit ihm, wie mit einem ganz kleinen Jungen, wie mit einem Kind, als ob sie gar nicht ihn meinte, als ob er ihr im Wege wäre. Gewiss, niemand zwingt mich ja zu heiraten. Es ist aber beinahe doch so. Ich kann das verstehen, ich hätte es ja eben so gemacht. Ich liebe dich, doch was kannst du tun, und was kann ich tun? Kein Geistlicher würde uns trauen, denn du bist noch zu klein. Man sagt, er sei ein guter Mensch. Ich weiß es auch selbst, ich kenne ihn ja Gott sei Dank schon länger. Aber jetzt, jetzt wäre ich imstande, alle Endstücke zu reißen. Sie wollte ihm, wie einem kleinen Jungen, ein Spielzeug schenken. Die chinesische Nachtigall. Er kann sich noch erinnern, wie er das Spielzeug empört ins Gras schleuderte. Mascha hob es aber auf und sagte, wie du willst. Und nun bekommt er von ihr wieder das gleiche Geschenk. Es ist derselbe Vogel, die gleichen Töne kommen aus der Schachtel, und genauso schön wie vor Jahren blüht der Rosenbusch. Der Kranke blickte immer zum Fensterbrett, wo die Schachtel im mattem Gold glänzte. Als man ihm am nächsten Tage sagte, Frau Koroljow werde gleich kommen, geriet er in solche Aufregung, dass die Schwester die Begegnung aufschieben wollte. Nein, ich bitte Sie, sie möchte gleich kommen, ich bin ganz ruhig. Und er wurde wirklich ruhig. In der Türe zeigte sich eine schlanke, dunkel gekleidete Dame mit großen schwarzen Augen im gelblichen Gesicht. Ich war die ganze Zeit über auf dem Gut, bin erst gestern in die Stadt zurückgekehrt und hatte noch nicht Zeit, unsere lieben Gäste aufzusuchen, sagte sie freundlich, doch etwas offiziell. Alexei Dimitrijevic hatte sich vorgebeugt und starrte sie unverwandt an. Endlich sagte er leise. Sie haben sich verändert. Ich kann sie aber wiedererkennen. Die Augen sind zahmer geworden. Ja, ja, darin liegt eben der ganze Unterschied. Die Dame sagte in unbestimmten Tone, was soll man machen, alle verändern sich. Nach einer Pause fuhr sie fort. Ich glaube, Sie sind nur leicht verwundet. Wir haben ja hier lauter leicht Verwundete. Es kommen aber auch sonderbare Komplikationen vor, besonders bei Quetschwunden. Der Kranke schien auf ihre Worte gar nicht zu hören. Er sagte, in der Familie nannte man sie Mascha. Weder Marie, noch Marussia, noch Mura, noch Manja oder Mara, sondern Mascha. Sie haben es erraten, doch was folgt daraus? Erkennen Sie mich nicht? Die Dame betrachtete ihn aufmerksamer und sagte, Nein, es ist ja möglich, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Aber ich glaube, dass ich Sie jetzt zum ersten Mal im Leben sehe. Als Sie noch nicht verheiratet waren, es war kurz vor Ihrer Verheiratung. Können Sie sich noch an den Knaben erinnern, der Sie so sehr liebte, der so verliebt war? Ist Nikolai Sergejewitsch gefallen? Was für ein Nikolai Sergejewitsch! Jörnow, verzeihen Sie, ich glaubte, Sie sprechen von ihm. Nein, nein, ich spreche von jenem Abend, als ich Ihre Nachtigall ins Gras schleuderte. Sie wollten sie mir wie einem Kinde schenken. Ihre Augen sind zwar zahmer geworden, aber mein Herz ist noch nicht zahm. Mascha, erkennen Sie mich denn nicht? Haben Sie den Aljoscha Hochlauf ganz vergessen? Mein Kopf ist jetzt kurz geschoren. Ich habe mich auch sonst verändert. Und dann diese Lazarettkleidung. Sie können sich aber noch an mich erinnern. Nein, begann die Dame unentschlossen und stockte. Nun, es ist so sonderbar. Alles, was Sie sagen, habe ich wohl tatsächlich erlebt. Aber einen Aljoscha Hochlauf hat es in meinem Leben nie gegeben. Sie heißen doch Korolikow, Maria Lovna Korolikow. Ich heiße allerdings Maria Lovna. Doch der Familienname meines Mannes ist Koroljow und nicht Korolikow. Ach so, das ist ja der Name Ihres Mannes. Gewiss, ich bin doch verheiratet. Das wussten Sie aber schon. Verzeihen Sie, ich hatte es mir nicht überlegt. Der Kranke drückte sein Gesicht in die Kissen und begann plötzlich zu schluchzen. Die Dame wartete eine Weile und fragte ihn dann. Soll ich vielleicht die Schwester rufen? Sie sind so erregt. Der Kranke machte eine abwehrende Handbewegung und begann, fast ohne den Kopf vom Kissen zu heben. Es kann nicht sein, dass Sie es nicht sind. Sie haben es nur vergessen, nicht wahr? Woher denn sonst diese Ähnlichkeit? Warum heißen Sie Mascha? Warum habe ich solches Herzklopfen? Ich weiß es nicht. Und warum kommt mir diese chinesische Nachtigall zum zweiten Mal in die Hände? Sie ist gar nicht chinesisch. Ich habe das Spielzeug einmal aus der Schweiz mitgebracht. Ich habe niemanden in China. Und ich bin nicht so reich, um mir so teure Sachen kaufen zu können. Seien Sie doch aufrichtig. Ich spreche die Wahrheit. Der Kranke setzte sich etwas auf, ergriff ihre Hand und sah ihr lange ins Gesicht, ohne die Tränen, die ihm die Wangen hinunterliefen, abzuwischen. So ähnlich, so ähnlich. Maria Lovna lächelte flüchtig und fragte, haben Sie jene Mascha Korolikow sehr lieb gehabt? Er nickte stumm mit dem Kopf. Auch ich, ich liebe jemanden, der jetzt im Felde ist. Und er ist nicht mein Mann. Er heißt Nikolai Sergejewitsch Djornow. Ja. Woher wissen Sie das? Sie haben es ja vorhin selbst gesagt. Ja, gewiss. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, Sie tun mir wirklich sehr leid. Wenn es nicht so komisch wäre, würde ich wohl mit Ihnen weinen. Ich verstehe Sie so vollkommen, als ob ich jenes Mädchen wäre, das Sie geliebt hatten. Wissen Sie was? Wenn die Erinnerungen Ihnen teuer sind und Sie nicht zu sehr bedrücken, so behalten Sie diese Schachtel zum Andenken an mich. Obwohl sie nur aus der Schweiz ist. Die Nachtigall singt wirklich gar nicht schlecht. Sie drehte den Schlüssel um und der grüne Vogel sprang heraus, schüttelte den Schwanz und schlug wie eine Nachtigall. Beide hörten schweigend zu. Als der Deckel zuklappte, nahm Rochloff Maria Lovna wieder bei der Hand und sagte etwas unentschlossen. Ich danke Ihnen. Kommen Sie doch bitte, solange ich hier bin, öfters her. Das wird mir mehr Freude machen, als dieser Vogel. Sie sehen ihr so ähnlich. Wie das Schweizer Spielzeug dem Chinesischen ähnlich sieht? Lachen Sie nicht über mich. Wir werden von Ihrer, von meiner, von unserer Liebe sprechen, nicht wahr? Gut, sagte Maria Lovna und küßte ihn auf die Stirne. Und der Kranke sah, dass ihre Augen gar nicht so zahm waren, wie sie ihm im ersten Augenblick erschienen. Ende von Die grüne Nachtigall Die platonische Charlotte von Michael Alexievich Kusmin Charlotte Ivanovna kannte besser als irgendjemand den Sinn und das Wesen der platonischen Liebe. Sie hatte zwar nichts von Plato gelesen, und es ist sogar zweifelhaft, ob sie überhaupt etwas von seiner Existenz wusste. Aber so oft sie an Ilya Petrovich die Frage richtete, wie nennt man eigentlich so ein Verhältnis, wie es zwischen uns besteht, bekam sie regelmäßig die Antwort, das nennt man platonische Liebe. Und umgekehrt auf die Frage, was ist eigentlich platonische Liebe, pflegte Ilya Petrovich zu antworten. Platonische Liebe? So nennt man ein Verhältnis, wie es zwischen uns besteht, Charlotte Ivanovna. Es war ihr also klar, dass platonische Liebe folgendes hieß. Beim Morgengrauen aufstehen, um auf den Markt zum Einkaufen zu gehen. Aus der Vorstadt in die Moskaja-Straße rennen, um für Ilya Petrovich eine besondere Sorte französisches Weißbrot einzukaufen. Mit Ehrfurcht auf ihn schauen, wenn er die Schülerhefte korrigierte, ihm Knöpfe annähen und Socken stopfen. Und vor allem in allen diesen Dingen eine Quelle allerdings weniger, abwechslungsreicher, dafür aber unerschöpflicher Genüsse sehen. Die platonische Liebe erforderte natürlich Mut und Verachtung gegen die öffentliche Meinung. Wenn Charlotte Ivanovna dies vorher nicht gewusst hatte, so musste sie es jetzt einsehen, da alle ihre Verwandten und Bekannten sich von ihr lossagten, nachdem sie zum alleinstehenden Herrn Venjaminov bezogen war. Und die wenigen Bekannten, die Ilya Petrovich hatte, behandelten sie wie ein Mittelding zwischen einer Haushälterin und einer Geliebten. Was hatte sie aber von dieser Liebe? Der Vorzug jeder Philosophie, darunter auch der Griechischen, liegt eben darin, dass sie auf jede Frage eine Antwort zu geben vermag. Ilya Petrovich gab seiner Freundin auch auf diese Frage eine treffende Erklärung. Die platonische Liebe ist eine Liebe, die nichts verlangt und ihr Glück darin findet, dass der geliebte Gegenstand existiert. Sonst braucht sie nichts. Ilya Petrovich ließ dabei offenbar das französische Weißbrot, das Charlotte Ivanovna für ihn von der Morskayerstraße holen musste, außer Acht. Jeder, der vom Wesen der platonischen Liebe einigermaßen unterrichtet ist, könnte Herrn Venjaminov gegen eine solche Definition dieses Gefühls manches einwenden. Charlotte Ivanovna vertraute ihm aber blind und zu dem beglückenden Bewusstsein, dass der geliebte Gegenstand existierte, gesellte sich bei ihr auch ein gewisser Stolz, dass das Ganze einen so schönen und poetischen Namen habe. Sie erinnerte sich noch gut an jenem Tag, an dem sie Ilya Petrovich zum ersten Mal erblickt hatte. Sie war zu Venjaminov als Stenotypistin gekommen und hatte gar nicht erwartet, dass dieser Posten sich von jedem anderen irgendwie unterscheiden würde. Selbst als sie Ilya Petrovich zum ersten Mal sah, kam ihr diese Möglichkeit gar nicht in den Sinn. Sein Äußeres war ja recht sympathisch, aber auch nicht mehr als sympathisch. Er hatte einen kurzen, lockigen Vollbart, trug eine goldene Brille und war recht groß gewachsen, obwohl etwas skrupulent. Sie weiß selbst nicht, wie das geschah. Vielleicht war es das abgemessene, geschäftige und einsame Leben dieses Menschen, den sie für sehr klug hielt, was auf sie Eindruck machte. Außerdem war er ja sozusagen Literat, denn er schrieb manchmal Fachaufsätze für die Monatshefte des Unterrichtsministeriums. Ilya Petrovich behandelte sie mit jener, so nichts verpflichtenden Freundlichkeit, mit der er alle Menschen zu behandeln pflegte. Manchmal kamen zu ihm seine älteren Schüler, die sich ihm gegenüber sehr schüchtern und ehrerbietig benahmen. Und Herr Venjaminov kam ihr in solchen Augenblicken als ein sehr gelehrter Professor, beinahe als der götische Faust vor. Und was war sie? Charlotte Ivanovna in diesem Fall? Das blonde Gretchen? Bei diesem Gedanken wurde sie rot wie eine Kirsche. Sie vertippte sich jeden Augenblick und hörte kaum, was Ilya Petrovich mit seiner freundlichen und belehrenden Stimme sagte. Es kam ihr als ein unerhörtes Glück vor, an diesem abgemessenen, erhabenen und schönen Leben teilnehmen zu können. Sie wagte natürlich nicht, daran auch nur zu denken, dass sie am geistigen Leben ihres Faust hätte teilnehmen dürfen. Sie könnte aber besser als irgendjemand anderer sein Alltagsleben so gestalten, dass jenes andere Leben gleichmäßiger und freier dahinflüsse. Es kam plötzlich und ganz von selbst. Eines Tages, als Charlotte Ivanovna vor der Maschine saß und etwas abschrieb, brachte das Dienstmädchen einen Pack Wäsche ins Zimmer, die soeben von der Wäscherin gekommen war. Charlotte Ivanovna hielt für einen Augenblick im Schreiben inne und warf einen flüchtigen Hausfrauenblick auf den weißen Haufen, auf dem zuoberst einige farbige Kleinigkeiten lagen. Dann stand sie auf, sah sich jedes Stück einzeln an und setzte sich wieder an die Maschine. »Ilya Petrovich, wer versorgt Ihre Wäsche?« »Was meinen Sie, Charlotte Ivanovna?« »Ich fragte, wer versorgt Ihre Wäsche?« wiederholte Charlotte Ivanovna, indem sie sich tiefer über die Maschine beugte. »Wieso kommt es Ihnen in den Sinn?« »Ich weiß nicht, wahrscheinlich das Dienstmädchen.« »Sie passt schlecht auf, das geht ja wirklich nicht. Sie haben so hübsche hellblaue Socken, und die hat sie Ihnen mit dicker, schwarzer Baumwolle gestopft.« Charlotte Ivanovna musste sich plötzlich schämen. Es war ihr, als ob die Kenntnis von seinen hellblauen Socken ihn ihr näher gebracht hätten. Es ist unbekannt, ob auch Ilja Petrovich das gleiche Gefühl einer schamhaften Annäherung empfand. Aber er antwortete mit einem Lächeln. »Was kann ich tun?« »Es ist noch gut, dass es Sie überhaupt stopft.« »Was darf sein alter Junggeselle wie ich verlangen?« Er antwortete ihr ganz, wie es sich gehört. »Wie ein Mann, der zugleich schamhaft und streng ist, der nur aus Überfluß an Zärtlichkeit so trocken und kühn spricht, und der sich schämt, nicht nur, dass er Socken und dazu noch hellblaue Socken besitzt, sondern, dass er überhaupt Füße hat.« Wie gut konnte ihn Charlotte Ivanovna verstehen. Vor dem Weggehen sagte sie sehr schüchtern. »Ich habe eine Bitte an Sie, Ilja Petrovich. Gestatten Sie mir, dass ich Ihre Wäsche stücke, die nicht in Ordnung sind, nach Hause mitnehme und flicke.« »Das geht wirklich nicht, Charlotte Ivanovna.« »Warum sollen Sie sich mit meiner Wäsche abgeben?« »Ich bin doch wirklich keine Prinzessin. Ich bin ja eine Deutsche, eine gutbürgerliche Deutsche und kann keine Unordnung sehen.« Ilja Petrovich antwortete lächelnd. »Ich glaube, Charlotte Ivanovna, dass Sie sich selbst verleumden und dass in Ihrem Angebot Ihre deutsche Abstammung keine entscheidende Rolle spielt. Nun ja, gewiss, für jeden beliebigen Menschen würde ich es natürlich nicht tun. Sie verehre ich aber und kann Sie unmöglich so vernachlässigt sehen.« Ilja Petrovich drückte ihr die Hand und sagte, »Ich bin Ihnen sehr dankbar, wirklich sehr dankbar, und doch glaube ich, dass es nicht geht.« »Warum denn?« »Schon aus dem Grunde, weil es bei Ihren Angehörigen Anstoß erregen kann.« »Die werden sich darüber keine Gedanken machen, und wenn Sie sich etwas denken, so ist es auch recht. Ich habe mein eigenes Zimmer und werde die Arbeit nachts, wenn alle schlafen machen.« »Warum sollen Sie meinetwegen nachts aufbleiben?« »Erlauben Sie es mir, Ilja Petrovich, das wird so lustig sein. Ich werde unsere Katze zu mir ins Zimmer nehmen, und wenn alle schlafen, wird die Katze schnurren, und ich werde die Wäsche flicken und an sie denken.« Dieses Gespräch besiegelte das Schicksal Charlotte Ivanovna's. Nach der Wäsche kam der Kaffee an die Reihe, der bei Ilja Petrovich schlecht zubereitet wurde. Dann zeigte sie Interesse für seine Küche. Wenn sie mit der Schreibarbeit fertig war, blieb sie noch einige Zeit da, um nach der Wirtschaft zu sehen. Dann begann sie auch vor der festgesetzten Stunde zu kommen, wenn Ilja Petrovich noch schlief. Schließlich wurde es ganz klar, da sie sowieso den ganzen Tag bei Benjaminov steckte, so wäre es viel einfacher, wenn sie ganz zu ihm übersiedelte. Ihre Eltern würde sie dann täglich besuchen. Diesem Plan setzten ihre Angehörigen einen ganz unerwarteten Widerständen entgegen. Charlotte Ivanovna verfügte aber nicht nur über echt deutsche Hausfrauentugenden, sondern auch über eine echt deutsche Energie. Außerdem ist es längst bekannt und erwiesen, dass gerade die idealsten und abstraktesten Gefühle und Überzeugungen erstarken, wenn sie auf Verfolgung und Schwierigkeiten stoßen. Einige stürmische Szenen hatten zur Folge, dass Charlotte Ivanovna sich endgültig auf ihren Entschluß versteifte und sich zugleich als ein Opfer und als eine Heldin betrachtete. »Schau nur, Tochter, du betrittst einen schlüpfrigen Pfad«, sagte der Vater, indem er sie in Hemdsärmen zur Türe geleitete. Die Mutter, die als Frau etwas empfindsamer war, umarmte Charlotte und sagte, »Ich sehe, Lottchen, dass du ihn sehr gerne hast. Nimm dich aber immerhin in Acht.« Und Charlotte Ivanovna lief zu Herrn Benjaminov in solcher Windeseile, als ob ihre dort außer den geflickten Socken und dem verbesserten Kaffee eine Befreiung hatte. Die Übersiedlung Charlottes änderte fast gar nichts an ihrer Lage, aber sie sanktionierte den bereits bestehenden Zustand. Nun erfuhr sie zum ersten Mal, was platonische Liebe bedeutet und wie man solch ein Verhältnis, wie es zwischen ihr und Ilya Petrovich Bestand nennt. Ihre Eltern besuchte sie nicht so oft, wie sie ursprünglich beabsichtigt hatte. Sie kam auch sonst fast mit niemandem zusammen, sodass ihr Leben sich in einem sehr engen Kreise zwischen dem Kaffee und den Socken des Herrn Benjaminov und ihren schwärmerischen Gedanken an ihr schönes und erhabenes Los bewegte. Außer ihrem Hang zu Schwärmereien, der sie übrigens durchaus nicht hinderte, eine klug erwägende und sogar sparsame Hausfrau zu sein, hatte Charlotte Ivadumna noch einen Fehler. Sie lief leidenschaftlich gern Schlittschuhe. Sie stieß sich nicht daran, dass diesem Spurt vorwiegend Backfische von durchschnittlich 15 Jahren huldigten und begab sich an jedem freien Vormittag, wenn Ilya Petrovich noch nicht nach Hause gekommen war, mit ihren blinkenden Schlittschuhen in der Hand, ganz allein in den Taurischen Park. Es tat ihr sehr leid, dass sie keine Karte für die reservierte Abteilung der Schlittschuhbahn bekommen konnte, wo glückliche Auserwählte, elegante Offiziere und junge Mädchen, die von englischen Gouvernanten begleitet waren, laufen durften und von wo aus man die Häuser der fernsten Straßen und das neblige Abendrot hinter den Bäumen sehen konnte. Während Charlotte Ivadumna ihre schnellen Kreise auf dem Eise beschrieb, wurde sie immer kühner. Und diese Kühnheit ging so weit, dass sie einmal die Bekanntschaft eines Studenten machte. Er war klein, hatte eine rosige Hautfarbe, einen flaumigen, rötlichen Backenbart und ein spitzes Näschen. Er trug einen wattierten Mantel mit Pelzkragen und hieß Kolja. Charlotte Ivadumna erinnerte sich nicht mehr, wie sie seine Bekanntschaft gemacht hatte und wie es geschah, dass er sie jeden Tag mit zwei paar klärrenden Schlittschuhen in der Hand nach Hause begleitete. Er war für sie völlig eins mit dem Begriff der Eisbahn. Und sie merkte erst dann, dass er weder ein Wärmofen noch ein Zaun noch das winterliche Abendrot war, als er ihr plötzlich, nachdem er sie bis vor die Haustür begleitet hatte, sagte, »Ich wollte Ihnen schon längst sagen, Charlotte Ivadumna, dass ich Sie liebe.« »Nein, nein, das dürfen Sie nicht«, unterbrach ihn Charlotte ganz außer sich. »Warum darf ich das nicht?« »Weil ich einen anderen lieb«, antwortete Charlotte Ivadumna, während ihr Herz in einem seltsamen, freudigen und stolzen Gefühl wie der Himmel im Abendrot erglühte. Sie merkte fast gar nicht, dass Kolja sein Näschen rümpfte, mit den Augen zwinkerte und etwas sehr schnell stammete. Endlich verstand sie, was er sprach. »Sie dürfen mir nicht verbieten, an Sie zu denken und geduldig zu werden. Ich werde Sie platonisch lieben.« »Nein, das dürfen Sie nicht«, rief Charlotte aus, indem sie die Haustüre hinter sich zuschlug. Nun miet sie an die zehn Tage die Eisbahn, nicht weil sie Kolja zürnte, sondern weil sie sich in ihren vier Wänden am neu erbrannten und neu erblühten Bus seien ihre herrlichen Liebe ergutzt. Sie erzählte Ilya Petrovich zunächst gar nichts von diesem Erlebnis, lief aber von nun an mit noch größerem Eifer in die Moskaja, um das bewusste Weißbrot einzukaufen. Um das beseligende Gefühl noch vollständiger zu durchkosten, musste sie ihm schließlich doch von ihrer Freude erzählen. Sie fürchtete nur, dass dies als Prahlerei oder als ein Versuch ihrer Verdienste in den Vordergrund zurück aufgefasst werden könnte. Schließlich wählte sie einen Abend, an dem Ilya Petrovich besonders gutmütig aufgelegt war und erzählte ihm von ihrem bescheidenen Roman. Herr Benjamino fasste die Geschichte etwas gar zu scherzhaft auf. »Ich gratuliere Ihnen«, schallte Iwanal zu ihrer Eroberung. »Ich weiß natürlich wohl zu schätzen, dass Sie an mich denken. Ich würde Ihnen aber dennoch raten, diesen jungen Mann nicht aus dem Gesicht zu verlieren.« »Was brauche ich Ihnen?« »Sie wissen ja selbst, Ilya Petrovich, dass ich außerdem Beziehungen, wie sie zwischen uns bestehen, gar nichts brauche.« »Gewes, ich weiß es und bin Ihnen sehr dankbar. Es war nur ein Scherz.« »Sie sollten sich schämen, darüber zu scherzen.« »Verzeihen Sie es mir bitte.« »Um mein Vergehen gutzumachen, will ich Ihnen, wenn Sie es wünschen, zwei Neuigkeiten mitteilen.« »Ich bitte Sie darum.« Ilya Petrovich ging einigemal durchs Zimmer, als ob er sich überlegte, welche Neuigkeit er zuerst auftischen sollte. Schließlich blieb er dicht vor Charlotte Iwanal stehen und sagte, »erstens habe ich die Beförderung, die ich schon längst erwartete, bekommen.« »Konnte es denn anders sein, wenn man Ihren Geist und Ihre Verdienste mehr berücksichtigte, müssten Sie schon längst Professor sein?« »Das ist Ihre Ansicht, meine liebe Charlotte Iwanal. Andere Leute sind anderer Meinung. Mit einem Worte, ich habe die Beförderung und somit auch die Möglichkeit, ernsthaft ans Heiraten zu denken. Nein, sprechen Sie nicht davon, ich vertraue Ihnen auch so.« »Also gut, ich will nicht davon sprechen.« »Obwohl ich unmöglich begreifen kann, warum Sie sich darüber so aufregen. »Unsere Beziehungen werden ja die gleichen bleiben.« »Nein, sprechen Sie jetzt bitte nicht davon, ich bin zu glücklich.« Ilya Petrovich sah sie erstaunt an und begab sich in sein Arbeitszimmer. Am folgenden Nachmittag sagte Ilya Petrovich gleichsam an das gestrige Gespräch anknüpfend. »Nun, Charlotte Iwanal, haben Sie jenen Studenten von der Eisbahn noch nicht wiedergesehen?« »Nein, wozu sollte ich ihn wiedersehen?« »Das ist natürlich Ihre Sache. Ich gewann aber aus Ihrer Erzählung den Eindruck, dass dieser junge Mann, wie hieß er doch, Kolja, höchstwahrscheinlich ernste Absichten hat, und dass es von Ihnen vielleicht nicht ganz vernünftig ist, ihn abzuweisen. Ich schätze außerordentlich Ihre Anhänglichkeit und Ihre Hingebung, habe aber nicht die Absicht, Ihrem Glück im Wege zu sein. »Mein Glück ist, immer in Ihrer Nähe zu sein. Ich brauche keinen Studenten, und wenn ich Sie gestern bat, das Gespräch nicht mehr fortzusetzen, so nur darum, weil ich mich auch so grenzenlos glücklich fühle.« Ilja Petrovich drückte Charlotte die Hand und fuhr etwas Unruhiger fort. »Offen gestanden kann ich noch immer nicht verstehen, warum Sie sich darüber so aufregen. Alles wird beim Alten bleiben, und ich bin überzeugt, dass meine zukünftige Gattin nichts dagegen haben wird, dass Sie bei uns wohnen bleiben. Ich habe schon mit ihr darüber gesprochen. Sie hat sogar den Wunsch, Sie kennenzulernen.« Ich glaube, dass diese Veränderung sogar zu Ihrem Besten ist. Sie haben so viel für mich getan, und der lächerliche Lohn, den ich Ihnen bisher zu zahlen imstande war, stand in gar keinem Verhältnis zu Ihrem Eifer und Fleiß. Nun bekomme ich eine Gehaltszulage. Außerdem ist meine zukünftige Gattin nicht unbemittelt. Wir werden also die Möglichkeit haben, unsere Erkenntlichkeit in vollerem Maße zu zeigen. Charlotte schwieg noch immer. »Sehen Sie, ich bin so sehr um Sie besorgt, und mein Verhältnis zu Ihnen ist so selbstlos, dass ich Sie noch einmal an jenen jungen Mann erinnere. Man soll sein Glück nicht so leichts nicht verscherzen.« Ilja Petrovic sah nach der Uhr. »Ich freue mich sehr, dass Sie sich jetzt einigermaßen beruhigt haben. Unsere Beziehungen, die mir so teuer sind, werden dieselben bleiben. Zwischen uns besteht ja eine platonische Liebe, die nichts verlangt und Ihr Glück darin findet, dass der geliebte Gegenstand existiert. Nicht wahr?« Ilja Petrovic drückte Charlotte Ivadum nahe, die noch immer schwieg, freundschaftlich die Hand und verließ das Zimmer, ohne sich umzuwenden und ohne zu merken, dass seine platonische Freundin noch immer regungslos dasaß, den Blick auf ihre im Schoße gefalteten Hände gerichtet, ohne mit den Wimpern zu zucken und selbst ohne zu weinen. Ende von »Die platonische Charlotte« Morgen gibt's schönes Wetter Von Michael Alexeyevich Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Obwohl ich allgemein für einen Freund Oleg Kusovs gehalten wurde, kam ich mit ihm kaum mehr als zwei- oder dreimal im Jahre zusammen. Alle diejenigen, die seinen unruhigen und leichtsinnigen Charakter kannten, mussten darüber staunen, dass sein Leben verhältnismäßig arm an Ereignissen und plötzlichen Wendungen war. So oft ich aber sein gutmütiges Gesicht mit dem eigensinnigen Ausdruck eines jungen Stieres sah, erwartete ich aus seinem Munde irgendetwas ganz Unerwartetes zu hören. Man hatte immer den Eindruck, dass in seinem Kopf sich ein beliebiger Gedanke festsetzen könne und dass dieser Gedanke sich nicht nur bis zu seinen äußersten Konsequenzen entwickeln, sondern auch dann noch in seinem Kopf bleiben und wirken würde, wenn alle Konsequenzen zu Ende gingen, bis ihn ein anderer, und zwar direkt entgegengesetzter Gedanke verdrängte. Ich kann nicht genau sagen, warum unsere Freundschaft so lange wehrte, obwohl sie einen rein informatorischen Charakter trug. Wir hatten weder gemeinsame Interessen, noch gemeinsame Beschäftigungen, noch sonst etwas Gemeinsames. Mein Freund suchte mich einfach von Zeit zu Zeit auf und informierte mich über seine letzten Erlebnisse, als ob diese Letzteren ohne seinen Bericht keinen Bestand hätten und einen beträchtlichen Teil ihres Reises einbüßen müssten. Nach einer solchen Berichterstattung pflegte er wieder für eine unbestimmte Zeit zu verschwinden. Die letzte Neuigkeit, mit der mich Kussow überraschte, war seine Heirat. Ich muss bemerken, dass meine Beziehungen zu ihm sich nur in der allerletzten Zeit auf die Kenntnis der Hauptereignisse seines Lebens beschränkten. Als wir zusammen auf die Schule gingen, kannte ich ihn näher und konnte manche Schlüsse über seinen Charakter und seine Denkweise ziehen. Ich muss daher zugeben, dass Oleg trotz der Plötzlichkeit seiner Entschlüsse sehr vernünftig handelte, als er gerade Barbara betroffener Sperg, die ich von früher her kannte, zum Weibe auserkoren. Sie war seit kurzem verwitwet und um etwa eineinhalb Jahre älter als mein Freund. Sie vereinigte in ihrem Wesen eine echt russische Kühnheit und Schrankenlosigkeit mit einer durchaus unrussischen Halsstarrigkeit, die sie offenbar von ihrem ersten Gatten ererbt hatte. Es lässt sich nicht ohne weiteres sagen, wer von den beiden eigensinniger war. Doch die Halsstarrigkeit Barbara betroffen hat, unterschied sich vom Eigensinn Olegs dadurch, dass sie stets eine vernünftige Begründung zu haben schien. Zudem verfügte sie über eine beneidenswerte Energie und schien dazu geboren zu sein, um Männer zu Heldentaten und großen Werken zu begeistern. Man stellte sie sich unwillkürlich als eine riesige Wahlküre auf irgendeinem deutschen Historienbild vor, wie sie mit der rechten einen in Tierhäute gehüllten Helden stützt und mit der linken begeisternd in die Ferne weist. Die Hochzeit wurde nicht nach der allgemeinen Schablone gefeiert. Obwohl die beiden nicht unbemittelt waren, wurde die Trauung in einer ärmlichen Vorstadtkirche am Nachmittag vollzogen. Nach der Trauung unternahm das junge Paar keinerlei Hochzeitsreise, sondern umgab sich direkt in die neu eingerichtete Wohnung, wo ein Imbiss für die allerintimsten Freunde vorbereitet war. Ich war ganz zufällig in diese Gesellschaft hineingeraten. Obwohl draußen heller Tag war, der noch gar nicht daran dachte, in Dämmerung überzugehen und durch die großen unverhängten Fenster volles Tageslicht hineinflutete, war in Olegs Wohnung das elektrische Licht eingeschaltet. Das Zwielicht passte aber, ich weiß nicht warum, sehr gut zu den weißen Damen-Toiletten, den Frackhemden der Herren, dem Kristall-Service auf der Tafel und ganz besonders zu der Neuvermählten, die größer und imposanter erschienen als alle Anwesenden. Wawara Betroffna zeigte ruhige Verträumtheit und sichere Freundlichkeit. Mir kam der Gedanke, dass eine solche Frau ihrem Gatten Schutz und Wehr in allen Lebenslagen bieten könnte. Sie schien meinen Gedanken erraten zu haben. Sie kniff ihre hellen, etwas hervorquellenden Augen zusammen, hob ihr mit Tupas gelbem Wein gefülltes Glas und sagte halblaut, indem sie sich an mich allein wandte, Wollen wir auf das Glück Olegs trinken? Ich kann diesen Trinkspruch umso ruhiger ausbringen, als ich fest davon überzeugt bin, dass er in Erfüllung gehen wird. Obwohl sie das gar nicht zu leise sagte, erreichten diese Worte im allgemeinen Stimmengewirr nur das Ohr, für das sie bestimmt waren. Ich zweifle daran noch viel weniger als sie, erwiderte ich, indem ich gleichfalls mein Glas erhob. Das war wie eine geheime Verabredung. Nach dieser Feier verlor ich Oleg natürlich wieder aus den Augen und sah ihn erst nach einem halben Jahre wieder. Er kam eines Tages zu mir und teilte mir mit, dass er nach Ägypten verreise. Soll das eine verspätete Hochzeitsreise sein? fragte ich ihn. Das ist nicht übel, um diese Jahreszeit muss es dort herrlich sein. Aber die Reisen nach Ägypten sind in der letzten Zeit recht alltäglich geworden. Wenn du glaubst, dass du etwas Originelles vorhast, so ist auch diese Originalität etwas verspätet. Ach, ich denke gar nicht daran, ob es original ist oder nicht, erwiderte Oleg etwas gereizt. Ist es dein eigener Einfall oder nur ein Rat Barbara Betroffnas? Barbara Betroffna hat damit nichts zu tun, denn ich reise allein. Allein? Deine Frau kommt nicht mit. Ich verreise ja eben, um allein zu sein. Na weißt du, das ist doch wirklich eine Kunst, dich mit Barbara Betroffna zu entzweien. Ja gewiss, ich hatte mir früher dasselbe gedacht. Nun stellt es sich heraus, dass sie genauso wie die anderen ist. Denke dir nur, was sie mir gesagt hat. Was kann sie dir gesagt haben? Ich bin überzeugt, dass Barbara Betroffna nichts Dummes sagen kann. Dass sie dir irgendeine unangenehme Wahrheit gesagt hat, ist wohl möglich. Ich muss dir aber sagen, dass es gar nicht klug ist, seiner Frau so etwas übel zu nehmen. Bis gestern war ich ja auch derselben Meinung. Alle werden jetzt natürlich sagen, dass ich launisch bin und nach Unmöglichem strebe. Ich kann es aber nicht ertragen, verstehst du mich? Ich kann es einfach nicht ertragen. Erkläre mir um Gottes Willen, was du nicht ertragen kannst und wodurch dich Barbara Betroffna so sehr empört hat. Sie sagte, morgen gibt's schönes Wetter. Was? Morgen gibt's schönes Wetter. Ich blickte Oleg erstaunt an und fragte mich, ob er nicht plötzlich verrückt geworden sei. Er fing meinen Blick auf und sagte schnell, Glaube nur nicht, dass ich verrückt geworden bin. Nein, wenn du alles erfährst, wirst du nicht einmal sagen, dass ich allzu empfindlich und argwünsch bin. Du wirst begreifen, warum ich nach Ägypten und vielleicht nach einem noch ferneren Lande verreise. Du weißt besser als ich, was für ein Mensch Barbara Betroffna ist. Was ich an ihr am meisten schätzte war, dass sie in keiner Beziehung banal war. Natürlich war das nicht der einzige Grund, warum ich sie liebgewann. Sie gefiel mir eben. Doch später entzückte mich an ihr gerade diese Eigenschaft. Jeder Tag unseres Zusammenlebens war für mich wie ein neues, unbekanntes, unerschöpftes himmlisches Geschenk. Dieses Gefühl wurde immer mächtiger bis zu jenem Tag, an dem ich meine Abreise beschloss. Nichts schien auf eine solche Wendung und auf die Möglichkeit eines Bruches hinzuweisen. Das geschah vorgestern. Du weißt noch, vorgestern war ein herrlicher Tag. Wir hatten beschlossen, ihn wie ein verliebtes Paar zu verleben, als ob wir nicht legitime Ehegatten mit einem geordneten Hausstand wären, sondern ein Liebespaar, das nur heimlich für wenige Augenblicke zusammenkommen kann, und dem ein ganzer Tag, ein so unendlich langer und dabei doch so entsetzlich kurzer Tag, wie ein Märchen erscheinen muss. Ich will zugeben, dass wir diesen Tag durchaus nicht auf irgendeine besonders originelle Weise verbrachten. Wir verstanden aber der uralten, abgeschmackten Form, einen neuen, berauschend schönen Inhalt zu geben. Es war also nichts Besonderes. Wir fuhren spazieren, aßen auswärts zu Mittag und gingen abends in den Tristan. Was kann banaler sein als solch ein Tag? Und doch erschien er uns wundervoll und war wohl auch in der Tat wundervoll. Als wir aus der Oper nach Hause kamen, setzte sich meine Frau, so wie sie war, im Abendkleid vor den Flügel und begann leise Isoldes Liebestod zu spielen. Die ganze Seele des vergangenen Tages, unsere ganze Liebe schien in diesen schmachtenden, gedämpften Tönen zu atmen. Wir gingen ans Fenster, zogen den Vorhang zurück und blickten auf den Kanal hinaus. An solchen heiteren Herbstabenden erscheint mir Petersburg nicht als nordische, russische Stadt, sondern als ein Verona, wo verliebtere Walen wohnen, und ich habe dann immer den Eindruck, dass nicht der Winter im Anzug sei, sondern ein Frühling, ein Sommer der Gefühle und des Lebens. Ohne es selbst zu merken, beugte ich mich zu meiner Frau und drückte ihr einen Kuss auf die entblößte Schulter. In diesem Augenblick hörte ich die Worte »Morgen gibt's schönes Wetter«. An diesen Worten ist ja an sich nichts Besonderes. Sie zeugen nur von einer übertriebenen Aufmerksamkeit äußeren Vorgängen gegenüber, von einer gewissen Zerstreutheit, vielleicht auch von Müdigkeit. Was ist denn dabei? Doch in jenem Augenblick erschienen sie mir, und ich bin überzeugt, dass ich sie gerade in jenem Augenblick richtig einschätzte. Erschienen sie mir so entsetzlich, sie vernichteten so gründlich unseren ganzen Tag und unsere ganze Liebe, dass ich ihr ohne auch nur einen Augenblick zu überlegen erwiderte. Ja, morgen gibt's schönes Wetter, und ich will verreisen. Was weiterkam? Nun, selbstverständlich großes Erstaunen, ein Schwall von Fragen und Erklärungen. Ich muss übrigens anerkennen, dass Barbara Betroppner ihre Fassung sehr schnell wiedergewandt und sich überhaupt mit großer Würde und edlem Anstand benahm. Sie machte sogar keinen Versuch, mich zu überreden. Doch jener Augenblick, als wir am Fenster standen, paralysierte in meiner Vorstellung alle ihre Handlungen, wie die früheren, so auch die gegenwärtigen. Daraus, dass ich auf solche Bagatellen achtete, folgte selbstverständlich, dass meine Liebe nicht groß genug war, dass meine Frau mir einfach zu wenig gefiel. Du wirst doch zugeben, man liebt einen Menschen nicht weil, sondern trotz. Einen Menschen lieben weil, das kann ein jeder, und erfordert keine besondere Tiefe des Gefühls. Die echte Liebe wird aber nur an einem Trotz erprobt. Nach diesem Besuch war mein Freund wieder verschwunden, offenbar für lange Zeit, vielleicht auch für immer. Ab und zu teilte er mir und Barbara Betroppner kurz mit, dass er am Leben sei und sich da und da aufhalte. Seine Frau lebte als Strohwitwe, und ich musste wirklich staunen, mit welcher Würde und Ruhe und wie tapfer sie alles hinnahm. Vielleicht hatte auch sie ihren Mann nicht genügend lieb. Vielleicht wäre es natürlicher, wenn sie ihn anflehte, bei ihr zu bleiben oder zurückzukehren, oder wenn sie ihm nachreiste. Ihr Benehmen war vielleicht ein wenig zu gefühllos. Aber auch so, wie es war, erschien es mir schön. So vergingen der Winter, das Frühjahr und der Sommer, und es kam wieder die Zeit, wo Petersburg meinem Freund als ein verliebtes Verone erschien. An einem solchen Abend, als ich weder zum Ausgehen noch zum Arbeiten Lust hatte, las ich in einer alten Beschreibung einer italienischen Reise und dachte unwillkürlich an meinen Freund, dessen maßlose Empfindlichkeit ihn zu so seltsamen und unerwarteten Handlungen verleitet hatte. Gleichsam als Antwort auf meine Gedanken ging im Vorzimmer die Klingel. Und mein Ärger darüber, dass ich aus meinem melancholischen Nichtstun herausgerissen wurde, ging schnell in Erstaunen und Freude über, als ich im späten Gast meinen Freund Oleg Kusow erkannte. Gegen seine Gepflogenheit teilte er mir nach der ersten Begrüßung nichts Neues mit. Er saß vielmehr schweigend da, während ich an ihn einige vorsichtige und schüchterne Fragen richtete. Ich konnte mich nicht entschließen, ihn ohne Umschweife zu fragen, was geschehen war, und meine Fragen beschränkten sich auf seine Reise, auf die er so viele Hoffnungen gesetzt hatte. »Ja, ja«, sagte er mit großer Hast, »du hast natürlich erraten, dass ich zu dir gekommen bin, um dir alles zu berichten. Ich pflege dir ja immer etwas Neues zu erzählen, das kommt ganz von selbst. Heute werde ich dir von meiner Reise erzählen. Ach Gott, diese Reise. Ich meine natürlich nicht die Reise, sondern das, was ich erlebte und was mich wieder hergeführt hat. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, welchen Eindruck auf mich Ägypten gemacht hat, denn jede Erzählung würde dir falsch und erdacht erscheinen. Anfangs lebte ich genauso wie hunderte von Touristen und glich wohl am ehesten einem Ethnografen. Aber allmählich begann ich mich dort wie ein Eingeborener zu fühlen. Ich hatte ja nicht mehr die Last der Konventionen zu tragen, vor denen ich geflohen war. Wenn auch nur zwei Menschen zusammenleben, gibt es immer Konventionen und Fesseln. Und das nennt man bürgerliche Gesellschaft. In Ägypten sind aber die Sitten, wenn auch ein wenig von europäischen Einflüssen angehaucht, noch immer so kindlich primitiv, dass man an ihre uralte religiöse Herkunft denken muss. Endlich fand ich das, was ich vor allen Dingen suchte. Ich suchte Liebe und fand daher sehr bald ein arabisches Mädchen, das ich lieb gewann. Sie war Christin und trug als solche den wenig poetischen Namen Melanie. Sie war aber nicht so schwarz, wie man nach diesem Namen schließen könnte. Trotz aller romantischen Umflogenheiten war sie weder Tänzerin noch Paukenschlägerin in einer Schenke. Sie war ein einfaches Bauernmädchen. Ich kannte mich in den dortigen Verhältnissen noch nicht so gut aus, dass ich die Dorfaraber von denen in den Städten Ansässigen unterscheiden könnte. Ich konnte nur die sehr Reichen unterscheiden, die in ihren Wohnungen mechanische Klavierer und Öldruckbildnisse des Präsidenten der Französischen Republik und der Generale des russisch-türkischen Krieges haben. Ich konnte Melanie nicht heiraten. Ich zahlte einfach die Summe, die man von mir verlangte, und nahm sie zu mir ins Haus als Geliebte. Sie war Christin und niemand nahm an unseren Beziehungen Anstoß. Ich selbst war ein unschuldvoller und leidenschaftlicher Knabe geworden, und alle meine Wünsche und Gedanken stimmten fast immer mit den ihrigen überein. Ich ergötzte mich an den unschuldigsten Zerstreuungen, an ihren Liedern, die aus nur drei oder vier Tönen bestanden, am Dambrettspiel, an ihrer Koketterie und an unseren langen Liebesnächten. Ich lernte ihre Sprache verstehen und brachte ihr mit Mühe einige russische Sätze bei. Anscheinend hatte ich nun die Sicherheit, dass ich in die wenigen Töne, aus denen unser Lebenslied bestand, kein Misston einschleichen würde, der mich an jenes Leben erinnern könnte, vor dem ich geflohen war. Ich machte natürlich nicht den Versuch, ihr diesen Gedanken klarzumachen, obwohl ich oft das Bedürfnis hatte, es in wenigen leicht verständlichen Worten zu tun. Als wir einmal von einem längeren Spaziergang heimgekehrt waren, traten wir auf das flache Dach unseres Hauses, auf dem mehrere Pflanzen in Töpfen und Kübeln standen. Es sah wie ein kleiner Hausgarten aus. Das Haus ging nach Osten. Ohne den Sonnenuntergang zu sehen, konnten wir vom Dach aus beobachten, wie die ihm gegenüberliegende Hälfte des Himmels allmählich in einem blass, violetten, beinahe phosphorisierenden Lichter erstrahlte. Ich umarmte meine Freundin und sagte ihr, dass ich sie noch niemals so geliebt hätte, wie an diesem Abend. Ich liebe dich so sehr, sagte ich ihr, weil du ein Kind bist, weil du gleichsam erst eben auf die Welt gekommen bist und sogleich doch seit jeher gelebt hast. Du lässt dir deine Handlungen weder von irgendwelchen Gesetzen noch von deiner schlummernden Vernunft vorschreiben, sondern einzig und allein von deinem Herzen, welches nur zu lieben versteht. Ich sprach noch lange zu ihr, und Melanie hörte mir zu, eng an mich geschmiegt und ab und zu meine Schultern küssend. Schließlich richtete sie sich auf, umarmte mich, küßte mich auf den Mund und sagte, Morgen gibt's schönes Wetter. Ende von Morgen gibt's schönes Wetter. Zwecklose Erfolge Von Mikhail Alexeyevich Kusmin Diese Libriox-Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 1 Heute schien alles verrückt geworden zu sein. Die Sonne, der Wind, die Straßen und die Menschen. Nach einer trüben, regnerischen Woche zerriss plötzlich der graue Schleier, der heitere Himmel kam zum Vorschein, und der Wind polterte mit den Türen und Fensterläden und raste die Stiegen von den Dachböden hinunter. Die Federn auf den Damenhüten waren ganz der Zaust. Die Scheiben der Schaufenster glänzten, und in ihnen spiegelten sich die Wolken und die Vögel, sodass man auf den ersten Blick nicht recht wußte, wo der Himmel und wo sein Spiegelbild war. Alles schien sich in einem Riesenrade, wie es im Wiener Prater steht, zu drehen. Leute, die vorbeigingen und vorbeifuhren, waren sogleich an verschiedenen Orten zu sehen. Die Automobilhuben sangen wie die altmutigen Posthörner. Ein Regiment Soldaten zog mit einer Messingmusik vorüber, und die Schweife der Pferde stiegen im Winde empor wie Fontänen. Es war ein Feiertag. An den Häusern flatterten Fahnen, und die wirklichen Springbrunnen in den Anlagen bespritzten, vom Winde bewegt das Publikum. Der Fluss, der sich noch nicht daran gewöhnen konnte, frei von Eis zu sein, flimmerte blau und weiß. Victor sprang aus dem Bett, trat ans Fenster und rief, »Hurra, mein Wunsch geht in Erfüllung. Seit vierzehn Tagen warte ich auf diesen Tag, und nun ist er angebrochen.« Er hatte schon die Absicht, den Diener zu läuten, erinnerte sich aber, dass seine Eltern verreist waren, und er sich ganz allein in der Wohnung befand, wo die Möbel in grauen Leinenüberzügen steckten, und die schlechten Bilder mit Mull verhangen waren. Die Uhr stand still, doch an einer Ecke des großen Tisches im Esszimmer stand bereits sein Frühstück, Kaffee und eine Buttersenne, das ihm die Portiersfrau hinaufgebracht hatte. Das bedeutete, dass es zehn Uhr war. Victor hatte tatsächlich auf einen solchen Tag gewartet und auf ihn die größten Hoffnungen gesetzt. Jelisaveta Betroffna versprach ihm vor zwei Wochen, am ersten schönen Tag mit ihm einen Ausflug, entweder mit dem Dampfschiff die Neva hinauf oder mit der Eisenbahn in die Umgebung Petersburgs zu machen und einen ganzen Tag mit ihm zu verbringen. Dieser Gedanke machte aus seinem Herzen ein ebenso lustiges Karussell wie das, das er eben aus dem Fenster beobachtete. Ach, er hatte Jelisaveta Betroffna fast ebenso lieb wie seine Bücher und seine Träume. Vielleicht liebte er sie nur aus dem Grunde, weil sie in keinem Widerspruch zu den von ihm gelesenen Romanen und zu seinen Traumbildern stand. Er schmiedete keinerlei Zukunftspläne, hatte aber auch keine Angst vor der Zukunft. Er war an Erfolge gewöhnt. Das Glück verfolgte ihn tatsächlich auf Schritt und Tritt. So war es auch mit diesem Tag. Er hat ihn so sehnsüchtig erwartet, und nun war er da. Allerdings kam er erst nach vierzehn regnerischen Tagen. Aber das ist doch nebensächlich. Die Hauptsache ist, dass er kam. Viktor konnte kaum erwarten, dass es elf schlug. Vor elf durfte er Jelisaveta Betroffna nicht abholen. Er sagte dem erstaunten Portier lachend und freudestrahlend Guten Morgen, sprang in die erste beste Troschke und beeilte sich, so schnell als möglich im allgemeinen Trubel unterzutauen. Es war ihm, als ob die Sonne, der Wind, die glänzenden Fensterscheiben, die blitzenden Trompeten, die Springbrunnen, Pferdemähnen, Flaggen und der Fluß sich in ihm selbst befänden. Vor den schwankenden Landungsstegen warteten Dampfer mit weißen Schornsteinen auf lustige und verliebte Passagiere. Er raste schon die Treppe hinauf, als ihn der Portier wieder hinunterrief. »Sie wollen auf Nummero 5?« »Ja, warum?« »Die Herrschaften sind seit Montag fort.« »Fort? »Wohin?« »Haben Sie die Wohnung gewechselt?« »Nein, Sie wohnen noch immer hier, aber Sie sind für den ganzen Sommer aufs Land verreist, ins Smolensker Gouvernement.« »Auch Elisaveta Betroffna?« »Alle sind fort, auch das Fräulein.« »Warum flatterten dann die Fahnen?« »Warum spielten die Soldaten den lustigen Marsch?« Abschnitt 2 Viktor war so niedergeschmettert, dass ihn anscheinend nichts in der Welt zu zerstreuen oder zu trösten vermachte. Alles, was ihn früher so lustig und freudig stimmte, war jetzt wie ein unerträgliches Hohnlächeln. Er gab sich kaum Rechenschaft darüber ab, welche Richtung er eingeschlagen hatte, und kam erst dann zur Besinnung, als er die weißen Schornsteine der auf Passagiere wartenden Dampfe erblickte. Gleichsam, um Salz auf seine Herzenswunde zu streuen, blieb er vor einem der Landungsstege stehen und sah zu, wie auf dem Verdeck eine dicke Dame zwei kleine Mädchen mit Schokolade fütterte, wie ein Hündchen die vorbeisausenden Automobile anwälte, und wie zwei einfache Frauen in Kopftüchern mit einem sonnenverbrannten, landgeistlichen Sprach. »Wenn du auf einem schwimmenden Restaurant zu Mittag essen willst, so wollen wir doch lieber zum Alexanderpark gehen. Ich gehe eben hin.« Viktor wandte sein Gesicht langsam dem Sprechenden zu und erkannte mit einiger Mühe seinen Freund Ivan Pavlovich Kosakow. »Was hast du, Viktor? Du siehst so fürchterlich blass aus. Hast du irgendeine unangenehme Nachricht bekommen?« »Eine Nachricht.« »Ja, gewiß.« Viktor fiel es eben ein, daß er in der Tasche einen Brief von seiner Schwester hatte, in dem sie ihm schrieb, daß sie krank darniederliege und ihn bitte, für etwa zwei Wochen zu ihr nach Kaluga zu kommen. Das fiel ihm erst eben ein, und vor ihm tauchte plötzlich das Bild seiner Schwester Tanja mit dem runden Gesicht, der Stutznase und den lachenden Augen auf, zu denen die Vorstellung, daß sie krank sein könne, so gar nicht passte, umso mehr, als sie sich niemals beklagt hatte. Er fühlte plötzlich ein starkes Verlangen, sie zu sehen, und sagte durchaus aufrichtig, »Ja, mich hat ein Brief von meiner Schwester so aufgebracht. Sie ist nicht ganz wohl und bittet mich, zu ihr zu kommen.« »Na also, fahr doch hin. Das wird dir gar nicht schaden. Du sitzt so lange in der Stadt und siehst Gott weiß wie aus. Ich würde gern hinfahren, mich hält aber ein ganz einfacher und lächerlicher Grund zurück. Ich habe augenblicklich kein Geld.« »Unsinn braucht man denn viel Geld, um nach Kaluga zu reisen. Wenn du willst, kann ich dir das Geld verschaffen.« »Du erweist mir damit einen großen Gefallen.« »Das ist also erledigt.« »Und nun komme mit mehr Essen und suche dich ein wenig zu zerstreuen.« »Welchen Wein wollen wir nehmen?« »Heute habe ich Lust, St. Paré zu trinken.« »Warum gerade St. Paré? Hier bekommen wir ihn sicher nicht.« »Vielleicht bekommen wir ihn doch. Das soll eine Frage an das Schicksal sein. Wenn wir diesen Wein bekommen, so wird alles gut.« »Ich möchte dir nicht raten, solche Versuche zu machen. Ich kann dir im Vorhinein sagen, dass wir auf einem schwimmenden Restaurant keinen St. Paré bekommen. Du brauchst dir also dadurch die Laune nicht verderben zu lassen.« Ivan Pavlovitsch hatte natürlich recht, sie bekamen keinen St. Paré und mußten einen ganz gewöhnlichen Chablis trinken. Als sie schon weggehen wollten, kam der Oberkellner mit einer länglichen, verstaubten Flasche hinauf. »Es ist ein ganz ungewöhnliches Glück, Herr. Ganz zufällig fand sich eine Flasche von der Sorte, nach der sie fragten. Wie durch ein Wunder ist uns diese eine Flasche geblieben. Befehlen der Herr, sie aufzumachen?« Victor nahm die mit Staub und Spinnengeweb bedeckte Flasche in die Hand, drehte sie unschlüssig hin und her und sagte, »Nein, warum soll man sie jetzt aufmachen? Wir haben ja schon gegessen. Bewahren Sie sie bitte bis zu unserem nächsten Besuch auf.« Abschnitt 3 Nach einigen Tagen erhielt Victor ein Billett von Elisaveta Betroffener, indem sie ihr Bedauern darüber ausdrückte, dass sie mit ihrer Familie so plötzlich hat abreisen müssen, dass sie von ihm nicht einmal Abschied nehmen konnte. Im Pus Scriptum hieß es, »Wegen des versprochenen Ausfluges brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Glauben Sie nur nicht, dass ich Sie angeführt habe. Ich werde nächstens für etwa drei Tage in die Stadt kommen und bei dieser Gelegenheit mein Versprechen einlösen, wenn Sie es noch nicht vergessen haben.« Wie konnte er es auch vergessen haben? Er dachte ja an nichts anderes. Und an dieses Glück. Er war eben im Begriff an allem zu verzweifeln und plötzlich dieser unerwartete Erfolg. Es hätte allerdings noch viel schöner sein können, denn Elisaveta Betroffener kam gerade an einem solchen Tag, wo der Himmel bewölkt war und es regnete. Eine Dampferfahrt, die Neva hinauf wäre, bei solchem Wetter gar zu trist. Außerdem hatte sie keine Zeit für einen so umständlichen Ausflug. Victor ließ aber seinen Mut nicht sinken. Statt der Neva-Fahrt schlug er einen Ausflug nach Sjesteretsk vor, wohin sie sich statt in einer schwankenden Kagüte in einem rüttelnden Eisenbahnwagen begaben. Durch die Fenster des Speisewagens sahen sie die Regentropfen auf das bleiche Meer fallen, das viel heller als der Himmel erschien. Aber im Herzen Victors war der gleiche freudige Wind und das gleiche Beben, wie an jenem glücklichen Tage. Er suchte sogar nach künstlichen Analogien, um alle diese äußeren Erscheinungen im günstigsten Sinne zu deuten. Er sagte, dieser Regen ist wie ein Frühlingsschauer. Er lässt alles erblühen und zu einem neuen Leben auferstehen, die Blätter, die Blumen und das Gras. Sie sind ein unverbesserlicher Träumer, Victor. Woher wissen Sie, dass es gerade ein solcher Regen ist, wie er Ihnen passt? Vielleicht ist es ein Landregen, nach dem nur Fliegenschwämme wachsen. Victor wurde etwas verlegen, wollte aber nicht nachgeben. Nein, es ist ein guter Regen, und Sie sind schlecht, Elisaveta Betroffna. Jetzt reden Sie gar von Fliegenschwemmen. Von nichts rede ich. Sie reden da von einem Frühlingsschauer. Und ich meine, der Regen ist ein ganz gewöhnlicher Landregen. Der Augenblick schien für eine Liebeserklärung ungünstig. Victor gab daher alle allegorischen Andeutungen auf und sprach mit ihr weiter so einfach und natürlich wie mit einem Freund. In Siesterezg hatten sie eigentlich nichts zu suchen. Darum kehrten sie bald in die Stadt zurück, um den Abend in irgendeinem Sommertheater zu verbringen. Sie gingen noch zu Elisaveta Betroffna hinauf, und während sie sich fürs Theater umkleidete, saß Victor im Salon und spielte auf dem Klavier, das nach Formalin drocht, einen Walzer nach dem anderen. So, jetzt bin ich fertig. Noch niemals war ihm Elisaveta Betroffna so schön und begehrenswert erschienen. »Warten Sie, habe ich meinen Hausschlüssel mitgenommen?« sagte sie, nachdem sie die Wohnungstüre hinter sich zugeschlagen hatte. Es stellte sich heraus, dass sie wie den Hausschlüssel so auch ihre Geldbörse vergessen hatte. Der Portier schickte den Hausmeister die Dienerschaftstreppe hinauf, um die Wohnung von innen aufzusperren und die Herrschaften hereinzulassen. »Ich weiß gar nicht, warum ich heute so zerstreut bin«, sagte Elisaveta Betroffna, als sie in Erwartungen des Hausmeisters auf einer Fensterbank im Treppenhause saßen. »Vielleicht sind sie eben darum so hübsch, weil sie zerstreut sind. Sie sind mir noch niemals so hübsch und so lieb vorgekommen.« »Wenn Sie mir Komplimente machen wollen, so muss ich bemerken, dass Sie dazu den ungeeignetsten Augenblick gewählt haben.« »Ich will Ihnen gar keine Komplimente machen. Ich will nur sagen, dass ich Sie ernsthaft und aufrichtig liebe.« »Ja, das weiß ich. Ich habe Sie ja auch recht gern.« »Ich meine es nicht so. Ich sage, dass ich Sie liebe, Elisaveta Betroffna.« »Sie wollen sagen, dass Sie in mich verliebt sind?« »Das würde mein Gefühl nur ungenau wiedergeben.« »Was ich Ihnen gegenüber empfinde, ist viel tiefer und für mich bedeutsamer.« »Sie machen mir also eine Liebeserklärung?« »Ja.« »Ich glaube, es kommt irgendwo bei Tschechow vor, dass jemand eine Liebeserklärung auf der Treppe macht. Das mag ja recht romantisch sein, aber ich finde, dass der Ort für eine solche Aussprache wenig geeignet ist.« »Ich weiß nicht, ob es bei Tschechow oder nicht bei Tschechow vorkommt, aber ich liebe Sie und warte auf Ihre Antwort.« »Wollen wir hinaufgehen? Gerade wird die Tür aufgemacht.« Als Sie wieder in der Wohnung waren und Elisaveta Betroffna den Schlüssel und die Geldbörse gefunden hatte, sagte sie ganz unerwartet, »wissen Sie was, Victor, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich will nicht ins Theater gehen. Ich bin furchtbar müde, muss morgen noch vieles erledigen und habe obendrein Kopfweh.« »Ist unser Gespräch daran schuld, dass Sie Kopfweh haben?« »Nein, nein, ich bin einfach müde und habe zu viel Wein getrunken.« »In diesem Falle darf ich wohl noch ein wenig bei Ihnen bleiben.« »Sie sind wirklich komisch. Ich werde ja gleich zu Bett gehen. Morgen um drei werden wir uns wiedersehen.« »Und welche Antwort wollen Sie mir geben?« »Ich will Sie nur bitten, es mir nicht übel zu nehmen und nicht zu glauben, dass ich über Sie lachen könnte.« »Ich danke Ihnen für alles, was Sie mir gesagt haben.« Victor war so aufgebracht, dass er, als er nach Hause kam, im ersten Augenblick gar nicht merkte, dass auf seinem Tische zwei Briefe lagen. Was konnten das für Briefe sein? Von wem? Existierte denn überhaupt jemand in der Welt? Niemand und nichts durfte existieren. Natürlich existierte aber manchelei. Die verlassene Wohnung, die Stadt, der Himmel, der sich eben aufzuheiten begann. Und die beiden Briefumschläge auf dem Tisch. In einem der Umschläge lag Geld, das ihm Kosakow gebracht hatte. Und im anderen ein langer Brief von seiner Schwester, die ihm mitteilte, dass ihr Zustand sich verschlechtert habe. Und dass sie am nächsten Tage, solange sie sich noch auf den Beinen halten könne, nach Petersburg kommen wolle, um einen Arzt zu konzultieren. »Ich schreibe es dir in aller Eile, damit du nicht inzwischen nach Kaluga reist, so dass wir einander verfehlen.« Victor mußte diesen Brief zweimal lesen, ehe er seinen Sinn erfasste. So ferne waren seine Gedanken von seiner Schwester, von Kosakow und von allem in der Welt. Der vom Regen reingewaschenen Neumond hing schief über einer nahen Kirchenkuppel. »Was soll ich also tun? Ich will nun versuchen, ohne Liebe durchs Leben zu kommen, wie zum Beispiel Kosakow. So ist es vielleicht amüsanter, und man fühlt sich freier. Ich möchte wetten, dass er jetzt in einem Vargetee sitzt, dann wird er mit irgendeinem Mädel soupieren und sie morgen vergessen. Sie wird nicht den geringsten Einfluss auf sein Leben haben. Verschiedene Romane fielen ihm ein, in denen von solchen abgestumpften Lebemännern die Rede war. Das könnte sogar recht poetisch werden. Vielleicht war es auch ein Wink des Schicksals, das ihm zugleich eine Absage und das Geld, das nun überflüssig war, schickte. Das konnte man ja schließlich auch als einen Erfolg auffassen. Zu seinem Erstaunen wandte sich niemand nach ihm um, als er zugleich mit anderen Leuten das Sommeretablissement betrat. Das banale rosa Licht der Lampjungs fiel auf die fensterlose Mauer eines Nachbarhauses. Die Gipsbüsten Tchaikowskis und von Wiesins blickten höchst selbstgefällig von ihren Sockeln herab. Die Soldaten auf dem Orchesterpodium blähten mit komischem Ernst ihre rasierten Backen auf, indem sie irgendeinen schmachtenden Walzer bliesen. Die Mädchen blickten auf die fliederfarbene Leuchtfontäne und dachten an das Souper. Victor achtete fast gar nicht auf das Gesicht seiner Dame und gab sich Mühe, so wenig als möglich zu sprechen, und dann auch nur von solchen Dingen, die für ihn nur in diesem Augenblick Bedeutung hatten und die er bis morgen vergessen haben würde. Sie war geschminkt, doch nicht abstoßend, sprach ohne schlüpfrige Anzüglichkeiten und schien nicht übermäßig halbgierig. Das war alles, was Victor brauchte. Er hatte auch für keinen Augenblick das Bewusstsein, dass er sich amüsiere, und eilte nach Hause gleichsam, um eine verdammte Pflicht zu erfüllen. Er spürte weder Gewissensbisse noch Ekel, noch einen inneren Zwiespalt. Das Ganze kam ihm nur so furchtbar uninteressant vor. Als er mit ihr beim Morgengrauen heimfuhr, kam ihm plötzlich der Wunsch, ihr zu erzählen, wie er als Knabe einmal den Sommer in Finnland verbracht hatte und jeden Morgen zum Meer baden ging. Dann fiel ihm aber ein, dass diese Erzählung ihn irgendwie binden würde und dadurch ein, wenn auch noch so schwaches Bann zwischen ihm und seiner Begleiterin entstehen könnte. Darum beschränkte er sich auf die Bemerkung, »Vor Sonnenaufgang geht immer dieser Wind. Ist Ihnen nicht kalt? Wir sind übrigens gleich da.« Sie wollte Sorglosigkeit und Frivolität heuchlen. Als sie aber merkte, dass ihr Begleiter es gar nicht verlangte, gab sie jede Mühe auf und wurde gleichgültig, sachlich und ein wenig langweilig. Als es im Vorzimmer klingelte, dachte Victor im ersten Augenblick, dass es ein Telegramm von seiner Schwester sei. Sie ist sicher tot. Draußen auf der Treppe stand aber im ersten Morgenlichte, Elisabeth Betroffener. »Sie sind natürlich über meinen Besuch erstaunt und schockiert. Warten Sie einen Augenblick, ich will Ihnen alles sagen. Wenn es erlaubt ist, eine Liebeserklärung auf der Fensterbank im Treppenhause zu machen, so sollte es auch erlaubt sein, die Antwort auf eine solche Erklärung um sieben Uhr früh zu geben. Wollen Sie mir vielleicht gestatten, dass ich eintrete? Victor schwieg und hielt das Ganze für einen Traum. Vor lauter Aufregung sprach Elisabeth Betroffener viel zu trocken, beinahe böse. Ich hatte wirklich Kopfschmerzen, als ich Sie bat, mich allein zu lassen. Doch später, Ihre Worte hatten mich zu sehr aufgeregt. Ich konnte die ganze Nacht nicht einschlafen und musste immer an Sie denken. So entschloss ich mich jedem Anstand zum Trotz, Sie in aller Frühe aufzusuchen. Ich will Ihnen sagen, dass ich Ihre Liebe erwidere und dass ich Sie schon seit längerer Zeit liebe. Sie werden mir zugeben, dass unsere Liebeserklärungen einer gewissen Originalität nicht entbehren. Lieber Victor, was ist mit Ihnen? Warum sagen Sie nichts? Sie fing die Richtung auf, nach der Victor-Starte, und blickte gleichfalls hin. Auf dem grauen Leinenüberzug eines Sasses lag eine weiß- und braun gestreifte Bluse und daneben ein Hut, an dessen zwei Zipfeln kleine Bündel künstlicher Kirschen barmelten. Elisabeth Betroffener errötete, richtete ihren Blick auf Victor und sagte, Ich hatte von Kind auf die Angewohnheiten, alles zur möglichst unpassenden Zeit zu tun. So ist es auch jetzt. Ich hoffe, Sie werden diskret sein. Unsere Aussprache und mein Besuch bei Ihnen soll für alle ein Geheimnis bleiben. Und womöglich auch für Sie selbst. Ende von zwecklose Erfolge Der Rivale von Mikhail Alekseyevich Kuzmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 1 Als sie einen Blick auf die Visitenkarte geworfen, die ihr der Zeitungsjunge gebracht hatte, huschte eine ärgerliche Grimasse wie ein Schlänglein über ihre Züge. Ihr Gesicht nahm aber gleich darauf den normalen, etwas gelangweilten und selbstbewussten Ausdruck an, den ich seit meiner Ankunft im Badorte, also seit drei Tagen, bewunderte. Sie war nicht unbekannt, hieß Cécile Garnier, hatte sich ins Fremdenbuch als Schauspielerin eingetragen, kam aus Rom und suchte offenbar in diesem kleinen, reinlichen Städtchen, das durch einen hohen Berg vor rauen Winden geschützt war wie die übrigen Fremden Erholung. Ich traf sie niemals beim Brunnen, obwohl sie recht kränklich aussah. Vielleicht traf ich sie auch aus dem Grunde nicht, weil ich selbst nicht zur Kur, sondern nur um die Menschen zu fliehen, hergekommen war. Vielleicht suchte auch sie Einsamkeit und wies daher alle Besucher wie auch diesen ab. Allerdings war sie so aufgeregt, dass ich annehmen musste, es sei kein ganz gewöhnlicher Gast gewesen, den sie eben abgewiesen. Ich hörte zum ersten Mal ihre eigentlich recht gewöhnliche Stimme, als sie dem Jungen mit scheinbarer Ruhe sagte, »Ich habe Ihnen ein für allemal gesagt, dass ich für diesen Herrn niemals zu sprechen bin. Sie braucht mir seine Karte gar nicht zu bringen.« Ich folgte dem Zeitungsjungen, der mit einer stummen Verbeugung hinausging. Im Vestibül stand ein schlanker, junger Mann mit glattrasiertem Gesicht und traurigen, dunklen Augen. Er trug einen grauen Reiseanzug, einen grünen Filzhut und gelbe Gamaschen. Vielleicht war er zu Pferde gekommen. Der Junge suchte ihm vergeblich etwas klarzumachen. Er gab aber nicht nach. »Ich weiß ganz bestimmt, dass Madame Garnier hier in diesem Hotel abgestiegen ist.« »Ich bestreite es ja gar nicht.« »Sie wohnt wirklich hier.« »Und Sie können Ihren Namen im Fremdenbuche sehen.« »Da steht er.« »Cécile Garnier.« »Sie ist aber augenblicklich nicht zu Hause.« »Sie kommt wohl bald zurück.« »Sie ist doch noch nicht abgereist.« »Ich will warten.« »Vielleicht bleibt sie aber lange aus.« »Mir ist es gleich. Ich habe genügend Zeit und bin ja fast nur um ihretwegen hergekommen.« »Ganz wie Sie wünschen.« Der Herr setzte sich der Türe zum Lesesaal gegenüber. »Wollen der Herr vielleicht in den Salon hinübergehen, eine Treppe höher.« »Der Herr wird es dort bequemer haben.« »Sobald Madame Garnier zurück ist, werde ich es dem Herrn melden.« »Ich sitze auch hier bequem.« »Darf ich in den Lesesaal?« »Der wird neu gestrichen.« Ich rief den Jungen auf die Seite und fragte ihn, wer dieser Herr sei. Das Einzige, was er mir sagen konnte, war, dass der Herr Ruck hieß. Irgendwo läutete es, und der Junge lief davon. Abschnitt 2 Am nächsten Tage wiederholte sich die gleiche Geschichte. Herr Ruck pflegte offenbar seine Ziele, mit großer Energie zu verfolgen. Madame Garnier war sehr aufgeregt und flüsterte vor sich hin. »Mein Gott, was will er bloß von mir?« Ich hielt es für angebracht, sie in diesem Augenblick anzusprechen und sagte, »Wie kann nur ein Mensch so zudringlich sein, wenn man ihm bedeutet hat, dass sein Besuch unerwünscht ist?« »Er ist mir in der Tat höchst unerwünscht.« »Die Schuld trifft eigentlich auch die Direktion des Hotels, die wohl nicht imstande ist, ihrem so unzweideutig ausgesprochenen Wunsch Rechnung zu tragen.« Sie zuckte die Achseln. »Was kann die Direktion dagegen tun? Es ist ja meine Privatangelegenheit.« »Sie könnten sie ja auch an die Polizei wenden.« Madame Garnier verzog etwas das Gesicht und sagte, »Ich habe Gründe, die Polizei aus dem Spiele zu lassen.« »Ich verstand sofort, dass ich soeben eine Dummheit gesorgt hatte.« »Ich wollte mein Vergehen wieder gut machen und beging eine womöglich noch größere Dummheit.« »Natürlich, wenn Sie Ihren Vater, Bruder oder Gatten bei sich hätten, so wären Sie diesen zudringlichen Menschen sehr schnell los.« »Höchst wahrscheinlich.« »Vielleicht wollen Sie mir gestatten, mit Herrn Bruck zu sprechen.« »Sie sind aber weder mein Gatte noch mein Bruder oder Vater.« »Sie sind nicht einmal mein Freund.« »Ich hätte in die Erde versinken können.« Aber die Dame fuhr lächelnd fort. »Worüber würden Sie denn mit ihm sprechen?« »Ich würde ihn nur ersuchen, Ihre Wünsche zu respektieren und sonst nichts.« »Ich habe durchaus nicht die Absicht, mich Ihnen als Vertrauter aufzudrängen.« Irgendein listiger Gedanke huschte wie eine Schwalbe durch ihre Augen. Und Cécile Garnier erschien für einen kurzen Augenblick als eine echte Französin und nicht als die stolze und trübsinnige Dame, als die ich sie bisher gesehen hatte. »Gut. Wenn Sie so freundlich sein wollen, so reden Sie doch wirklich mit Herrn Bruck. Ich brauche Sie nicht einmal, um Diskretion zu bitten. Sie wissen ja von nichts und können daher gar nicht indiskret sein.« Abschnitt 3 Ein Zufall verschaffte mir Gelegenheit, Herrn Bruck früher, als ich es erwartet hatte, zu sprechen. Mein Gespräch mit Madame Garnier, der listige Ausdruck, der einen Augenblick lang in ihren Zügen lag, ihr sonst so stolzes Wesen, die romantische und traurige Geschichte, deren Einzelheiten ich mir in den glühendsten Farben ausmalte, all das regte mich auf und erhitzte meine Fantasie. Ich ging eine abgelegene Straße entlang, wo ich nur Bauern aus den Nachbardörfern begegnen konnte. Die Fremden waren ja entweder leidend oder viel zu vornehm, um ihre Spaziergänge über den Kurpark hinaus auszudehnen, obwohl die Gegend idyllisch schön, wenn auch ebenso süßlich wie die meisten deutschen Landschaften war. Die Straße ging langsam bergauf, an einem niedlichen Bach entlang. Unten auf der Wiese bimmelten ab und zu Kuhglocken. Ein Regenbogen überspannte den ganzen Himmel, und darunter drehten kleine Windmühlen ihre Flügel. Bauernweiber mit aufgesteckten Röcken gingen barfuß und trugen ihre Schuhe in der Hand. Ich bemerkte Bruck erst, als ich ganz dicht vor ihm stand. Er saß auf einem Steine am Straßenrande und schrieb etwas in sein Taschenbuch, den Blick ab und zu auf die Landschaft richtend. Ich glaubte, dass er Verse schrieb, und er tat mir etwas leid. Erst als er sein Buch in die Tasche gesteckt hatte, sprach ich ihn an. Herr Bruck, ich muss Ihnen sagen, dass Madame Garnier Ihre Besuche höchst unangenehm findet. Der junge Mann sah mich mit einigen Erstaunen an und sagte so einfach und sachlich, wie sonst Verliebte niemals sprechen. Meine Zudringlichkeit ist mir selbst unangenehm, doch ich weiß wirklich nicht, was ich mit der Dame anfangen soll. Sie sollen sie in Ruhe lassen. Das wäre gegen meine Interessen. Wie können Sie an Ihre Interessen denken? Lässt sich denn ein echtes und tiefes Gefühl mit irgendwelchen Interessen vereinbaren? Ruck schwieg eine Weile und sagte. Nein, ich will trotzdem noch den Versuch machen, Madame Garnier zu sprechen. Sie werden den Versuch nicht machen, und selbst wenn Sie ihn machen, werden Sie doch nichts erreichen. Wer könnte es wissen? Ich versichere Ihnen, alle Ihre Schritte werden zu nichts führen. In den Augen des jungen Mannes leuchtete etwas wie Hoffnung auf, als er mich fragte. Sind Sie mit Madame Garnier verwandt? Nein, antwortete ich. Wobei ich, ich weiß nicht warum, errötete. Doch ich spreche mit Ihnen mit Ihrem Wissen. Hat Sie sie vielleicht beauftragt, mir noch etwas zu sagen? Nein, nur, dass sie sie nicht mehr zu sehen wünscht. Ich kann Ihre Erbitterung wohl begreifen, glaube aber nicht, dass Sie irgendetwas ertrotzen können. Sie wissen ja, niemand hat Gewalt über einem Frauenherz. Ich verstehe Sie nicht ganz. Ich verlange von ihr ja nur das, worauf ich ein Recht habe. Derartige Rechte werden stets aus freien Stücken gewährt und zurückgenommen. Gewiss, ich habe ja auch wirklich keinerlei juristische Rechte. Nun sehen Sie es selbst ein, und was würden Sie tun, wenn Sie der Gatte der Dame wären? Dann würde ich Sie natürlich in Ruhe lassen. Ihr Standpunkt ist recht originell. Wieso? Ihre Denkweise gefällt mir beinahe. Und doch muss ich Sie ersuchen, entweder diese Stadt zu verlassen oder keine weiteren Versuche zu machen, eine Begegnung mit Madame Garnier herbeizuführen. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Schön, in diesem Falle nehme aber ich die Sache in die Hand. Und Sie können versichert sein, dass ich Ihnen nicht gestatten werde, der Dame auch nur auf drei Schritte nahe zu kommen. Ruck zuckte die Achseln. Jedermann verteidigt doch seine Interessen. Ja, aber niemand darf dabei fremde Interessen verletzen. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht ganz. Ich verstehe Sie sogar sehr gut. Ich will einfach... Es ist mir egal, was Sie wollen. Ich sagte Ihnen schon, was Madame Garnier will, und betrachte die Frage als erledigt. Ganz wie es Ihnen beliebt. Wie dumm doch so ein zurückgewiesener Liebhaber sein kann, besonders wenn er noch trotzig wird. Der Mensch verliert in solchem Falle den letzten Funken von Verstand. So war es jetzt auch mit diesem Bruck. Er sah ja gar nicht so dumm aus, benahm sich aber wie ein vollkommener Idiot. Abschnitt 4 Bruck schien für einige Tage verschwunden zu sein. Eines Tages sah ich ihn aber wieder, wie er mit einem großen, dicken Herrn, anscheinend einem Österreicher, sprach. Es war im Vestipül unseres Hotels. Gerade in diesem Augenblick ging Cécile zufällig zum Lift und schenkte mir im Vorbeigehen ein so entzückendes Lächeln, dass mir das Blut in den Kopf schoss. Ich ging entschlossen auf Bruck zu und sagte ihm durch die Zähne über meine eigene Kühnheit staunend, So benimmt sich nur ein Schuft. Ja, ich wiederhole es, Sie sind ein Schuft, und ich bin bereit, es mit jeder beliebigen Waffe zu beweisen. Bruck sah mich erstaunt an. Sie verzeihen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, fordern Sie mich zu einem Duell? Ich kann die Forderung nicht annehmen, da ich mit Waffen nicht umzugehen weiß. Was soll ich also tun, damit Sie verschwinden? Oder wollen Sie vielleicht Geld? Wie meinen Sie das? Vielleicht kann ich Ihnen eine Geldsumme anbieten, damit Sie uns in Ruhe lassen. Der junge Mann schwieg. Wie viel? fragte ich ihn, mit Mühe, das in mir plötzlich aufsteigende Ekelgefühl überwindend. Ich meine, die Summe sollte Ihnen bekannt sein, zehntausend Franken, sagte Bruck sehr lebhaft. Meine Verachtung erstreckte sich beinahe auch auf Madame Garnier, weil sie einem so verächtlichen jungen Mann irgendwelche Herzensrechte hatte einräumen können. Ich gab ihm auf der Stelle einen Scheck über die verlangte Summe und begleitete ihn ins Büro, wo er sich in meiner Gegenwart eine Fahrkarte, und zwar nach Genf, löste. Abschnitt 5 Ein Gewitter war im Anzug, und ich konnte lange nicht einschlafen. Schließlich begab ich mich in den dunklen Hotelgarten und ging in der Allee, in die das Fenster von Madame Garniers Zimmer hinausging, auf und ab. Jeden Augenblick stieß ich auf Jasminbüsche, die betäubend dufteten. In weiter Ferne zuckten blaue Blitze. Es sah so aus, als ob jemand mit einem Zündholz über eine feucht gewordene Schachtel striche. Plötzlich durchzuckte den Himmel ein greller Blitz von längerer Dauer, doch ohne Donnern, und ich sah, wie das Fenster bei Madame Garnier aufging. Im gleichen Augenblick sah ich eine männliche Gestalt in der Richtung zum offenen Fenster vorbeihuschen. Der Blitz hatte mit seinem fantastischen Licht nicht nur die ganze Gegend, sondern auch meine Gedanken erleuchtet. »Bruck ist natürlich nicht abgereist«, sagte ich mir. »Er hat mich angeführt, hat bis jetzt im Garten gelauert und das zufällig geöffnete Fenster entdeckt. Nun will er mit Gewalt erzwingen, was er mit seiner Zudringlichkeit nicht hat erreichen können.« Es war das Werk eines Augenblicks, mich auf den jungen Mann zu stürzen und ihn am Kragen zu packen. Da ich einen Skandal vermeiden und Madame Garnier nicht unnütz beunruhigen wollte, führte ich den Kampf schweigend. Mein Gegner schwieg gleichfalls. Offenbar aus dem gleichen Grunde und noch mehr als das, er bemühte sich sogar, während des Kampfes sein Gesicht zu verdecken, obwohl es nicht mehr blitzte und schwarze Wolken über den Bäumen dahin glitten. Er war viel stärker, als ich hätte annehmen können, und ich begann ihm zu unterliegen. Ich dachte nicht mehr an einen Angriff und beschränkte mich auf Verteidigung. Plötzlich hörte ich Madame Garnier leise, doch deutlich sagen, »Mein Gott, das ist doch schließlich zu dumm!« Ich hob meinen Blick zum Fenster. Mein Gegner benutzte den Augenblick, wo meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf ihn gerichtet war, und verschwand im Dickicht. Auch Cécile war hinter dem Fenster verschwunden, in dem sich nur noch die letzten schwachen Blitze spiegelt. Abschnitt 6 Die ersten Worte, die Madame Garnier an mich am nächsten Morgen richtete, waren, »Erklären Sie mir, was das alles zu bedeuten hat.« Ich wollte Sie vor den unangenehmen Begegnungen mit jenem Herrn schützen. »Ja, Sie erreichen aber damit nur, dass ich die Begegnung mit Ihnen für eine der unangenehmsten halten werde, die ich je im Leben hatte.« »Was soll ich jetzt meinem Manne sagen?« »Sie werden doch zugeben müssen, dass es etwas peinlich ist, vor dem Fenster seiner Frau einen ungebetenen Beschützer zu treffen.« »War es denn Ihr Gemahl?« »Gewiß, er ist erst gestern aus Rom gekommen. Das Schloss in seiner Zimmertüre war verdorben, und da er so spät keinen Schloss erfinden konnte, machte er den Versuch, zu mir durchs Fenster zu gelangen. »Unsere Zimmer liegen im Porta und auf dem gleichen Korridor.« »Und ich glaubte, es sei Bruck gewesen.« »Bruck? Was hat der bei mir zu suchen?« »Das weiß ich natürlich nicht.« »Hören Sie einmal, auch Vermutungen sollen Ihre Grenzen haben. Außerdem ist Bruck plötzlich verschwunden.« »Ich glaube gar, er ist abgereist. Ich kann unmöglich begreifen, warum er nicht die Ankunft meines Mannes abgewartet hat, da er ihm doch sicher meine Schuld von Zehntausend Franken bezahlt hätte. Ich wollte ursprünglich die Sache vor meinem Mann verheimlichen, mußte ihm schließlich aber doch alles sagen. Und dieser komische Bruck verschwindet gerade in dem Augenblick, wo sein Wunsch hätte in Erfüllung gehen können.« »War er also nur Ihr Gläubiger?« Madame Garnier lächelte. »Gewiß, er ist der Vertreter eines großen Geschäftshauses. Ich weiß zwar, dass die gesellschaftliche Position eines Menschen in Liebesangelegenheiten nicht die geringste Rolle spielt, aber Bruck dachte ganz gewiß an keinen Roman mit mir. Auch machte ich wohl auf ihn nicht genügend Eindruck.« Nach einer Pause fügte sie hinzu. »Wir wollen uns aber nicht zanken. Ich bin Ihnen immerhin dankbar, dass Sie mich von diesem Bruck erlöst haben.« Wieder glitt ein Lächeln über ihre Lippen. »Und es ist mir auch heute nicht bekannt, ob Madame Garnier weiß, dass ich ihre Schuld beglichen habe.« Ende von der Rivale Die Kugel im Beet von Michael Alexeyevich Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 1 Die Vögel schwammen, die Vögel jagten vorbei. Eine ganz eigene Welt schien im ewigen grünlichen Mittag des Glases zu wohnen. An die mechanische Schönheit der sich darin spiegenden Gegenstände gemahnend. Auf der dem Hause entgegengesetzten Seite wuchs ein dichter Busch, der die Bank, die in seinem Schatten stand, samt den auf ihr sitzenden Personen vor fremden Blicken schützte und alle weiteren Spiegelungen vereitelte. Und das war schade. Man hatte den Wunsch, in den gleichen winzigen Ausmaßen auch alle Gartenwege zu sehen, das Feld hinter dem Warten, das ganze Bosketkin'sche Haus und die Birkenallee, die zum Hause der Poluglasovs führte. Und auf allen diesen Wegen und Plätzen sollten sich winzige Menschlein bewegen, sich grüßen, zanken und küssen. Über ihnen sollte aber eine winzige, strahlenlose Sonne, so grün und klein wie eine Erbse, leuchten und aus den Wolken, die die Farbe des welken Laubes hätten, sollten dünne Blitze schießen. Eine Kugel ist eben eine Kugel und erinnert stets an einen Globus, folglich an die Welt und an alles Existierende. Doch der grünen Glaskugel im Asternbeet war es beschieden, nur solche Ereignisse zu spiegeln, die sich auf dem freien Platz vor dem Hause und auf der Bank vor dem Busche abspielten, verzerrt, doch ungemein lieblich. Jetzt spiegelten sich darin die Gesichter Schenjas und Schenitschkas, die einander fast berührten. Sie betrachteten interessiert ihre in die Länge gezerrten grünen Fratzen und begannen plötzlich gleichzeitig zu lachen, wobei die Spiegelbilder ihre Münder bis zu den Ohren aufrissen. Um im verkleinerten Maßstabe etwas bemerkbar zu machen, muss man es eben übertreiben. »Die dumme Kugel«, sagte Schenitschka, »sie ist gar nicht dumm, das darfst du nicht sagen. Außerdem gehört sie uns, und du musst sie schon aus dem Grunde liebhaben.« Das Mädchen streichelte die runde Kugelfläche, als ob es eine Glatze wäre. Das sah sehr graziös und verführerisch, doch aus irgendeinem Grunde etwas unanständig aus. Der junge Mann konnte sich nicht länger beherrschen und küßte die streichelnde Hand am Ellenbogen. Schenja nahm ihn lachend bei den Ohren, zog seinen Kopf zu sich heran und küßte ihn auf den Mund. Immer noch nach dem trolligen Spiegelbildes schielend. Im Bilde strebten die Lippen ganz ungeniert einander entgegen. Schenitschka merkte es anscheinend gar nicht und drückte seine Lippen an die des Mädchens, süchtig, fest und ohne Komplikationen. Plötzlich erschien oben auf der Kugel eine lila Schleife. Die Verliebten setzten sich schnell auf die Bank, ohne ihre Hände voneinander zu lösen und die Lippen loszureißen. Sie fürchteten, dass der Abschluss des Kusses von einem zu lauten Knall begleitet sein würde. Sie blickten erschrocken und zugleich belustigt. Schenja deutete mit den Augen auf den plötzlich auf der Kugel erschienenen Kopfschmuck. »Es ist die Mama!« Schenitschka trennte seine Lippen behutsam von den ihrigen und holte Atem. Die Stimmen kamen bald näher und entfernten sich bald wieder. Frau Bosketkin und Frau Poluklasow spazierten auf und ab. »Die schönste Zierte ihres Gartens ist natürlich diese Kugel. Sie erfreut ungemein das Auge«, sagte Frau Poluklasow, und die Hausfrau erwiderte, ohne stehen zu bleiben. »Gewiss, meiner Ansicht nach ist ein Garten ohne eine solche Kugel überhaupt nichts wert.« Schenitschka drückte Schenja die Hand, als ob sie die grüne Glaskugel wäre. Sie wußte den Händedruck richtig zu deuten und erwiderte ihn mit ihren feinen, rosenroten Fingern. Dann hüpfte sie flink wie ein Vogel aus dem Gebüsch hinaus, während ihr Kavalier sich eine Zigarette ansteckte und rauchend zurückblieb. Ihre hohe Stimme vermischte sich mit zwei anderen Stimmen und verhallte auf der Veranda. Schenitschka sagte aber mit Nachdruck und so laut, als ob er eine Visitenkarte lese. »Shenja Dmitrijevna Posketkin«. Nach einer Weile sagte er im gleichen Tone »Shenja Dmitrijevna Poluklasow«. Beim Gedanken an die Möglichkeit einer solchen Metamorphose lächelte er selig. Vor der Kugel erklangen nun mutierende Altstimmen. Es waren Saschuk, Maschuk und Durimiddand. Auch sie sprachen von der Kugel, doch in einem ganz anderen Sinne als die beiden älteren Damen. Die Gäste suchten den Schmuck des Asternbeetes herabzusetzen, während ihn die Kinder des Hauses überzeugt und energisch verteidigten. »Ihr habt keine Kugel. Dafür hat unser Papa einen Säbel. Er ist Offizier gewesen. Und euer Papa ist Zivilbagage.« Der Älteste unter ihnen, der fünfzehnjährige Dorimiddand, der bereits einen Schnurrbart hatte und sich dessen schämte, sagte »Das ist ganz gleich. Beide dienen dem Kaiser und dem Vaterlande.« Der Gedanke, dass Dmitri Petrovic dem Kaiser und dem Vaterlande dienen könne, kam Saschuk, der von solchen Dingen eine romantische Vorstellung hatte, ungemein komisch vor. Das Gelächter ging bald in eine Schlägerei über. Nun kam Schnitschka, der seine Zigarette zu Ende geraucht hatte, aus dem Gebüsch heraus und zupfte alle Kinder, wie die Fremden so auch die eigenen, an den Ohren, ohne Dorimiddand mit dem Schnurrbart auszuschließen. Auf das Geheil kamen die beiden Mütter heraus und blieben entsetzt, eine jede vor einem anderen Pfosten der Veranda stehen, während sich Genia vor Lachen und Verliebtheit das Gesicht mit den Händen bedeckte. Diese ganze Szene spiegelte sich ungemein deutlich in der Glaskugel. Aber niemand achtete darauf. Abschnitt 2 Ländliche Zurückgezogenheit gleicht einem Vergrößernes Glase, in dem sie jede Bagatelle in einem größerten Maßstabe erscheinen lässt. Die Schlägerei unter den Kindern und einige verdrießliche Worte waren schon ein hinreichender Grund zur Auseinandersetzung. Der Tag war regnerisch, und alle versammelten sich im Esszimmer. Beide Väter, wie der Zivilist so auch der Militär, schämten sich ein wenig der übertriebenen Empfindlichkeit ihrer Frauen. Alle drei Kinder steckten die Köpfe zum gleichen Fenster in den Regen hinaus, wetteten, auf wessen Gesicht und auf welchen Teil des Gesichts der nächste Tropfen fallen würde, und tauschten feinselige Bemerkungen aus. Jenitschka saß mit den Erwachsenen am Tisch und blickte fortwährend ins anstoßende Zimmer, wo ab und zu Jenias grün gestreiftes Kleid vorüberhuschte. Jeden Augenblick knarrte die Türe, und das Dienstmädchen kam und ging. Die beiden Hunde bellten die Katze an, die auf die Kredenz gesprungen war und auf sie mit gesträubtem Fell doch schweigend herab sah. Der Zeisig schmetterte drauf los. Dorfweiber boten durchs offene Fenster Erdbeeren an. Die Kinderfrau zog die Wanduhr auf, und wenn für einen Augenblick alles still wurde, so hörte man draußen durch das Rauschen des Regens hindurch Bauern schimpfen und Heuwagenräder quietschen. Veronika Pladonowna-Bosketkin hielt Annaldowna Poluklasow eine Tasse Milch hin und wartete anscheinend, dass die Dame endlich, wenn nicht mit einer Entschuldigung, so doch wenigstens mit einer Erklärung herausrücke. Annaldowna hatte die gleiche lila Haube auf, die gestern so plötzlich auf der Glaskugel erschienen war. Ohne sich viel darum zu kümmern, dass lila ebenso wenig zu grün passte, wie die Gegenwart zweier Mütter zu dem Stelldichein. Aber Anna Pladonowna schwieg, und die Hausfrau begann nun selbst, indem sie auf die Seite blickte und sich mühe gab, möglichst objektiv zu erscheinen, Kinder sind eben Kinder, und man kann, ja man soll ihren Worten keine Beachtung schenken. Wenn sie aber zu ihren Streichen von Erwachsenen angestiftet sind! Anna Pladonowna machte runde Augen und bekam plötzlich auffallende Händigkeit mit ihrem Sohn, der sich in diesem Augenblick verlegen das Knie kratzte. Wenn sie nur die Worte der Erwachsenen nachsprechen und solche Ausdrücke gebrauchen! »Ja, was ist das für eine Redensart, Zivilbagage! Was bedeutet Zivilbagage?« fiel plötzlich Herr Bosketkin ein, während sich sein von einer hellen Weste umspannter Bauch wie ein Segel im Winde blähte. Niemand gab darauf Antwort. Draußen brüllte eine Kuh. Der Zei sich zwitschte, die Uhr schlug elf, und die Kinderfrau sprang mit den Bantoffeln schlappend vom Taburett und erklärte, »Jetzt ist sie in Ordnung.« »Du kannst gehen. Was fällt dir plötzlich ein, dieses Altertum aufzuziehen?« bemerkte Dmitri Petrovic und wiederholte darauf seine Frage, doch mit viel weniger Effekt. »Ich frage, was heißt Zivilbagage?« Die Kinderköpfe im Regen platzten beinahe vor Lachen. Die Erwachsenen schwiegen empört. »Maschuk, die die tapferste war, gelte. Jetzt hat es dem Saschuk auf die Nase getropft.« »Teufel«, rumte Dory Medond mit seiner Bassstimme. »Ensetzlich ungezogene Kinder«, bemerkte Frau Paul Lukasow, sich von ihrem Platz erhebend. »Es sind auch die Irigen dabei«, entgegnete Frau Bosketkin und gab ihrem Mann einen Wink. Dieser zog seinen Bauch etwas ein und sagte, mit noch viel weniger Effekt, »Marsch in den Garten, es regnet nicht mehr.« Die Hunde fassten diese Worte wie ein Kommando »Rührt euch auf« und begannen zu bellen. Die Kinder schienen dagegen taub zu sein. Jenitschka packte seine Schwester von rückwärts und zog sie vom Fenster fort. Maschuk schrie wie am Spieß und strampelte mit den Beinen, die in karierten Strümpfen steckten und bis über die Knie hinauf sichtbar wurden, worüber sich die Jungs unbändig freuten. Jemand schlug heftig die Türe zu. Der Wandteller fiel herab. Es war ein ganz gewöhnlicher Teller mit einer blauen Windmühle, den die Bosketkins, man weiß nicht warum, an die Wand gehängt hatten. Die Hunde sprangen endgültig hinaus und Anna Lwowna nahm ihre lila Haube ab und sagte, »Es ist so furchtbar spül!« Die hinausgeworfene Maschuk schrie bereits im lassen Grase. Saschuk schmiß die Tellerscherben umher, der Rimeton schämte sich, die Hunde bemühten sich, Herrn Poluklas auf die Nase zu lecken. Und dieser Letztere, einem verbogenen Holzspan aus einer Kuchenschachtel nicht unähnlich, beteuerte, dass er, obwohl er selbst bei der Kavalerie gedient habe, auch die Verdienste eines Zivilbeamten zuwürdigen müsse. Veronika Platonowna erwartete noch immer im allgemeinen Stimmengewirr, dass Anna Lwowna sich endlich entschuldige. »Nehmen Sie vielleicht noch eine Tasse Milch?« »Sie entschuldigen, es ist zu spül!« Die Hausfrau blickte zerstreut zum Fenster hinaus, wo unter einer schwarzen Regenwolke die Wiese in den Strahlen der neu erschienenen Sonne im giftigen Grün leuchtete. »Wollen wir ein wenig spazieren gehen?« »Schenitschka, wir gehen!« »Sofort, Mama!« »Geh nur voraus, ich suche meine Pfeife!« Viel grüner als die Wiese war das gestreifte Kleid, das ins Zimmer huschte, sobald die Haustüre ins Schloss fiel. »Deine Pfeife, deine Pfeife, du Scheusal! So suchst du deine Pfeife!« Sie standen beide an der Schwelle und küßten sich lachend nach jedem Worte. Die Uhr schlug zwölf, eins, zwei. »Kinderfrau!« »Kuß!« »Kinderfrau!« »Wieder!« »Was hast du, drei Küsse, mit dieser Uhr gemacht?« »Der süßeste!« Die grüne Kugel spiegelte gleichgültig und etwas höhnisch die gleichförmigen Tage und Abende. Es gab keinerlei Abwechslungen, und die ungewisse, konfuse Eintracht zwischen den beiden Familien lag in den letzten Zügen. Das machte auf die empfindsame Veronika Platonowna einen großen Eindruck. Wie alle anderen Menschen betrachtete sie den Sommer als eine Jahreszeit, in der alle Beschäftigungen und seelischen Regungen eine Veränderung erfahren und selbst gänzlich abgeschafft werden, wobei an ihre Stelle Fadesgeschwätz und Nichtstun treten. Die gleiche Sonne ist in der Stadt gar nicht imstande, die ganze Dummheit und Faulheit zu wecken, die in irgendeinem Seelenfache eines jeden sonst gar nicht so dummen und faulen Menschen schlummert. Sommer, du Jahreszeit mit den langen Tagen, mit den königlichen schmelzenden Abenden, Blumen, Beeren, stets offenen Fenstern, du Höhepunkt aller Kraft und allen Wachstums, da du jedes Gefühl und jede Tatkraft wächst. Was hat man aus dir gemacht, dass du selbst dem stupidesten Menschen als der Gipfel der Stupidität und Trägheit erscheinst? Wann sollten alle unsere Gefühle, Gedanken und Regungen in voller Blüte stehen? Wann sollten wir schaffensfreudig sein und liegen stattdessen wie ohnmächtige Schlafmützen umher? Im Sommer. Wann sollten wir unsere Blicke nur für den Himmel, das Gras, die Liebe und jede Schönheit des Lebens offen haben und sehen stattdessen lauter Dummheit, zweckloses Herumschlendern und Sommerfrischler? Im Sommer. Sommer, du liebe schöne Jahreszeit, welche böse, verschlafene Fee hat dich vergiftet? Die gleiche Fee stocherte halb im Schlafe mit einem stumpfen Stäbchen die Seele Veronika Pladonownaß, die im Morgenrock und ohne Strümpfe hinterherabgelassenen Rollos saß. Sie starrte im Halbdunkel auf die bäuchige Kommode und wartete, daß die Hitze etwas abnehmen möchte. Auf einem Tablett leuchtete schwach ein Glas gelbliche Limonade. Das Summen einer Wespe, die sich zwischen dem Rollo mit der darauf gemalten Tiroler Landschaft und der Fensterscheibe verfangen hatte, hielt ihren Geist rege und übte zugleich eine einschläfernde Wirkung aus. Die Fenster waren zu, damit die glühende Luft sich im Laufe des Tages nicht im Schlafzimmer aufspeichert. Es roch dumpf und etwas säuerlich. Wenn sie überhaupt an etwas dachte, so doch nur an die Nachbarn, und das auch ohne jede Bosheit. Ihre Gedanken konnten sich vor Hitze kaum regen. An die Türe wurde geklopft. Oder kam es ihr nur so vor? Es klopfte wieder. »Wer ist draußen?« fragte Frau Bosketkin, ohne sich zu rühren. Saschuk trat ein, die Mütze von der schweißdrieffenden Stirn in den Nacken geschoben. »Was willst du?« »Mama, was gibt's?« »Bei den Boluklasovs?« »Was ist denn bei Ihnen los?« Veronika Pladonowna erzitterte im Halbdunkel wie ein Gelee. »Komm mit, wir wollen es dir zeigen.« »Was ist denn geschehen?« »Kannst es mir so sagen?« »Wohin soll ich bei dieser Hitze und ausgezogen, wie ich bin, gehen?« »Mama, komm mit, es ist wirklich sehr interessant.« Der Junge war auffallend freundlich. Bei den Nachbarn war sicher etwas ungemein Ekelhaftes oder Lächerliches passiert. »Ach, dieser Saschuk, warte, ich will mich etwas anziehen.« »Das brauchst du nicht, es ist ja niemand da, niemand wird dich sehen.« Vor der Türe hüßelte Dorimedont. Die Glut und das Licht fielen auf die Köpfe wie Eisenbleche herab. Veronika Pladonowna blieb unentschlossen stehen. Saschuk warf ihr aber einen flehenden Blick zu. Und Dorimedont brummte, »Es ist nicht weit.« Sie gingen zum Gartenzaun. Die Hausschuhe klatschten im Grase, und die gelblichen, ungepflegten Fersen der Frau Bosketkin riefen gewisse Schlachtenbilder in Erinnerung. Sie gingen durch den Garten, durchquerten die schattige Allee und den Platz vor den Stallungen und bogen von der Landstraße direkt in das Gehölz ab. Frau Bosketkin verlor im sumpfigen Boden einen Schuh. Dorimedont fischte ihn heraus und behielt ihn, da er ganz durchnäßt war, in der Hand. Die Mutter zog auch den anderen Schuh aus und setzte den Weg barfuß fort. Sie war ganz von der Vorahnung der wichtigen Dinge, die ihr die Söhne zeigen wollten, erfüllt, und dachte zugleich auch darüber nach, wie sie sie bestrafen würde, wenn sie sie angelogen haben sollten. Hier, flüsterte Saschuk, auf einem breiten Spalt im Boluklasowschen Gartenzaune zeigend. Veronika Platonowna suchte lange nach einer günstigen Stellung und drückte schließlich ihr Gesicht gierig an den Zaun. Alle schwiegen. Die Mutter riss sich endlich los, wie ein Blutegel, der sich vollgesogen hat. Sie war über und über rot. »Hast du's gesehen?«, fragte Saschuk. Sie nickte nur hastig mit dem Kopf und beugte sich wieder zum Spalt, als traute sie ihren Augen nicht. Doch nein, weder die Augen noch die Söhne hatten sie betrogen. Vor der Veranda stand mitten in einem Beete ganz unschuldig, glühend, glänzend und frech. Ja, das ist der richtige Ausdruck, frech. Eine knallrote Glaskugel, und die Sonne spiegelte sich in ihr wie ein rubinroter Knopf. Frau Bosket ging wie sie schweigend auf den Boden nieder. Die Söhne standen ehrfurchtsvoll vor ihr. »Schnell nach Hause, Papier und Bleistift«, sagte sie endlich. Der Rimetond rannte wie ein Jagdhund davon, im Laufen die Hausschuhe seiner Mutter gegeneinander schlagend. Saschuk setzte sich in Erwartung auf den Boden. Die Mutter schwieg noch immer. Der Junge versuchte sie, von ihren traurigen Gedanken abzulenken, und begann. »Wir haben schon so lange keinen Quarkkuchen gehabt.« Aber die Mutter gab ihm, mit einem Blick zu verstehen, wie deplatziert in diesem Augenblicke solche idyllischen Wünsche waren. Endlich brachte der Rimetond das Papier. Veronika Platonowna schrieb zwei Zeilen und kommandierte mit finsterer Miene. »Klettere über den Zaun und befestige den Zettel an die Kugel.« »Eine nette Kugel haben sie sich angeschafft, diese Bauern, knallrot!« Veronika Platonowna war so betrübt, dass sie sich gar nicht vom Platze rührte. Sie starrte wie geistesabwesend auf die Schuhsohlen und die mit Grasflecken übersäte Leinwandhose der Rimetons, der über den Zaun kletterte. Aber der Zettel wollte an der glatten Glasfläche nicht halten. Saschuk fiel es ein, dass er ein Stück Schwarzbrot in der Tasche hatte. Er warf es in den Nachbargarten hinüber und blieb selbst bei seiner Mutter, die die Tätigkeit der Rimetons durch den Spalt im Zaune verfolgte. »Spuck doch auf das Brot!« riet sie der Rimetond, ohne sich vom Spalt loszureifen. Schließlich musste man den Zettel auf das Beet neben die Kugel legen und mit einem Stein beschweren. Auf dem Zettel standen folgende Worte. »Das ist unkorrekt. Wir bitten Sie, uns nicht mehr zu besuchen. So etwas nennt man Gemeinheit.« Es ist unbekannt, wessen Handlung Frau Bosketkin mit den Worten Gemeinheit bezeichnete. Diplomatische Noten sind aber oft doppelsinnig. Abschnitt 4 Das Schicksal hatte wohl selbst die Absicht, die Zusammenkunft des Genias und Genitschkas möglichst poetisch zu gestalten. Jetzt konnten sie sich nur noch nachts in aller Heimlichkeit treffen. Dem Poluklasows war ja der Zutritt zum Nachbargarten verwehrt. Genitschka kletterte allnächtlich über den Zaun und Genia setzte sich jedes Mal einen weitkrempigen Strohhut auf. Der junge Mann saß rittlings auf dem Zaune, wandte sein Gesicht mit der stumpfen Nase dem Monde zu und sagte laut. »Leb wohl, Gevater, grüße Genia von mir.« Dann sprang er schnell hinunter und begab sich langsam schleppenden Schrittes nach Hause. Einige zusammengeschrumpfte Welkeblätter am Wege warfen winzige Schatten auf den im Monde weiß glänzenden Sand. »Bald geht's in die Stadt«, dachte Genitschka, indem er den Hut in die Hand nahm und seine Schritte verlangsamte. Als Genia vom Städtchen einheim kehrte, setzte sie sich, ohne den Hut abzulegen, auf einen niederen Schemel vor ihrem jungfräulichen Toilettentisch, auf dem zwischen Seife, Zahnpulver und Ottokollonch allerlei Kram herumlag. Eine leere Bonbonniere, ein angebissener Apfel, ganz gewöhnliche Steinchen vom Flussufer, eine tote Libelle in einer Zigarettenschachtel und ein Puppenmeter. Im Mondlichte glänzte das Glas der Ottokollonch-Flasche in drollig-blauem Lichte, und die durchsichtige Armorette auf dem Etikett sah wie eine lila Wasserleiche aus. Genia steckte einen Lichtstummel an und lächelte ihrem Bilde im Spiegel zu. »Ganz wie eine Großmutter sehe ich in diesem Hut aus. Ich dachte nicht, dass ich ihn jemals aufsetzen werde. Ich wußte ja nicht, dass ich Genitschka kennenlernen werde.« Genitschka, Genitschka, lieber Mond, die Tage sind jetzt langweilig. Ich werde aber morgens länger schlafen und tagsüber Krieg und Frieden lesen. Sie beschloß, diese Nacht aufzubleiben, schlief aber vor dem offenen Fenster sitzend ein. Als sie erwachte, sah sie die ersten Sonnenstrahlen, die hinter der Scheune hervorschossen, und ein Küken, das vor ihr auf dem Fensterbrett stand und die Blumen auf ihrem Kleide zu picken versuchte. Genia lachte leise auf. Das Küken sprang ungeschickt hinunter und rannte auf seinen langen Beinen davon, komisch mit dem zölligen Steiße wackelnd. »Es ist doch gescheiter, sich noch hinzulegen, als gleich mit dem Tolstoi zu beginnen. Natürlich ist Tolstoi ein Genie, aber Genitschka ist ihr lieber.« Der Mond hatte eine geschwollene Backe und wurde von Tag zu Tag unsymmetrischer. Dies verminderte aber weder sein Licht, noch hinderte es unser Paar, allnächtlich auf der Bank vor der Kugel, vor der echten grünen Kugel zusammenzukommen. Die Bank bewahrte treu das Geheimnis der Liebenden und ihre verschlungenen Monogramme, die auf der unteren Fläche des Brettes eingeschnitten waren. Während Genitschka auf dem Rücken lag und schnitt, lachte Genia und fürchtete, dass sie ein Federmesser durch die Bank dringen, oder dass er sie bei den Beinen packen würde. »Hier, hier?« fragte Genitschka mit dem Messer die Bank von unten abklopfend. »Du, untersteh dich nicht. Und ich stehe sowieso nicht auf.« Die Kinder konnten oben auf der Bank beliebige Dummheiten schreiben. Ihre Namen werden für immer erhalten bleiben. Genia steckte einmal den Kopf unter die Bank, um sich die Monogramme anzusehen. Genitschka backte sie aber und begann sie, sich zum Lohne so stürmisch zu küssen, dass sie mit den Beinen ausschlug und ein böses Gesicht machte. Das war noch damals, als sie sich am Tage treffen konnten. Wer kann aber nachts bei Monschein schnitzen? »Die Vögel im Wald singen nicht mehr, denn wievielsten haben wir heute?« »Das sage ich nicht.« »Warum, was dir nicht einfällt?« »Ich will dich so viel mal küssen, dann kannst du das Datum abzählen.« »Dann wird sich herausstellen, dass heute der 76. August ist.« »Das wirst du sehen.« Und er küsste sie fünfmal. »Ist das alles?« »Heute ist der 5. August.« »Ach so.« »Willst du, dass es der 100. September wird?« »Ich erzähle mich nicht.« »Lass die Dummheiten, Szenitschka. Bald müssen wir ja wieder in die Stadt. Dort wird es weder die Bank, noch den Mond, noch die Kugel geben.« »Die Kugel können wir ja mitnehmen.« »Glaubst du vielleicht, dass sie auch in der Stadt unseren Garten spiegeln wird?« »Du bist wie jener Herr, der aus Karzbad eine ähnliche Kugel mitgebracht hatte und sehr empört war, als er in ihr den Karzbader Kurpark nicht mehr sehen konnte.« »Du bist ganz erstaunlich dumm.« »Die Kugel wird aber auch in der Stadt spiegeln können, wie wir uns küssen.« »Wirst du sie denn immer mit dir herumtragen? Du bist ein Märchen.« »Es kommt, weil ich dich so sehr liebe.« »Nein, es kommt, weil du auch bei dir im Garten eine Kugel aufgestellt hast. In deiner Kugel küsst sich niemand. Sie ist dumm und geschmacklos. Wie kann man sich nur eine knallrote Kugel anschaffen? Puhi, wenn du dich wenigstens mit mir beraten hättest.« »Ich habe sie ja gar nicht angeschafft. Ich habe sie überhaupt nicht gesehen.« »Jedenfalls ist eure Kugel garstig und die unsere gelieb.« »Mama hat vollkommen recht.« »Was kann ich dafür?« »Alles kannst du dafür. Nun sind alle verzankt, und das ist ärgerlich und dumm. Wiederhole es. Ärgerlich und dumm.« »Ärgerlich und dumm.« »Und die poluklasowsche Kugel ist garstig und die unsere gelieb.« »Und die unsere gelieb.« »Nein, schwindel nicht. So musst du es sagen. Und die Bosketkinche ist lieb.« »Und die Bosketkinche ist lieb.« »Und wo ist die erste Hälfte?« »Welche Hälfte?« »Die poluklasowsche Kugel ist garstig.« »Die poluklasowsche Kugel ist garstig.« »Und die Bosketkinche ist lieb.« »Und die Bosketkinche ist lieb.« Genia schwieg unter ihrem Großmutterhut, und Genitschka drückte ihr mechanisch die Finger. »Warum brichst du mir die Finger? Bin ich denn ein Dienstmädel?« »Wieso ein Dienstmädel?« »So macht man nur einem Dienstmädel den Hof.« »Ich weiß es nicht. Ich habe noch niemals einem Dienstmädel den Hof gemacht.« »Ich auch nicht.« »Ich mache auch dir nicht den Hof.« »Was tust du denn?« »Ich liebe dich.« »Nein, du liebst mich nicht. Du bist nur verliebt. Verstehst du, verliebt. Der Papa liebt die Mama, mich und meine Schwester. Man liebt Kuchen. Und du bist verliebt. Ja?« »Ich weiß nicht. Mir scheint, ich liebe dich.« »Pfui, du bist fad. Ich will ja, dass es schöner klingt, und du bist so eigensinnig. Vielleicht einigen wir uns so. Du liebst mich und bist in mich zugleich verliebt.« Sie wurde etwas nachdenklich und sagte, »Weißt du, ich glaube, dass du mich weder liebst noch in mich verliebt bist.« »Wieso, Genia, was fällt dir ein?« »Nichts fällt mir ein. Aber es ist wahr. Wenn du mich liebtest, hättest du dir die rote Kugel nicht angeschafft.« »Genia, ich sagte dir ja, dass ich sie gar nicht angeschafft habe.« »Das ist mir ganz gleich. Ihr hättet eben die Kugel nicht.« »Bist du aber heute eigensinnig.« »Ich bin eigensinnig. Du bist selbst eigensinnig wie drei Esel. Also kurz und gut, solange bei euch im Garten das rote Scheusal steht, sollst du dich nicht unterstehen, wieder herzukommen. Du darfst auch jetzt nicht auf unsere Kugel schauen. Sie ist lieb, sie ist nett, sie ist goldig. Ich liebe sie, und dich liebe ich nicht.« Sie begann, die Kugel zu küssen. Als sie aber ihr Gesicht der glänzenden Fläche näherte, zeigte ihr das Spiegel mit einem solchen Mund und einer solchen Nase, dass sie sofort den Streit vergaß und Genitschka im Ärmel zupfte, damit auch er das Bild sehe. »Schau nur, was für eine Fratze. Zieh dich auch selbst an.« »Ist das Schenitschka Poloklasow?« »In fünf Jahren wirst du so aussehen.« Sie seufzte auf, richtete den Blick auf den Mondreflex an der Spitze ihres Lackschuhs und sagte bemütig. »So stehen die Sachen. Wann kommst du also wieder?« »Selbstverständlich morgen.« »Glaube nur nicht, dass ich Spaß mache.« »Das glaube ich gar nicht.« »Und bilde dir nicht ein, dass du mich anführen kannst.« »Auf Wiedersehen morgen«, antwortete Schenitschka und blickte Genia nach, wie sie durch den Garten zum Hause ging, wo das Fenster ihres Zimmers offen stand. Unterwegs wandte sie sich aber doch noch um und sagte zerstreut, »Also morgen.« Am nächsten Abend kam Schenitschka wieder zum Stelldichein. Eine Folge davon war, dass Anna Alblowna, als sie morgens in ihren Garten hinaustrat, plötzlich finster wurde, sich die Augen rieb und einen entsetzten und empörten Blick auf das Beet richtete. Die rote Kugel war verschwunden. Selbst der Stock, an dem sie gesteckt hatte, war weg. Die rot-gelben Ringelblumen bildeten den einzigen farbigen Fleck im Beete. Anna Alblowna sah sogar zum Himmel empor, als ob sich der verschwundene Gegenstand seinerseits in der Sonne spiegeln könnte. Das Ringelblumenbeet sah nur aus der Ferne unberührt aus. Bei näherer Betrachtung zeigte es sich, dass es von Glassplittern übersät war. Jeder Splitter war von der einen Seite glänzend rot und von der anderen bleigrau. In einem jeden war ein heiterer Himmel mit einer strahlenden Sonne zu sehen. Nun fiel Anna Alblowna auch der Zettel ein, der hier vor vier Tagen gelegen hatte. Sie wandte sich zur Veranda und winkte mit der Hand, als ob sie vor Empörung die Sprache verloren hätte. Ihr Mann, der in diesem Augenblick, wo er nicht mit dem kleinen und dicken Nachbarn sprechen musste, wie ein unverbogener Spahn von einer Spahnschachtel aussah, merkte sofort ihre Bewegungen. Er hob seine spitze Nase, um sich den Zwicker aufzusetzen, und eilte in straffer, militärischer Haltung zu seiner Frau. Seit der letzten Schlägerei unter den Kindern, musste er jedes Mal, wenn die Rede auf die Bosketkins kam, an seine Militärzeit denken. Anna Alblowna zeigte ihm stumm die Scherben, an denen bereits ein herbeigeeilter Hund schnüffelte. »Was ist das?« fragte Alexander Jakoblewitsch, indem er seinen Zwicker zurechtdrückte und sich wieder in einen verbogenen Spahn verwandelte. Die Frau zeigte mit der einen Hand auf die Scherben und stützte sich mit der anderen auf ihren Mann, zu dem sie zugleich vorwurfsvoll empor sah. Maschuk näherte sich, auf dem einen Bein hüpfend dem Tatort. »Und wo ist die Kugel?« fragte sie. Anna Alblowna schmiegte sich noch fest an ihren Mann. »Und wo ist die Kugel?« wiederholte Maschuk und sprang auf einen der Scherben, der unter ihrem Absatz knackte. Im Fenster zeigte sich Szenitschka mit einer Flöte in der Hand. Er begann sehr traurig und ruhig und so leise, als bließe er in eine Flasche, eine Tonleiter zu spielen. »Schweig, Idiot!« schrie ihn der Vater an und wandte sich wieder an seine Frau. »Wenn das Ihr Werk ist, so gibt's dafür überhaupt keine Bezeichnung.« »Wer hat es denn tun können?« »Zuerst der Zettel und jetzt diese Gemeinheit«, jammerte Anna Alblowna. Maschuk zerdrückte mit ihren Absätzen alle Scherben nacheinander, wobei sich die kleinen Sonnen gleichsam durch Teilung vermehrten. Und wiederholte fortwährend wie ein Papagei. »Und wo ist unsere Kugel? Und wo ist unsere Kugel? Die arme Kleine, wie sie erschüttert ist«, sagte Frau Poluklasow mit matter Stimme. Hinter dem Zaune erklang ein verhaltenes Lachen, und dann kam es wie ein Echo. »Und wo ist unsere Kugel?« »Zieh, horchender die Schurken«, schrie Anna Alblowna so gellend, als ob sie erst jetzt ihre Kräfte wiedergewonnen hätte, und stemmte die linke Hand in die Hüfte. Jenitschkas Kopf verschwand augenblicklich wie in einer Versenkung. Nur noch die Flöte war im Fensterrahmen zu sehen. Sie hing gleichsam von selbst im Raume. Der Papa schrie ins Leere laut wie ein Kommando. »Ich werde euch, ihr Esel und Pflege!« Freche Bande behaarte Frau Poluklasow. Hinter dem Zaune wurde es still. Maschuk, die soeben den letzten Scherben zertreten hatte, erwartete mit Spannung, was nun kommen würde. »Schurken«, schrie Alexander Jakovlewitsch ins Gebüsch. Die Flöte verschwand, und im Fensterrahmen war nichts mehr zu sehen. Maschuk schlug die Hände zusammen und rannte wie der Wind davon. Die kurzen Höschen, von denen das eine Bein länger war als das andere, ließen das Mädchen viel kleiner erscheinen, als es war. »Wo willst du hin?« »Zum Hausmeister«, klang es vom dritten Gartenbeet zurück. »Die Arme ist von Sinnen«, sagte die Mama und brachen Tränen aus. »Mir ist es weder um das Geld noch um den Gegenstand als solchen zu tun. Aber die Frechheit ist empörend.« »Das darf man nicht so gehen lassen«, antwortete der Gatte, sich noch einmal zum Zaune wendend, hinter dem alles still war. Darauf ließ er den Wagen anspannen. Abschnitt 6 »Eines stand nur fest, dass sie aus der Stadt kamen.« Der eine von ihnen war groß und sah wie ein Ladenkommiss aus. Er hielt die Hände vor sich im Schoß ausgestreckt und sah unverwandt auf den Nagel, auf den auch die Blicke des anderen, der eine Postbeamtenuniform trug, gerichtet waren. Die Uhr, die die Kinderfrau der einst aufgezogen hatte, stand schon wieder. Die beiden Besucher waren anscheinend auch einander unbekannt, und während der ersten halben Stunde sagte keiner von ihnen ein Wort. »An diesem Nagel hat offenbar etwas gehangen. Sie haben es aber wohl entfernt«, sagte der eine auf den Nagel weisend. »Ja, ganz sicher«, entgegnete der andere, indem er von seiner Backe eine Fliege verscheuchte, die sich nun sofort auf seiner Nase niederließ. »Herr Bosketkin lässt aber lange auf sich warten.« »Vielleicht schläft er«, »der erste sah schweigend auf seine emaillierte Taschenuhr und zeigte sie dem anderen.« Die Türe ging auf, und Veronika Platonowna trat ein. Da sie die beiden Herren nicht kannte, hatte sie ihren Morgenrock anbehalten und ihre Toilette nur durch die Haube mit der lila Schleifwässer vollständigt. Sie musterte die Gäste mit einem geringschätzlichen, doch zugleich argwöhnischen Blick und forderte sie nicht zum Sitzen auf. Die beiden saßen ja sowieso und waren gar nicht aufgestanden, weil sie nicht wussten, ob das Erscheinen Veronika Platonownas sie etwas anginge. »Sie wollen zu meinem Mann?«, fragte sie gerade heraus. »Wir kommen zu Dmitri Petrovich-Bosketkin«, antworteten sie einstimmig, indem sie sich gleichzeitig erhoben. »In welcher Angelegenheit?« »Wir wollten ihn eigentlich persönlich sprechen.« »Unsinn, ich bin seine Frau, und Sie brauchen sich vor mir nicht zu genieren.« »Uns hat Herr Poluklasow hergeschickt«, sagte der eine. »Wir möchten die Bevollmächtigten der Gegenpartei sprechen«, fügte der andere in etwas offiziellerem Ton hinzu. Als Veronika Platonowna merkte, dass es sich um eine sehr ernsthafte Angelegenheit handelte, wurde sie sofort hochmütig und aggressiv. »Sie kommen von den Poluklasows? Sie müssen mich entschuldigen, aber es sind so dumme und freche Menschen, dass ich mich wundern muss, wie man von ihnen irgendwelche Aufträge annehmen kann.« »Sie sagten dumme und freche Menschen?« »Ja, und das nehme ich nicht zurück.« Die wurde einer Dame fallen, nach dem Komment sowieso nicht ins Gewicht. »Außerdem haben die Poluklasows genau dasselbe von Ihnen gesagt«, fügte der Postbeamte hinzu. »Von uns?« »Ja, wir sind eigentlich nur dazu hergekommen, damit uns Herr Bosketkin die Herren namhaft macht, mit denen wir alle näheren Vereinbarungen darüber treffen können, wo und wann es durch die Waffen entschieden werden soll, wer der dümmere und frechere ist«, sagte der Kommiss sehr feierlich. »Die Hausfrau schwieg eine Weile und rief dann gar nicht feierlich, dafür aber laut.« »Hinaus, packt euch!« »Ein Duell, ich kann euch ganz ohne Duell beweisen, dass nicht einmal der verrückte Poluklasow, sondern ihr beide die allerdümmsten und frechsten und in jedem Falle die lächerlichsten Menschen seid.« »Hinaus mit euch!« In der Türe stand plötzlich Herr Bosketkin. »Das ist mein Mann. Ihr könnt mit ihm reden, soviel er wollt. Ich bin überzeugt, dass er euch dasselbe sagen wird wie ich.« »Um was handelt es sich?«, fragte Dmitri Petrovic. »Sie kommen mit einer Forderung von Poluklasow,« sagte die Gattin, in einem so wegwerfenden Tone, dass jedes andere minder unbekannte Paar Menschen vor Scham in die Erde versunken wäre. »Ich nehme die Forderung an.« »Herr Poluklasow glaubt wohl, dass er, da er einmal vor fünfzig Jahren einige Tage beim Militär war, jedermann beleidigen darf?« »Ich nehme die Forderung nicht nur an, sondern ich fordere ihn auch selbst. Habt ihr es gehört, und nun packt euch!« »Haben Sie es gehört?« bemerkte Veronika Platonow nasanft. »Ich sagte Ihnen ja, dass mein Mann dasselbe sagen wird.« »Sie entschuldigen, Ihr Herr Gemahl hatte eben gerade das Gegenteil davon gesagt.« »Folglich lüge ich, nicht wahr? Oder seid ihr taub?« »Mama, ich habe alles gehört, ich kann nichts dafür,« erklang plötzlich aus dem Garten Schenjas Stimme. Ihr Kopf wurde im Fenster bis ans Kinn sichtbar, alle schwiegen, und die Stimme rieselte wie ein ruhiges Bächlein dahin. »Diese Herren fordern Papa zum Duell, weil bei den Poluklasows die Kugel kaputt gegangen ist. Papa ist aber gar nicht verantwortlich, ich habe die Kugel kaputt gemacht, und Poluklasow muss ich mit mir auseinandersetzen. Ich bin ja schon siebzehn.« »Was? Du hast es also getan, mein Kind?« rief Veronika Platonowna, indem sie sich zum Fenster hinausbeugte, um die Tochter zu küssen. Zwischen Jacke und Rock wurde sofort ihre Leibwäsche sichtbar. Herr Bosketkin wartete am Fenster, dass auch er an die Reihe käme, die Tochter zu umarmen. Er ließ indessen seine Blicke geduldig über die Landschaft schweifen und sagte mit ungewöhnlich milder und sanfter, beinahe süßer Stimme. »Und du hast auch natürlich unsere Kugel vorübergehend versteckt, damit dir nicht das gleiche Schicksal seitens der Feinde drohen.« Mutter und Tochter lösten die Umarmung und richteten ihre Blicke aufs Beet, auf dem jetzt, wie bei den Machbarn, nichts mehr glänzte. Die beiden Sekundanten traten gleichfalls ans Fenster. »Nein, unsere Kugel habe ich nicht angerührt. Ich weiß für nichts,« antwortete Genia, und die ganze Gruppe erstarrte für einen Augenblick wie vor einem Fotografen. »Man hat sie gestohlen,« rief die Mutter, »und sofort wurde wieder alles still.« Einer der Sekundanten fragte schüchtern, »welche Farbe hatte eigentlich ihre Kugel?« Frau Bosketkin wandte sich nicht einmal um. Genia, die weniger als die Mutter einer Niobe glich, entgegnete nachdenklich und traurig. »Sie war grün.« »Sehen Sie, dort bei der Scheune schimmert etwas Grünes. Ist das nicht Ihre Kugel?« Wie Seefahrer richteten alle sofort ihre Blicke in die angegebene Richtung. Niobe brach das Schweigen. »Idiot kann denn die Kugel von selbst den Platz wechseln. Das ist mein grünes Leibchen, das zum Trocknen aufgehängt ist. Wenn ihr blind seid, so schafft euch doch Fernrohre an. Und was steht ihr überhaupt noch da herum? Wollt ihr unbedingt, dass man euch hinausschmeißt? Marsch, sucht ihr die Kugel vielleicht hier im Zimmer? Was? Die Mütze! Hier ist die Mütze!« Sie stieß die Postbeamtenmütze ungemein schnell und geschickt vom Stuhle, fing sie mit der Fußspitze auf und warf sie dann zum Fenster hinaus, wo sie auf eine zufällig vorbeigehende Glucke fiel. Niemand kümmerte sich mehr um die Gäste. Genia hielt sich von außen am Fensterrahmen fest und weinte bitterlich. »Sind denn alle Menschen so schlecht, Mama?« »Beruhige dich, Kind, es wird schon alles gut werden«, sagte Veronika Platonema, ihrer Tochter umarmend und auf die vor dem Fenster liegende Mütze hinausblickend, um die sich einige Kückenschaden. Der zur Hälfte abgeknabberte Mond ging immer später auf und leuchtete immer drüber, indem er den Dieben versprach, ihnen recht bald seine volle Gunst zuzuwenden. Aber es war noch immer so hell, dass Genia sehen konnte, wie Genitschka an der gewohnten Stelle, wo das Gras im Boskettkindchengarten bereits ausgetreten war, über den Zaun kletterte. Als er heute oben auf dem Zaune saß, sich als schwarze Silhouette gegen den weniger schwarzen Himmel abhebend und noch nicht Zeit hatte, hinunterzuspringen, rief ihn Genia beim Namen. Im ersten Augenblick erkannte er gar nicht, dass sie es war, denn der Anruf lautete »Jevgenij Aleksandrovich«. »Wer ist's?« »Ich bin's, Genia Bosketkin.« »Warum so offiziell?« »Weil ich jetzt sicher weiß, dass sie mich gar nicht lieben, und ihnen erkläre, dass es zwischen uns aus ist.« »Was ist los?« »Der junge Mann war mit einem Satz unten.« »Was ist los?« »Sag es noch einmal.« »Wie kann ich es sagen, wenn du mir den Mund mit deinen Lippen zudrückst?« »So, ich lasse dich los, sprich jetzt.« »Es ist aus zwischen uns,« sagte das Mädchen halblaut, doch sehr schnell. »Denn es kann nicht so weitergehen, es ist lächerlich und ärgerlich, und zugleich empörend, einfach empörend.« »Was ist empörend?« »Dieses dumme Getue mit den Kugeln.« »Wenn du mich liebtest, wenn du Achtung vor mir hättest, so könntest du es natürlich so einrichten, dass es nicht so weit gekommen wäre.« »Ja, das hätte ein jeder getan, der mich nur ein wenig liebte. Und jetzt sehe ich, wie schwarz deine Seele ist und dass du mich gar nicht liebst.« »Diese ewigen Zänkereien und Duellforderungen. Glaubst du vielleicht, dass ich dir zuliebe von zu Hause weglaufe?« »Papa wird mir deine Hand um nichts in der Welt geben wollen.« »Du willst wohl einfach sagen, dass du mich nicht mehr liebst.« »Wozu die faule Ausreden?« »Wieso faule Ausreden?« »Wer gebraucht faule Ausreden?« »Das ist ja unerhört.« »Wer hat meinen Namen unter die Bank eingeschnitten?« »Wer hat ewige Liebe geschworen?« »Wer ist jeden Abend zu uns in den Garten geklettert?« »Nicht so laut, Genia.« »Nicht so laut, was schreist du mich an?« »Wirst du mich vielleicht auch noch schlagen?« »Das fehlte noch gerade.« »Ich meine nur.« »Alles seid ihr so, wenn man euch zu viel Freiheit lässt.« »Du tust nichts anderes als mich beleidigen und kränken, weil du dir einbildest, dass ich dich liebe.« »Nein, Sie sind im Irrtum, Jevgeni Aleksandrowitsch, ich bin nicht so dumm, und meine Liebe ist nicht so groß, dass ich es dulden könnte, dass...« »Genia kam nicht weiter, weil Genitschka ihr in diesem Augenblick den Mund mit der Hand zuhielt und sie selbst in den Schatten zog.« »Sie war vor Empörung ganz starr, und als sie wieder zu sich kam, sah sie sofort ein, dass sie gar keinen Grund hatte, sich zu empören.« Jemand ging, oder lief vielmehr, draußen hinter dem Zaune und gerade zur Stelle, wo sich beide befanden. Es waren schwere Schritte von mehreren Personen, und bald konnte man auch ihren fliegenden Atem hören. »Wer ist es, Genitschka, wer ist es?« fragte das Mädchen erschrocken. Sie hatte den Streit schon wieder vergessen. Durch den Spalt im Zaune konnte man zwei rennende Gestalten unterscheiden. Zwei weitere Gestalten folgten ihnen auf den Fersen, und in einiger Entfernung am Rande des Gehölzes waren noch einige Schatten zu sehen. »Wer ist es?« fragte Genia wieder. »Sie müssen bald zurück sein. Ich habe solche Angst, dass man Sie dort erwischt,« erklang es plötzlich im Garten, in nächster Nähe des Liebespaares. Veronika Platonowna schlich leise zum Zaun, ihren halb angekleideten Mann an der Hand führen. Eine Wolke verdeckte in diesem Augenblick den Rest des Mondes. Frau Bosketkin, die von ihrer Tochter nur durch eine Rosenhecke getrennt war, neigte sich zum Spalt im Zaune. Genia fasste Genitschka unwillkürlich am Ärmel. »Saschuk, durch me don't!« »Nicht auslassen! Schneller!« schrie plötzlich Veronika Platonowna. Und sofort war alles klar. Aus dem Kölz klang es. »Maschuk, lavruschka! Haltet, die Diebe! Rennt, was ihr könnt!« Genia sah gar nicht hin und umschlang Genitschkas Hals. Die beiderseitigen Eltern suchten die Rennenden durch ermutigende Zurufe anzufeuern. Die Fersen flimmerten nur so in der Luft. Die Glaskugel in Saschuks Händen gab sich redliche Mühe, auch ohne den Mond, der sich hinter die Scheune zurückgezogen hatte, zu glänzen. »Wartet nur!« schrien die Verfolgenden. »Fällt uns gar nicht ein!« erwiderten die Davonlaufenden. »Gemeinheit! Diebe!« »Ihr seid selbst, Diebe!« »Es ist unkorrekt!« riefen die Zuschauer einander zu. Alexander Jakowlewitsch stolperte und verlor seinen Zwicker. Was diesseits des Zaunes großen Jubel auslöste. »Ganz recht ist dir's geschehen, du hundsgemeiner duellant!« »Schnell herüber, Saschuk!« »Klettere doch!« »Wirf die Kugel her!« »Ich fange sie auf!« heult Frau Bosketkin ganz außer sich, indem sie die Arme zwei Ellenbeid auseinanderstreizt. Ein Sturz im Finstern, Keuchen, Schreie der Verfolgenden, ein Flug durch die Luft, der Stock bleibt im Boden stecken, und etwas zerschellt am Kopf Veronika Platonownaas. Saschuk macht einen Purzelbaum. »Es ist doch gut, dass der Mond nicht mehr scheint.« In der Stille nichts als Atmen und Stöhnen. Von jenseits des Zaunes fragt jemand, »Ist sie kaputt?« »Es hat ja etwas geklirrt.« »Oder war es ihr Kopf?« Der Schlag war für Frau Bosketkin wohltuend. In freundnachbarlichem Tone sagte sie, »Nun haben Sie's erreicht. Um ein Haar wäre mir der Schädel zersprungen.« »Sie sollten sich doch schämen, Anolwlowna und Alexander Jakowlewitsch. »Wir sind zwar zum Teil auch selbst an allem schuld.« »Natürlich sind auch Sie schuld, umso mehr, als Sie angefangen haben,« sagte Frau Poluklasow über den Zaun. »Angefangen haben zwar Ihre Kinder. Aber selbst wenn wir angefangen hätten, so wären wir doch nicht so weit gegangen und hätten jedenfalls keine Sekundanten geschickt.« »Na ja, Sie haben unsere Sekundanten auch schön empfangen.« »Ganz so, wie Sie es verdienten.« »Doch jetzt, wo beide Kugeln kaputt sind, könnte man wohl dem Streit ein Ende machen.« »Jedenfalls ist Dmitri Pavlovitsch zu jedem Schritt bereit, selbst zu einem Versöhnungskuß.« »Da Sie sich entschuldigt haben, so hat auch Alexander Jakowlewitsch nichts dagegen einzuwenden.« Frau Bosketkin war so sehr von Friedenssehnsucht ergriffen, daß sie die Herausforderung, die in den letzten Worten lag, überhörte. Sie schob ihren Mann zum Zaun, wo bereits der von seiner Frau vorgeschobene Gegner stand. Es war wirklich ein Glück, daß der Mond nicht mehr schien. Kaum war der Versöhnungskuß, den die beiden Herren ausgetauscht hatten, verheilt, als im Gebüsch wie ein Doppelecho zwei weitere Küsse folgten. »Waren Sie das, Veronika Platonowna?« »Sie sind wohl verrückt. Wen sollte ich küssen? Ich dachte, das wären Sie gewesen.« »Nein, das waren wir nicht.« »Mama«, schrie Saschuk plötzlich ganz entsetzt, »da steckt ja ein Stiefel aus dem Busch.« »Und im Stiefel ein Bein.« Als Jenja und Jenitschka herauskamen, wurde das Mädchen sofort sehr rätselig und begann ausführlich darüber zu sprechen, wie leid ihr die zerschlagene Kugel tue. Veronika Platonowna beugte sich zu ihr vor und fragte, »Was war denn das soeben? Wir haben es ja gehört.« »Nichts Besonderes. Auch wir haben uns versöhnt. Das ist ja schön.« Jenitschka fuhr auf, »Morgen gehe ich in die Stadt und bringe Ihnen eine neue Kugel mit.« »Nein, lieber nicht,« entgegneten alle.« Und Jenja fügte leise hinzu, »Die Bank ist ja auch ohne die Kugel die gleiche geblieben.« Die gefransten Wolken erglänzten im ersten gelblichen Morgenlichte, und der Hirt blies wie in der Oper Schneewittchen die Schallmei. Ende von »Die Kugel im Beet« Der Überfall auf Barzukowka Von Mikhail Aleksejewitsch Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 1 Die Handarbeit wollte heute bei Maschenka nicht recht vorwärts kommen. Bald mischte sie in den blauen Grund grüne Perlen. Bald stickte sie die Rosen mit Lila. Bald fielen die gelben Perlen auseinander, als ob sie statt ihrer früheren, flinken und kunstvollen Fingerchen mit Werk ausgestopfte Stummel hätte. Es war aber ein ganz gewöhnlicher Tag, genau wie der gestrige und der vorgestrige Tag. Und wohl auch wie der morgige, 6. August, auf den das Fest der Verklärung unseres Herrn und Heilands fällt, und an dem in der Kirche Äpfel geweiht werden, aus welchen man nachher Kuchen bäckt. Selbst die Unruhe, mit der Maschenka aus ihrem Mezzanin auf die hinter den Garten sich hinziehende Landstraße blickte, war die alte, und unterschied sich gar nicht von ihrer gestrigen und vorgestrigen Unruhe. Warum gerieten dann die grünen Perlen in den blauen Grund, und warum fielen die gelben von selbst auseinander? Sie seufzte auf, legte ihre Handarbeit, einen Perlenbeutel mit Rosen und Vergißmeinicht, auf die Seite, stützte sich auf einen Ellenbogen und begann, auf das ihr von Kind auf vertraute Bild hinauszuschauen. Den Garten, den Hof, die den Hügel hinaufsteigende Landstraße, die Windmühlen und den kaum sichtbaren See in der Ferne. Der Tag war weder heiter noch trübe. Manchmal kam die Sonne zum Vorschein, und manchmal fielen wieder einige Regentropfen. Alles war so gewöhnlich, dass Maria Betrofna Barzukow nicht nur alle Vorbeigehenden kannte, sondern auch ganz genau wusste, woher, wohin, warum und wozu ein jeder ging. Ihre Beobachtungen konnten ihr daher nur den Genuss der Bestätigung altbekannter Tatsachen gewähren. Nämlich, dass Fjökla vom Viehhof in die Küche ging, dass der kleine Lakai Kuska in den Keller lief, um für Maschas Vater, Pjotr Trifonowitsch, der soeben von seinem Nachmittagsschläfchen erwacht war, einen kühlen Trunk zu holen. Und dass die alte Markowna Pilze für das Abendessen brachte. Das alles war ihr wohl bekannt, und die Beständigkeit der Erscheinungen, die dem Herzen eine gewisse Beruhigung gewährt, flößt ihm zugleich ein bedrückendes und hoffnungsloses Gefühl ein, das der Langeweile gleicht. Maria Betrofna kannte nicht nur alle Vorbeigehenden, sondern auch alle Töne, deren Ursprung unsichtbar war. Sie kannte auch die Ursache und den Zweck eines jeden Lautes. Da knarrt das Tor. Das Vieh wird hereingelassen, und das Brüllen der Kühe und das Blöken der Schafe kommt immer näher. In der Küche werden die Koteletts gehackt. Auf der Viehweite wird gesungen, am Weiher klopft das Waschholz. Im runden Salon übt Bruder Ilyusha ein Stück von Heiden, und bald erschallt hinter dem Fliederbusch der Pfiff, den sie immer um diese Stunde erwartet, und der jedes Mal ihren Herzschlag beschleunigt und auf ihre Wangen Rosen malt. Nach diesem Pfiff kommt jedes Mal die barfüßige Fenja, Maria Betroffnas Zofe und Vertraute, mit dem Ausdruck einer Verschwörerin und mit der stets gleichen, freudigen Bestürzung auf den runden Gesicht. Sie flüstert, es pfeift, worauf Mascha erwidert, ich hab's gehört, halte nur wache, Fenja. Jedes Mal sagt das Mädel, ich hab solche Angst, Fräulein, wenn uns Piotr Trifonowitsch erwischt, wird er mich auspeitschen und Sie bei den Zöpfen raufen. Und dann verschwindet sie wie der Blitz im Gebüsch. So war es auch dieses Mal. Kaum erklang im Flieder der leise Pfiff, als an der Schwelle Fenja erschien, und der Dialog zwischen dem Fräulein und der Zofe seinen gewöhnlichen Verlauf nahm. Und diese Wiederholung der Worte und des Herzklopfens, des Angstgefühls und der Liebessehnsucht erschienen ihr durchaus nicht langweilig, sondern waren jedes Mal neu, noch nicht dagewesen und unerwartet. Ohne sich dessen bewusst zu sein, dachte Maria Betroffnas jeden Abend, beim Einschlafen als echte Naschkatze, wie morgen das Stelldichein verlaufen und wie ihr Grischa Ilijewski erscheinen würde. Ob lustig, leidenschaftlich, enttäuscht, stolz, traurig oder schmachtend. Sich mit den Beinen in den allzulangen Rücken verfangend und mit dem Strohhut über den glattgekämmten Haaren in den niederen Baumästen hängenbleibend, erreichte Mascha ein abseits stehendes Gartenhaus mit bunten Fenstern und zwei Eingangstüren. Auf der Decke hatte ein Leibeigner Künstler, nach mündlichen Angaben Björter Trifonowitschs, der einmal in Italien gewesen und den schönen Künsten nicht abholt war, Gidurenis Aurora dargestellt. Maria Betroffnas stellte Fenja als Wachtposten draußen vor dem Eingang auf. Kaum hatte sie die Schwelle überschritten, als sie von einem schlanken, kräftigen jungen Mann, dessen unverfälschte rosige Gesichtsfarbe, blendend weiße Zähne, unfügsames, blondes Haar und treuherzige, graue Augen von seiner landlichen Herkunft zeugten, in die Arme geschlossen wurde. Nachdem die Verliebten ihrer unschuldigen Liebe den ersten Tribut gezollt, ließen sie sich, ohne die Hände voneinander zu lösen, auf die Bank nieder. Das Mädchen lehnte ihren Kopf an die Schulter des Jünglings, und dieser fragte sie mit Vererregung bebender Stimme, »Hast du mit dem Vater noch nicht gesprochen?« »Wie wäre es möglich? Ich glaube, dass er mich eher töten, als er meinem Wunsche will, fahren würde. Ich kann mich sogar nicht entschließen, mich meinem Bruder Yusha anzuvertrauen. Das wäre auch nicht nötig. Je weniger Menschen eingeweiht sind, desto zuverlässiger wird das Geheimnis bewahrt. Verzage aber nicht. Ich habe einen vortrefflichen, wenn auch kühnen Plan gefasst. »So gut will, gelingt er mir, und dann wird uns nichts in der Welt mehr trennen können. Sei tapfer und vertraue mir.« »Wie könntest du daran zweifeln, Grischenka?« fragte Maria Betroffna mit Zuversicht und Liebe, in die treuherzigen und offenen Augen ihres Geliebten blickend, in denen sie Einfalt, Keuschheit und Ergebenheit lesen konnte, aber nichts von jenem vortrefflichen und kühnem Plan, von dem Grigori Alexejewitsch soeben sprach. Er drückte dem Mädchen fest die Hand, schwieg eine Weile und fuhr dann mit besorgter und geheimnisvoller Miene fort. »Was du über mich auch hören wirst, sollst du keinem Gerücht und keinem Gerede glauben. Tue so, als ob du alles glaubtest, doch im Herzen glaube nichts. Ich werde dich durch Vassili benachrichtigen, was zu tun ist. Du sollst ihm folgen und vertrauen wie dem Worte der Heiligen Schrift. Sei auf alles bereit und wisse, dass nichts Böses geschehen wird. Heute will ich dir nichts mehr sagen.« Mascha schmiegte sich noch enger an den jungen Mann und begann wehmütig. »Wenn es nur einmal ein Ende nimmt, Grigori, ich kann es nicht länger ertragen. Jeden Tag, bevor ich deinem Pfiff höre, verbrenne ich wie im Fieber. Heute konnte ich nicht einmal sticken und habe alle Perlen durcheinander gebracht.« »Hat jemand von dem Deinigen etwas gemerkt?« »Gewiss nicht.« »Der Vater schläft meistenteils, und wenn er nicht schläft, so schreit er die Dienstboten an.« Und Bruder Ilja, er liest seine Bücher, geht spazieren und begleitet mich, wenn ich singe, auf dem Klavier. Doch er spricht mit mir fast nie. Bald kommt ja der Herbst. »Es gibt viele Schwämme, im Vorbeigehen habe ich es gesehen. Jeden Tag essen wir welche. Ich wollte mit den Mädchen auf die Schwammsuche gehen, Vater erlaubte es aber nicht.« In diesem Augenblick erschien in der Türe das runde Gesicht ihrer treuen Wächterin, und Fenja flüsterte, erregt, mit den Händen winkend, »Fräulein, man ruft Sie zum Abendessen, man kommt her!« Grigori Alexejewitsch umarmte Maschenka, flüsterte ihr zum Abschied, »Sei bereit, Freundin, und verzage nicht!« Verließ das Gartenhaus und verschwand im Dickicht, während Maria Petrovna in Begleitung ihrer barfüßigen Zofe nicht zu schnell gleichsam lustwandeln die Richtung zum Hause einschlug, aus dem die schwachen Töne eines heidenschen Menuetts wie das Summen eines Samovars klangen, und auf dessen Balkone die mächtige Gestalt ihres Vaters, Pjodor Trifonowitsch-Barsukow, sich als dunkle Silhouette vom Abendhimmel abhob. Abschnitt 2 Bande unversöhnlicher Feindschaft verknüpften den verstorbenen Vater Grigori Alexejewitsch Ilyichewitsch mit seinem Nachbarn Barsukow. Die Ursachen dieser Feindschaft, die von den Großvätern stammte, und höchstwahrscheinlich auf einer Grenzverletzung, auf einem Flurschaden, einer Streitigkeit bei der Bärenjagd, oder einer ähnlichen Bagatelle, die in jenen Zeiten als eine Beleidigung galt, die nur durch Blut gesühnt werden kann, beruhte, waren längst vergessen. Alles war vergessen, und die Enkel bewahrten nur den dumpfen, unversöhnlichen Hass, der sich auch auf Ilyichewitsch Sohn Grigori Alexejewitsch erstreckte. Der Familiennamen des Nachbarn wurde nur in Verbindung mit mehr oder weniger verletzenden Epitheten wie Kanalie, Spitzbube, Freimaurer erwähnt. Selbst Maschenka vermied es, den Namen Ilyichewitsch auszusprechen. Sie sprach nur von Grigori Alexejewitsch und sehnte sich nur nach ihrem Grischenka, wobei sie den Gedanken von sich wies, dass er ein Ilyichewitsch sei. Maria Petrovna kam rechtzeitig zum Abendessen, und niemand hatte ihre Abwesenheit bemerkt. Übrigens genoss sie gewisse Vorrechte der ländlichen Freiheit, die den jungen Mädchen längeres Ausbleiben gestattet, in der Annahme, dass die Natur und die stete Abwechslung des Landlebens ihre poetische Veranlagung begünstigen, die im Garten, Feld und Wald naturgemäß mehr Nahrung findet, als in den engen Zimmern mit den Tüllvorhängen und Ofenbänken. Als eifriger Verteidiger dieser Freiheiten trat immer Maschenkas Bruder, der Petersburger Student Ilya Petrovic, auf. Er war ein Verehrer Rousseaus und der englischen Philosophen, und nebenbei auch ein tüchtiger Musiker, was von seinem Vater, der, wie wir schon sagten, den schönen Künsten nicht abholt war, besonders hoch geschätzt wurde. Obwohl der Vater kein Verständnis für Beethoven hatte und diesen Komponisten Rossini vorzog, dessen später in den Barbier von Sevilla eingefügte Overtüre zu Elisabeth er oft pfiff, lauschte er doch gerne dem etwas trockenen Vortrag seines Sohnes, wenn dieser im runden Salon deutsche Musiker spielte, die er nur ab und zu dem Vater zuliebe durch die sprühenden Töne der Italienerin in Algier oder der typischen Elster unterbrach. Der Vater war mit seinem musikalischen Geschmack nicht einverstanden, wußte aber, das melancholische Feuer, das seinen einsamen und schwärmerischen Sohn zu weinen belebte, wohl zu schätzen. Maschenka übte die Kunst nur zum Hausgebrauch aus. Sie spielte leichte vierhändige Stücke, wobei sie laut den Takt zählte und sehr oft stecken blieb. Oder sang zur Gitarre Lieder aus den neunziger Jahren. Großmutter Sarve stand stumm in der Ecke und erwachte nur unter dem Federwisch des kleinen Lakaien, der die Zimmer aufräumte. Auch für Handarbeiten hatte Maria Betroffener wenig Liebe. Sie stiegte ja schon seit vier Monaten den Perlenbeutel für ihren Grishenka, wobei sie häufig die Farben verwechselt und die Perlen durcheinander brachte. Das Nichtstun hatte in ihr keinen sichtbaren Hang zu Schwärmereien erzeugt. Doch in der Tiefe ihrer Seele wartete sie immer auf tragische oder grausame Abenteuer und lauschte mit Entzücken Fenjas Berichten darüber, wie die Burschen in der nahen, von altgläubigen bewohnten Stadt auf Mädchenraub ausgingen. Und wie die Männer ihre ungetreuen und manchmal auch schuldlosen Frauen tyrannisierten, obwohl diese Maßnahmen um jene Zeit zu einer leeren Form herabgesunken waren. Und die Burschen sehr gut wußten, dass die Feder der von ihnen entführten Mädchen mit vorsintflutlichen Gewehren bewaffnet, sie nur um der Form zu genügen verfolgten. Nichtsdestoweniger riefen solche Berichte in Fräulein Barsukow stets eine schwere und dumpfe Erregung hervor. Das war auch der Grund, warum Grigori Alekseewitschs unklare Worte sie mit freudiger Unruhe erfüllten und sie in seinen grauen Augen nicht Treuherzigkeit und Ergebenheit, sondern Verwegenheit und leidenschaftliche Entschlossenheit las. Wenn Grigenga nicht der Feind ihres Vaters wäre und sie im Gartenhause, dessen Decke Guido Renis Aurora schmückte, sitzend nicht immer für sich und für ihn zittern müsste, so würde sie vielleicht diese Augenblicke gar nicht so sehr schätzen. Den Bekannten pfiff nicht mit solcher Sehnsucht erwarten und die Perlen nicht so oft durcheinander bringen. Wenn man sie ansah, konnte man sie sich viel eher als eine gewaltsam entführte Braut, eine tyrannisierte Frau oder Gattenmütterin vorstellen, denn als ein zärtlich gehrendes, harfespielendes Wesen. Sie hatte ein rundes und etwas breites Gesicht, kecke und eigensinnige Augen, dichtes Haar, zusammengewachsene Brauen, ein trotziges Kinn und einen wie getrechselten Hals. Das Abendessen näherte sich seinem Ende, und Pjotr Trifonowitsch hatte bereits alle Neuigkeiten von der Wirtschaft berichtet und seinen alltäglichen Disput mit Ilja Petrovitsch gehabt, als plötzlich der kleine Lakai Kuska ins Zimmer trat und vor das Gedeck des Hausherrn ein kleines Buch in Ledereinband niederlegte. »Was ist das?«, fragte diese erstaunt. »Belieben es selbst anzuschauen,« lautete die Antwort. Der Alte nahm das Buch in die Hand, wurde über und überrot und fragte streng, »Wo hast du es her?« Der Junge witterte einen Skandal und erwiderte mit funkelnden Augen, »Ich fand es vor dem Gartenhaus, als ich das gnädige Fräulein zum Abendessen rief.« Pjotr Trifonowitsch wäre noch röter geworden, wenn das noch möglich wäre. Er streifte seine Tochter mit einem flüchtigen Blick und fragte, sich an niemand bestimmten wendend, »Was beliebte Maria Betroffener im Gartenhaus zu suchen, wo man nachher so merkwürdige Dinge findet?« Maschenka versuchte zu erkennen oder wenigstens zu erraten, was das für ein Buch war, das den Zorn ihres Vaters erregt hatte. Sie antwortete etwas unsicher, »Nichts Ungewöhnliches. Ich bin nur vor dem Abendessen mit Fenja spazieren gegangen.« Der Alte erhob seinen dicken Zeigefinger und sagte mit Überlegung, »Was soll man mein Fräulein ungewöhnlich und was gewöhnlich nennen? Mir erscheint es als höchst ungewöhnlich, dass man nach einem solchen Abendspaziergange, der ja an sich durchaus nicht ungewöhnlich ist, am gleichen Orte ein Buch findet, auf dessen ein Bande die Inschrift steht, »Aus der Bibliothek des Herrn Ilitschewski.« Dieser Erscheinung vermag ich keinerlei natürliche Erklärung zu geben. »Das Buch kann ja dort auch bedeutend früher gelegen haben,« mannte Ilya Petrovitsch ein. Aber der kleine Lakai entgegnete, seine allzu lebhaft funkelnden Augen mit den Liedern beschattend, »Anfangs konnte ich es gar nicht verstehen. Als das gnädige Fräulein aus dem Gartenhaus herauskam, raschelte etwas im Gebüsch. Es war ja wie sie selbst wissen, windstill, und ich dachte, es sei ein Dieb. Da sehe ich, wie ein Mann davon rennt und im Laufen dieses Buch fallen lässt.« »Hörst du es, Marie?« sagte Piotr Trifonowitsch, ohne den unglückseligen Band aus der Hand zu lassen. »Natürlich höre ich es, ich bin ja nicht taub.« »Du bist auch noch grob.« »Nun, was sagst du dazu?« »Fragen Sie Kuska, offenbar weiß er besser als sonst jemand, was geschehen ist, jedenfalls besser als ich.« »Ich werde ihn und auch alle anderen fragen, und solange ich nicht die ganze Wahrheit erfahre, sperre ich dich, mein Fräulein, ein.« »Überleg es dir, Vater, ob es eines Edelmannes würdig ist, einen Menschen, und dazu noch seine eigene Tochter, des heiligsten Menschenrechts der Freiheit zu berauben.« Versuchte Ilya für seine Schwester einzutreten. Aber Piotr Trifonowitsch schlug die Schöße seines gesteppten Schlafrocks heftig übereinander und rief mit lauter Stimme, das Buch noch immer mit seinen dicken Fingern festhaltend, »Humanität in allen Ehren. Aber wenn hier Ilytschewski im Spiel ist, so mag alle Beethovens und Trousseaus der Teufel holen, das merke dir.« Maria Betroffene erhob sich kurz entschlossen von ihrem Platz, blickte unter ihren zusammengewachsenen Augenbrauen dem Vater gerade ins Gesicht und sagte ruhig und vernehmlich, »Du brauchst niemanden von der Dienerschaft zu fragen. Dieses Buch hat offenbar Grigori Alexejewitsch fallen lassen, den ich oft sehe und den ich vom Herzen liebe.« Piotr Trifonowitsch schwieg eine längere Weile, machte dann einen Kratzfuß und sagte, »Ich danke, ergebenst.« Maschenka hörte aber diese Worte wohl gar nicht. Nachdem sie die Wahrheit über Ilytschewski gesagt hatte, neigte sie sich immer tiefer und tiefer, bis sie schließlich wie bewußtlos in den nächsten Sessel fiel. Man sprang auf und ließ Wasser holen. Piotr Trifonowitsch flüsterte aber dem kleinen Kuska zu. Lauf zur Markowna, sie soll sofort herkommen und nachschauen, ob Maria nicht schwanger ist. Diesen Kanalien ist ihr alles zuzutrauen. Abschnitt 3 Barsukow ließ es nicht bei der bloßen Drohung bleiben und sperrte Maschenka in ihrer Kammer ein. Das war für sie um so bedrückender, als sie gar nicht wußte, wann diese Gefangenschaft ein Ende nehmen sollte. Nach Maschenkas Eingeständnis hatte es ja keinen Zweck mehr, zu untersuchen, wieso Ilytschewskis Buch in das Gartenhaus geraten war. Worauf sollte sie denn noch warten, dass ihr Vater mit Grigori Alexeyevich abrechne und ihn gänzlich vernichte? Es war noch ein Glück, dass, nachdem Markowna das beruhigendste Zeugnis über Maschenkas Zustand gegeben hatte, man der Gefangenen erlaubte, Fenja bei sich zu haben. Folglich konnte sie gewisse Beziehungen zu der Außenwelt unterhalten und hören, wie sich der Zorn ihres Vaters äußerte und was für Maßregeln er anscheinend ergreifen wolle. Doch über den Geliebten, dessen Schicksal sie mehr interessierte als ihr eigenes, hörte sie nichts. Er hatte wohl auf irgendeine Weise vom Unglück, das Maschenka betroffen, erfahren. Er pfiff nicht mehr, kam nicht ins Gartenhaus und schickte keine geheimen Botschaften. Fenja kam täglich mit dem immergleichen, wenig tröstlichen Bericht. Er hat weder gepfiffen, noch sonst etwas von sich hören lassen, noch was Sili geschickt. Erst am fünften Tage brachte Fenja eine Maricht, welche die schon ohnehin bestürzte Maschenka vollends verwirrte. Was Fenja berichtete, klang so sonderbar, dass Fräulein Barsukow in äußerste Verzweiflung geraten wäre, wenn sie die letzte Mahnung Rieschenkas nicht im Gedächtnis behalten hätte. Eine Räuberbande, die sogar eine Kanone mit sich führte, hätte das Iltschewskische Gut überfallen und den jungen Herrn entweder getötet oder gefangen genommen. Jedenfalls sei er spurlos verschwunden. Wie wäre es nun Maschenka in ihrem Gefängnisse zumute, wenn sie nicht beständig an die Worte dächte? Glaube an kein Gerede und an kein Gerücht. Tue so, als ob du glaubtest, aber im Herzen glaube nichts. Gehörte aber dieses Gerücht zu denjenigen, an die sie nicht glauben sollte? Oder war irgendetwas geschehen, was der junge Iltschewski gar nicht hatte vorausahnen können? Unsere Heldin tat daher nicht nur so, als ob sie bestürzt und betrübt wäre, sondern war in der Tiefe ihres tapferen, doch zärtlichen Herzens tatsächlich sehr bestürzt und betrübt. Im Hause schien alles seinen gewöhnlichen, ruhigen Gang zu gehen. Aus dem Anrichtezimmer klang wie gewöhnlich das Klirren der Bestecke und aus dem runden Salon ein heidensches Menuet. Vor Maschenkas Fenster gingen stets die gleichen Menschen vorüber, als ob die geheimnisvollen Räuber das Iltschewskische Gut gar nicht überfallen hätten, als ob Gyschenka gar nicht verschwunden, war er tot oder in der Gefangenschaft und seine Geliebte gar nicht eingesperrt wäre. Es war nicht Vassili, der die Nachricht von den Räubern überbracht hatte. Niemand wusste, wieso und auf welchem Wege sie gekommen war, sodass Maschenka unmöglich bestimmen konnte, ob das Gerücht mit Grigori Aleksejevichs Wissen verbreitet wurde oder ob ihm etwas Unvorhergesehenes zugestoßen war, was gar nicht zu seinem Plan gehörte. Piotr Trifonowitsch äußerte nach dem ersten Wutausbruch die Absicht, gleich am nächsten Morgen zum Nachbar zu fahren und ihn windelweich zu prügeln. Aber nachdem er sich die Sache überlegt und mit seinem Sohn gesprochen hatte, beschloss er, Iltschewski zu einem Duell zu fordern. Der Letztere war zwar eine Kanalie und ein Freimaurer, aber immerhin ein Edelmann, und es ging nicht an, in seiner Person den ganzen Stand herabzusetzen. Inzwischen kam aber die Nachricht vom Räuberüberfall und vom Verschwinden Grigori Aleksejevichs. Wie diese Nachricht nach Barsukovar gelangt war, wußte, wie gesagt, niemand, aber am nächsten Morgen fand man auf dem Balkon einen heimlich zugeworfenen Brief folgenden Inhalts. Wir dürsten nicht nach eurem Blut und Leben. Wir wollen nur, ohne erst die Entscheidung des himmlischen Gerichts abzuwarten, uns von eurem Überfluss das nehmen, dessen uns die Unvollkommenheiten der menschlichen Satzungen und die Zufälligkeiten Fortunas beraubt haben. Erwartet uns daher am kommenden Dienstag ruhig und furchtlos, ohne Widerstand zu leisten, und liefert uns sämtliche Schlüssel von allen Räumen und Kästen, Truhen und Schubladen aus. Beobachtet uns nicht und setzt friedlich euer Tageswerk fort. Oder betet. Wir können andernfalls nicht versprechen, dass die Sache ohne Blutvergießen ablaufen wird, was auch wir als eine gemeine und ehrlose Tat bedauern würden. Denkt nicht an Verteidigung. Denn wir haben genügend Gewehre, Hände und Geschütze, um unser Ziel um jeden Preis zu erreichen. Ihre Arme sind schwach, Ihr Sohn versteht nicht, mit Waffen umzugehen, und das Hausgesinnte ist zuchtlos und zu jedem Verrat geneigt. Wir sagen das Ihnen, weil wir mit Ihren grauen Haaren Mitleid haben und es vorziehen würden, die Fehler Fortunas ohne Gewaltmaßregeln zu korrigieren. Aber wir werden vor nichts stehen bleiben. Das war mit Kreide auf blauem Packpapier ziemlich orthografisch, denn auch mit ungelenker Hand geschrieben. Der kleine Kuska brachte diese Botschaft seinem Herrn, der anlässlich des Feiertages noch im Bette lag, zugleich mit dem Borgentee herein. Was ist das? Wir lieben es selbst zu lesen, ich hab's auf dem Balkon gefunden. Nachdem Pjotr Trifonowitsch den Brief gelesen, schwiege eine Weile und sagte dann mit leiser Stimme. Ilja Petrovitsch soll sofort herkommen. Während seine Finger den Marsch des Briobraschensky-Regiments trommelten, was immer ein Zeichen seiner größten Erregung war. Als Ilja Petrovitsch ins Schlafzimmer kam, befand sich sein Vater noch immer in finsterer, stummer Aufregung. Schweigend reichte er dem Sohn den blauen Fetzen, und als dieser die Botschaft durchgelesen hatte und seine Augen fragend auf den Vater richtete, fragte der alte Barsukow mit leiser Stimme. Nun, was sagst du dazu, Herr Sohn? Ich verstehe es nicht ganz, Vater. Es ist zwar zusammenhängend und orthografisch geschrieben, doch die darin enthaltenen Gedanken sind von einer gewagten Kühnheit. Pjotr Trifonowitsch sprang, nur mit seinem Nachthemde begleitet aus dem Bette, und schrie. Eine unerhörte Frechheit, eine ganz ungewöhnliche Frechheit. Mir, Pjotr Barsukow, dem obersten im Briobraschensky-Leibgarten-Regiment A.D., wagt man, solche Briefe zu schreiben? Was bin ich, ein Mensch oder eine Vogelscheuche? Nein, so dumm bin ich nicht. Orthografisch! Ich will sie Orthographie lehren. Ich werde sie mit Heugabeln an der Dorfgrenze empfangen lassen, werde selbst und eigenhändig aus zwei Gewehren schießen. Orthographisch! Ilja hörte schweigend zu, ohne in den Worten des Vaters eine Spur von Logik und Überlegung zu suchen. Dann hob er sein bleiches Gesicht und sagte ruhig, mit leicht gekrümmten Lippen, »Wenn ich nach meinem Gewissen und meiner Überzeugung sprechen darf, so muss ich dir Folgendes sagen. Deine edle Entrüstung, Vater, erscheint mir viel barbarischer als der Brief dieser Landstreicher und Strauchdiebe, für die du sie wahrscheinlich hältst. Dich dürst du nach Blut vergießen und du setzt das Leben deiner Nächsten der größten Gefahr aus, während sie eine unblutige Waldtat im Sinne haben, vielleicht nur, um tatsächlich ihre verletzten Menschenrechte wiederherzustellen.« Drifonowitsch ließ sich in einen Sessel fallen und sagte leise, »Das blaue Papier krampfhaft zusammenballend, jetzt sehe ich, dass die Übeltäter in einem Punkte wirklich recht haben, nicht nur im faulen und zuchtlosen Hausgesinde, sondern auch in meinem eigenen Sohn habe ich einen Verräter.« Dann erhob er sich lautlos von seinem Platz, was bei seiner Korpulenz höchst auffällig war, ging aus dem Zimmer und schlug die Türe hinter sich heftig ins Schloss. Ilja folgte ihm in den Korridor, ergriff ihn am Ärmel des Nachthemdes und sagte in sichtlicher Aufregung, die so wenig zu seinen sonst so philosophischen Benehmen passte, »Vergib mir, Vater, wenn ich dich verletzt habe. Wenn du dir aber die Dinge etwas überlegst, so wirst du zugeben müssen, dass ich recht habe.« Der alte Barsukov wandte sich nach seinem Sohn gar nicht um, er setzte seinen Weg fort und brummte, »Ich will mit den Leuten sprechen, die mich besser als meinen eigenen Sohn verstehen.« Da Ilja Petrovic seinen Vater noch immer am Ärmel festhielt, riss sich jener mit Gewalt los und ging auf die Hintertreppe hinaus. Der Sohn rief ihm noch die Worte nach, »Denke wenigstens an Maschenka«, worauf keine Antwort erfolgte. Ilja zuckte wehmütig die Achseln, setzte sich ans Klavier und begann, Heiden zu spielen, während vor der Hintertreppe das faule und zuchtlose Hausgesinde sich die Rücken und die struppigen Köpfe kratzend zusammenkam. Aber abends, als Ilja zum dritten Mal den Emil las und an die richtige Erziehung seiner zukünftigen Kinder dachte, ging die Türe auf und Pyotr Trifonowitsch, der in diesem Augenblick sehr verlegen und gedrückt aussah, kam oder schlich vielmehr ins Zimmer. Er setzte sich schweigend in die Ecke bei der Kommode. Als Ilja Petrovic seinen Vater in dieser ungewöhnlichen Verfassung sah, richtete er an ihn die Frage, »Was sagten dir die Leute, die dich besser als dein eigener Sohn verstehen?« Der Vater wischte sich mit seinem großen, roten Schnupftuch den Schweiß aus der Stirne und begann mit plötzlicher Leidenschaftlichkeit. »Zum ersten Mal muss ich dergleichen erleben. Gott sei mein Zeuge, dass es mir schwerfällt, dieses zuzugeben. Du hattest aber recht, was kümmern sich diese Tage Diebe um mein Gut und meine Ehre? Sie verdienen alle blutig gepeitscht zu werden. Da ich aber den Feind in der Nähe weiß, kann ich mich dazu jetzt nicht entschließen. Ich will den Überfall geduldig abwarten und den Taugenichtsen erst später zeigen, was es heißt, das Gut und Blut des Herrn Feige im Stich zu lassen.« Plötzlich brach er in Tränen aus, stützte sich mit seinem ganzen feisten Körper auf die schwache Schulter des Sohnes und flüsterte, »Ich dachte nicht, dass ich so etwas erleben werde, mein Kind.« Der Sohn umarmte etwas ungelenkt den Vater und fragte, »Du hast dich also entschlossen, meinem Rate, meiner Bitte zu folgen?« »Ja, doch das fällt mir, weiß Gott, nicht leicht.« Ilja schwieg eine Weile und sagte dann tröstend, »Diese Augenblicke sind natürlich wenig angenehm, doch in keiner Weise erniedrigend.« »Sie aufzuhalten steht nicht in deiner Macht, ebenso wie du das Aushängeschild nicht aufhalten kannst, das dir auf den Kopf fällt.« »Wer wird sich deswegen Vorwürfe machen?« »Jedenfalls hast du dir nichts vorzuwerfen.« »Darf man denn einem Bauern zürnen, weil er sich mit den Fingern schneuzt, da er kein Schnupftuch besitzt und auch von Kind auf so erzogen ist?« »Was darf man denn auch von Räubern verlangen?« Björter Trifonowitsch lauschte mit gesenktem Kopfe und immer noch schluchzend den Worten des Sohnes. Am Dienstag, den die Räuber bestimmt hatten, erwartete ganz Barsukowka schon in den frühesten Morgenstunden den angekündigten Besuch. Um seine Verachtung für die ungebetenen Gäste zu zeigen, zog Björter Trifonowitsch seinen ältesten Schlafrock an. Dann ließ er sich alle Schlüssel geben, setzte sich in den runden Saal und vertiefte sich in die Lektüre des Almanachs auf das Jahr. 1811. Während Ilja Petrovic im Emil blätterte. Maschenkab blieb eingesperrt und schien an der allgemeinen Aufregung keinen Anteil zu haben. Gegen 11 Uhr kam plötzlich Kuska mit fungelnden Augen hereingestürzt und meldete trotz des Ernstes des Augenblicks sehr ehrerbietig. Sie kommen schon, bei den Scheunen sieht man sie fahren. Sind ihre viele? Vier Wagen voll, an die Dreißig Mann, lauter Dreigespanne. Ist eine Kanone dabei? Zu Befehl, ja. Es verging noch eine halbe Stunde in Schweigen. Endlich führte der gleiche Kuska fünf Männer in den Saal. Sie waren als Bauern verkleidet, zum Teil mit Bärten und zum Teil bartlos, hatten alle Pistolen in der Hand und Larven vor dem Gesicht. Pjotr Trifonowitsch übergab das Tablett mit den Schlüsseln schweigend einem jungen, schlanken Mann, der die Hauptperson zu sein schien. Dieser verbeugte sich und sagte mit offenbar verstellter Bassstimme, »Wir werden Sie bald sämtlich zurückbringen.« »Dass dich der Teufel!« entgegnete Barsukow. Ilja Petrovic legte seinen Zeigefinger als Lesezeichen in das Buch und hob seine kurzsichtigen Augen. Er erwartete einen Streit. Der Mann sagte aber nichts, nahm alle Schlüssel zu sich und begab sich in die inneren Gemächer des Hauses, nachdem er an der Tür zwei Wachtposten mit geladenen Pistolen, deren Hähne gespannt waren, aufgestellt hatte. Als die ungebetenen Gäste sich entfernt hatten, herrschte im runden Saale tiefes Schweigen. Der hühnenhafte Pjotr Trifonowitsch, der rote Flecken im Gesicht bekommen hatte und noch immer im gleichen Almanach auf das Jahr 1811 las, und der schmächtige Philosoph, der den Emil studierte, während über ihren Köpfen schwere Schritte dröhnten und vor der Türe bärtige Kerle mit Dolchmessern im Gürtel, geladenen Pistolen in der Hand und Larven vor den unbekannten Gesichtern Wache hielten, boten einen höchst seltsamen Anblick. Man darf dem barsukowschen Hausgesinde keine Vorwürfe machen, dass es sich so gleichgültig und sogar mit einer gewissen Sympathie für die unbekannten Räuber der Gefahr gegenüber verhielt, die nicht das Leben, sondern nur die Habe der Herrschaft bedrohte. Einige Greise, die zu nichts anderem taugten, machten sich zwar erbötig, ihr altersschwaches Blut für das herrschaftliche Hab und Gut zu verspritzen, aber die Jüngeren waren mehr auf der Seite der kühnen Eindringlinge. Weniger aus Hass gegen das Schlafenjoch, als aus purer Frechheit und in der Hoffnung, wenn auch nicht direkt von der Sache zu profitieren, so doch wenigstens von ihren Brüdern, für die sie mit großer Wahrscheinlichkeit die Räuber halten durften, anständig mit Schnaps traktiert zu werden. Die unvermeidliche Strafe erschien ihnen in so weiter Ferne, dass diese Aussicht den Genuß des seltenen Schauspiels und selbst die Gefahr, die ihnen im Falle eines bewaffneten Zusammenstoßes drohte, nicht zu überwiegen vermochte. Nach einiger Zeit, als drei Dreigespanne bereits den Hof verlassen hatten, erschien im runden Saal ein anderer Mann, der etwas kleiner gewachsen war und einen Bart hatte. Er überreichte Pjotr Trifonowitsch das Sablett mit den Schlüsseln und sagte, mit hoher Tenorstimme, »Belieben, der Herr nachzuzählen?« Dieser zählte die Schlüssel ohne Übereilung nach und sagte, »Das dich, der Teufel!«, als ob er alle anderen kräftigeren Ausdrücke verlernt hätte. Der Bauer winkte mit der Hand und ging von den Leuten, die Wache gehalten hatten, gefolgt hinaus. Bald darauf hörte man den letzten Wagen davonfahren. Jetzt gewann Pjotr Trifonowitsch seine Sprache wieder und machte seinem Zorn in einem Schwalle gewähltester Kraftausdrückeluft. Dann ging er hinaus, um sich den Schaden zu besehen. Zu seinem größten Erstaunen hatten die Leute fast gar nichts angerührt und nur so wenige und wertlose Gegenstände mitgenommen, dass es überhaupt nicht der Rede wert war. Alle waren über die Dummheit der Räuber erstaunt. Als aber die Stunde des Abendessens kam und man dem Fräulein ihr Essen brachte, stellte es sich heraus, dass ihre Kammer leer war. Man meldete dies dem alten Herrn, worauf er in grenzenlose Wut geriet. Er schlug sich mit der Faust auf die kahle Stirne und rief, »Ich bin doch wirklich eine Vogelscheuche. Mit meinen eigenen Händen habe ich diesem Schurken und Freimaurer Ilytschewski die Schlüssel ausgeliefert.« Er ließ den bereits angeschnittenen Hammelrücken stehen und übernahm in eigener Person die Verfolgung. Obwohl ihm Ilya Petrovich zu beweisen suchte, dass man in den fünf Stunden, die zwischen dem Überfalle und dem Abendessen vergangen waren, so weit kommen könnte, dass jede Verfolgung völlig aussichtslos sei. Abschnitt 5 Als die vermummten Männer die Türe von Maria Petroffnas Schlafzimmer erbrachen, sah sie sofort ein, dass die Geschichte von den Räubern und folglich auch das Gerücht vom Verschwinden Ilytschewskis auf Wahrheit beruhte. Sie fiel im gleichen Augenblick in Ohnmacht und blieb in diesem Zustand so lange, bis man sie in einem von Barzukowka weit entfernten Gasthof brachte und ihr den Knebel aus dem Munde nahm. Zugleich mit den fünf Sinnen kehrte auch das Bewusstsein wieder, dass sie ihren Grisha für immer verloren habe, dass ihr Vater und Bruder höchstwahrscheinlich ermordet worden seien und dass sie selbst zwischen zwei gleich entsetzlichen Losen zu wählen habe, entweder ermordet oder geschenkt zu werden. In der Gaststube saßen zwei vermummte Räuber. Die Wirtin machte sich am Ofen zu schaffen und in der Wiege weinte ein Säugling. Maria Petroffna holte Tiefatm, ließ ihren Blick über die Türen, Fenster und den Hof, wo unbekannte Männer die Pferde ausspanden, schweifen und stellte fest, dass sie an eine Flucht gar nicht denken konnte. Sie wandte sich an die Männer und sagte, »Was wollt ihr von mir, Freunde? Warum quält ihr mich so lange? Wenn ihr mir das Leben nehmen wollt, warum zögert ihr? Wenn ihr aber meine Schande wollt, so wisset, dass ihr euer Vorhaben nur an einer Leiche ausführen könnt.« »Um eines bitte ich euch, bohrt mir dieses Messer in die Brust. Meine Anverwandten sind von euch zu Tode gemartert, mein Verlobter Grishenka ist von eurer Hand gefallen, zögert also nicht und vereinigt mich mit ihnen.« Die Männer schwiegen und Maschas Worte schienen nur auf die Wirtin, die mit großem Mitgefühl zugehört, Eindruck gemacht zu haben. Maria Petroffna fuhr noch leidenschaftlicher fort. »Vielleicht erwartet ihr ein Lösegeld. Wer kann euch aber das Lösegeld geben, wenn alle, denen ich etwas wert war, nicht mehr am Leben sind? Holt zum Schlage aus und nehmt mir dieses unselige und unerträgliche Leben. Ach, Grishenka, mein Geliebter, wenn ich dich bei mir gehabt hätte, so wäre das Ganze nicht geschehen. Sie brach in Tränen aus und ließ ihren Kopf auf den Tisch sinken. Nun ging einer der Unbekannten auf das Mädchen zu und sagte leise, »Gnediges Fräulein, Maria Petroffna, jammern Sie doch nicht so. Grigori Alexejewitsch wird bald herkommen und Ihnen alles erklären.« »Wie kann er denn aus dem Jenseits kommen, und warum sollte ich dir, du Mörder, glauben?« Er nahm die Larve vom Gesicht und sagte lächelnd, »Fräulein, erkennen Sie mich denn nicht? Ich bin ja der Vassili.« Maria Petroffnas Augen waren voller Tränen, und sie vermochte Vassili, den sie auch früher fast gar nicht kannte, nicht zu erkennen. Sie schüttelte zweifelnd den Kopf und sagte, »Woher soll er kommen?« In diesem Augenblick ging die Türe auf, und ein vermummter großer Mann stürzte sich auf die Gefangene und schloss sie in seine Arme. Maria Petroffna stieß einen gellenden Schrei aus, wurde aber gleich still, als die Larve fiel, und sie vor sich das treuherzige Gesicht Grigori Alexejewitschs erblickte. Sie schob ihn etwas zurück und sagte, »Was, du bist am Leben? Bist weder tot noch in der Gefangenschaft? Was hat das alles zu bedeuten? Wo ist mein Vater? Wo mein Bruder? Wozu diese Maskerade? Und warum bin ich hier?« »Um mit mir zu sein, um für alle Ewigkeit bei mir zu bleiben, Geliebte. Anders ließ es sich nicht machen.« »Und der ganze Überfall? Die Räuber? Das Blutvergießen?« »Alles war Schwindel, alles war Komödie, Geliebte, aber wir müssen eilen, der Priester wartet, um uns zu trauen, solange dein Vater uns noch nicht eingeholt hat.« »Warten Sie! Wir wollen uns nicht übereilen, Grigori Alexejewitsch. Ich hatte gar nicht die Absicht, Sie zu heiraten. Um so weniger nach den letzten Ereignissen.« Ilyichewitschewski sah sie ganz bestürzt an. Hatte er denn nicht alles so klug und kühn eingerichtet? Was wollte denn dieses unbegreifliche Mädchen noch? »Maschenka, was ist denn geschehen? Deine Angehörigen sind unversehrt. Ich bin dir noch immer treu und ergeben. Nichts kann uns voneinander trennen. Was hält dich denn noch zurück?« Maria Petrovna saß eine längere Weile nachdenklich da, hob dann ihre verweinten Augen auf Ilyichewski und brachte mit sichtbarer Anstrengung hervor. »Sie haben wohl vergessen, Grigori Alexejewitsch, was ich während dieser Zeit durchgemacht habe?« Solange ich eingesperrt war, hielt ich sie für ermordet und beweinte sie. Und jetzt musste ich glauben, dass mein Leben und das, was noch wertvoller als das Leben ist, in der größten Gefahr schwebe, dass meine Angehörigen umgekommen seien. »All das, was sich in Wirklichkeit gar nicht zugetragen hat, war für mich eine Tatsache, die ich in Wirklichkeit erlebte. Und ich muss staunen, dass ich es überlebt habe. Ist es nun verwunderlich, dass auch meine Gefühle sich etwas verändert haben?« Grigori Alexejewitsch hörte ihr so verständnislos zu, als ob sie Spanisch spräche. Schließlich nickte er mit dem Kopfe und sagte sehr bestimmt. »Du bist natürlich aufgeregt, Geliebte. Ich bitte dich um Vergebung, wenn ich dir Ungelegenheiten bereitet habe, die aber nicht zu vermeiden waren. Doch ich glaube, dass die wahre Liebe beständiger ist als der Spatz, der von Zweig zu Zweig hüpft. Darum verzweifle ich noch nicht an unserem Glück. Jetzt werde ich mit deinem Vater sprechen, der soeben hier angelangt ist. »Ich will es nicht in deiner Gegenwart tun, um dich nicht noch mehr aufzuregen und um dir Zeit zu lassen, deine zerstreuten Gefühle zu sammeln.« Mit diesen Worten ging er hinaus, und Maschenka blieb allein. Es ist unbekannt, ob sie ihre zerstreuten Gefühle sammelte und woran sie dachte, als sie unbeweglich auf dem gleichen Fleck saß, während sich draußen die feindlichen Nachbarn auseinandersetzten. Sie beharrte in der gleichen Erstarrung, auch als Pyotr Trifonowitsch, Ilya Petrovitsch, und Grigor Ilytschewski in die Stube traten. Der alte Barsukow rief in freudiger Erregung, »Du hast es durchgesetzt, Maria. Nun kannst du deinen Ilytschewski heiraten.« »Ich heirate ihn nicht«, entgegnete Maschenka leise. Der Vater sah sich verständnislos um und schrie auf, »In Gartenhäusern täglich Hangdewus haben und in Gasthöfen mit jungen Männern herumsitzen, das kannst du. Aber zum Traualter gehen, das kannst du nicht. Mit der Peitsche werde ich dich hintreiben. Wozu habe ich mich denn sonst mit diesem Ketzer ausgesöhnt?« »Er ist ein Betrüger«, sagte Maschenka noch leiser. Der alte lachte auf, »Habt ihr so etwas gehört? Die Maskerade passt dir nicht. Wäre es dir denn lieber, wenn wir alle ermordet wären und du dich in den Klauen der Räuber befändest?« »Dein Verlobter ist auch so ein gehöriger Räuber.« Nun trat Grigori Aleksejewitsch vor. Er ergriff Maria Betroffners Hand und sagte, »Hast du denn für diesen einen Augenblick unvermeidlicher List, alle unsere Schwüre, Küsse und süßen Stunden der Liebe vergessen? Ich will dein treuester Freund und ergebenster Sklave sein. Ist dein Herz zu Stein geworden?« Und er brach in Tränen aus. Pjotr Trifonowitsch wandte sich zum Fenster, und Maschenka beugte sich zu ihrem weinenden Verlobten und sagte, »Natürlich liebe ich dich wie vorher und will auch dein Weib werden. Doch ach, warum war dieses ganze Abenteuer nur ein Faschingsschatz?« Ende von der Überfall auf Barsukowka Die Muster des guten Tommaso Von Mirail Aleksejewitsch Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Abschnitt 1 Obwohl sich die Tuchwalkerei meines Patrons in der Nähe von Pistoia befand, war ich noch niemals in Florenz gewesen. Als ich 17 Jahre alt wurde, gab mir mein Patron eine Gehaltszulage und ließ mich die Kunden bedienen. Eines Tages brief er mich zu sich ins Obergeschoss, wo er fast immer über Rechnungsbüchern, Faktoren und Quittungen saß, Blickte mich über seine Brille an und teilte mir mit, dass ich am nächsten Morgen mit einer Partie Tuchmuster nach Florenz reisen müsse, um eine Reihe von Kunden, deren Adresse er mir noch geben werde, zu besuchen und von ihnen Aufträge entgegenzunehmen. Ich dankte dem Patron für das Vertrauen und konnte die ganze Nacht nicht einschlafen. In der Vorahnung des Genusses, die große Stadt zu sehen, von der ich so vieles und Wunderbares von Leuten, die dort schon gewesen, gehört hatte. Der Patron händigte mir die Adressen ein, an die ich die Muster bringen sollte, rieb mir, im Gasthause zur alten Jungfrau abzusteigen und gab mir noch verschiedene andere nützliche Ratschläge mit auf den Weg. Er ließ mich noch vor dem Ave Maria zu Bett gehen, damit ich ordentlich ausschlafe und beim ersten Morgenrauen das Haus verlasse, das mir, da ich meine Eltern früh verloren hatte, wie ein Elternhaus lieb war. Die Reise ging ganz ohne Zwischenfälle vonstatten. Übrigens war ich während der Fahrt so sehr mit den Gedanken an Florenz beschäftigt, dass ich keine Augen dafür hatte, was mir unterwegs begegnete. Ich begnügte mich natürlich nicht mit den Ratschlägen des Patrons, sondern unterließ es auch nicht, seinen Ältesten gehilfen auszufragen, der mir noch manche andere Dinge von der großen Stadt Florenz erzählte, wo meiner offenbar nicht nur die Besuche bei den Kunden, sondern auch neue Bekanntschaften, Kaffeehäuser, Wirtschaften, Theater und Damen, die denen von Pistoia sicher überlegen waren, harten. Die Gedanken an alle diese mir noch unbekannten Genüsse nahmen mich so völlig in Anspruch, dass ich kaum darauf achtete, wo ich meine isabelfarbene Stute nach Angaben des Patrons nach rechts und wo nach links lenken sollte. Das mir empfohlene Gasthaus befand sich hinter dem Santa Croce, sodass ich, um dorthin zu gelangen, fast die ganze Stadt durchqueren musste. Mein Gott, diese Herrlichkeit! Es war wohl die Stunde des Corso, denn alle Straßen waren mit Equipagen, Reitern und eleganten Fußgängern überfüllt. Die Lornions der Herren funkelten nur so, die Bänder und Schleier der Damen flatterten im Winde, die Hunde rannten zwischen den Beinen der Spazierenden umher, die Peitschen knallten, die Deckel der Tapatiären knipsten, der Staub duftete nach Parfüms und frisch gemähtem Gras, Schwalben jagten wie besessen dicht über die Köpfe der Menschen, und hoch oben auf dem Hügel läuteten Kirchenglocken. An einer Straßenkreuzung hielt plötzlich mein Wägelchen. Mein Pferd scheute vor einem offenen, rosafarbenen Sonnenschirm und blieb, statt, wie ich es erwartete, durchzugehen, wie Biliams Esel entstehen. Es wollte ungeachtet meiner Zurufe weder nach rechts noch nach links, weder vorwärts noch zurück. Ich selbst war nicht weniger bestürzt als meine Stute und hieb auf sie mit aller Kraft ein, ohne irgendetwas außer ihrer Isabellfarbenen Gruppe und ihrem Schwanz zu sehen, den sie bei jedem Hieb emporwarf. Einige Zeit lang achtete ich auf nichts anderes und hörte weder das Schimpfen noch das Lachen der Zuschauer, bis mich plötzlich eine zarte Frauenstimme wieder zur Besinnung rief. Die Stimme sagte, »Ihr werdet euer Tier totschlagen. Es bringt wahrlich keine große Ehre ein, mit einer Stute im Eigensinn zu wetteifern.« Dieses sagte eben jene Dame, vor deren Sonnenschirm mein Pferd gescheut hatte. Ich murmelte etwas wie eine Entschuldigung und war bereit, mit meinem Wegelchen in die Erde zu versinken. So sehr schämte ich mich meiner Kleidung und des Benehmens und der Mucken meines Tieres. Die Dame mit dem rosa Sonnenschirm schien gar nicht so sehr aufgebracht, worauf ich übrigens auch aus ihrer spöttischen, doch keineswegs zornigen Stimme hätte schließen können. Auch war sie in ihrem hohen, schiffförmigen Hut und mit dem Schönheitspflästerchen über der linken Braue ganz ungewöhnlich hübsch. Ich zog vor ihr, ich weiß nicht warum, den Hut und blickte sofort weg. An der anderen Seite meines Wegelchens stand ein junger Mann, der mich so ansah, als ob er mich ansprechen wollte. Er tat das auch im gleichen Augenblick. »Ihr kommt vom Lande?« fragte er mich lächelnd, auf meine Stute weisend. »Ja, gewiss, ich weiß nicht, was plötzlich mit ihr ist. Solche Mucken hat sie noch niemals gehabt.« »Es macht nichts, sie wird sich schon beruhigen. Ihr erlaubt?« Und ehe ich ihm die Erlaubnis geben konnte, sprang er geschickt in meine Equipage und nahm mir den Zügel aus der Hand. Die Stute begann plötzlich wirklich zu laufen, und wir setzten den Weg zusammen fort. Unterwegs erfuhr ich, dass mein Begleiter Giacomo Castanjo hieß, dass er Florentiner und Junggeselle war und bei seiner Mutter wohnte. Ich erzählte ihm meinerseits, dass ich Tommaso Guberti heiße, ein Tuchmacher aus der Gegend von Pistoia sei, Tuchmuster nach Florenz gebracht habe und im Gasthause zur alten Jungfrau hinter Santa Croce abzusteigen gedenke. Er hörte alle diese Mitteilungen mit ziemlicher Gleichgültigkeit an und sagte, »Das ist ja alles sehr schön, aber abends treffen wir uns, in jedem Fall im Phönix, neben dem Dom. Wir wollen ein wenig beisammensitzen und plaudern, sonst nichts. Nur um unsere Freundschaft zu besiegeln. Ihr müsst ja in dieser Stadt einen Freund haben.« Vor dem Gasthause nahm er von mir Abschied, und ich musste ihm versprechen, abends in den Phönix zu kommen. Auf dem Aushängeschilde meiner neuen Wohnung war eine ziemlich wohlbeleibte Dame in altertümlicher Kleidung dargestellt, die mit dem Finger auf eine Innschrift deutete. »Wo kehr ich ein, willst du wohl fragen, die alte Jungfrau kannst dir sagen. Wo kehre Fremdling bei mir ein, hier findest du den besten Wein, ein Essen billig, gut und fett, und ohne Flöhe ist das Bett.« Das Gedicht war ziemlich lang, ich hatte aber nicht Zeit, es zu Ende zu lesen, da der Wirt bereits das Tor öffnete, und aus einem Fenster im Obergeschoß eine wohlbeleibte Frau, offenbar die Wirtin, mit dem Kopf hinnigte. Abschnitt 2 Am nächsten Morgen konnte ich mich kaum noch daran erinnern, wie wir den Abend verbracht hatten. Mein Kopf tat mir fürchterlich weh, und alle meine Gedanken waren durcheinandergeraten. Nachdem ich aber das Geld in meiner Börse nachgezählt, stellte ich fest, dass davon nur genau so viel fehlte, wie das gestrige Abendessen gekostet hatte. Und dass folglich mein neuer Freund weder ein Dieb noch ein Bauernfänger war. Ich war wohl einfach dieser Art von Vergnügungen noch nicht gewohnt. Ich hatte auch die Adressen, die mir mein Patronen mitgegeben, nicht verloren, sodass alles außer meinem Kopf in der denkbar besten Ordnung war. Nachdem ich eine Tasse starken Kaffee getrunken, sah ich mir das Verzeichnis der Kunden genauer an. 1. Signore Antonio Cagliani Ogo Santi Apostoli gegenüber dem Palazzo Turchi Nicht zu stark klopfen, drei Tropfen täglich auf den nüchternen Magen. 2. Signora Solastica Ridi Jenseits des Arno, neben dem Palazzo Pitti Vollständig Ruhe, keinerlei Fleischkost, jeden Morgen eine kalte Abreibung. Soll wollene Strümpfe tragen. Die übrigen Adressen lauteten ähnlich. Mein Patron hatte jeder Adresse eine kurze Charakteristik des Betreffenden und einige medizinische Ratschläge hinzugefügt, damit ich offenbar ein Gesprächsthema habe, falls die Herrschaften sich mit mir in Gespräche privater Natur einlassen wollten. Ohne lange nachzudenken, zog ich meine beste Kleidung an, nahm das Paket mit den Mustern unter den Arm und begab mich zum Burgo Santi Apostoli. Der Bemerkung, die auf meiner Adressenliste stand, eingedenk, klopfte ich sehr leise an die alte Türe eines großen, doch unschönen Hauses. Der Diener war wohl kein Liebhaber von langen Gesprächen. Nachdem er mich in ein großes, halbfinsteres Vorzimmer hereingelassen hatte, zeigte er mir mit einer unbestimmten, stummen Gebärde auf eine Türe, hinter der er Frauengesang schallte, und verschwand. Als auf mein wiederholtes Klopfen keinerlei Antwort erfolgte, öffnete ich vorsichtig den einen Türflügel und erblickte einen großen, hellen Saal, in dessen Mitte ein klein gewachsener Mann in buntem Schlafrock stand, die eine Hand an das Herz gedrückt und die andere zur Decke erhoben, als ob er den Zuhörer auf das Deckengemälde, das den schlafenden Endymion darstellte, aufmerksam machen wollte. Der Herr hatte seinen Kopf so weit zurückgeworfen, dass ich sein Gesicht fast gar nicht sehen konnte. Ich sah nur seinen weißen, fetten Hals, der entsetzlich bebte. Dieser Herr war eben das Wesen, das mit der hohen Frauenstimme sang. Es kam mir so ungemein komisch vor, dass dieser Mensch, der weder ein Knabe noch ein Jüngling, sondern ein erwachsener Mann war, wie ein Weib sang. Ich muss aber gestehen, dass er es sehr kunstvoll machte und dass seine Stimme tatsächlich an die Töne eines Dudelsacks erinnerte, besonders wenn er folgende Worte sang. »O ich unselige Semmele, was habe ich freche gewagt, ewig trage ich die Plage, weine, klage und verzage vor heiser Liebesglut.« »Falsches Tempo, falsches Tempo, das euch der Teufel, Fräulein, nichte! Ihr habt offenbar gar keine Ahnung, was heiße Liebesglut ist. Ihr spielt wie eine Henne!« Der Herr im Schlafrock lief in die Tiefe des Raumes, wo ich jetzt ein Klamier entdeckte, vor dem eine Dame saß. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen, dafür hatte ich jetzt Gelegenheit, die Gesichtszüge des Sängers zu betrachten, der sich offenbar für einen Kenner von heißer Liebesglut hielt. Er hatte statt einer Perücke ein grünes Seitentuch auf dem Kopfe, und sein Gesicht erschien so ungewöhnlich aufgedunsen, als ob sich unter der Haut überall kleine Polster befänden. Aber seine großen schmachtenden Augen und sein ziemlich ebenmäßiger Mund verliehen der formlosen Masse doch eine gewisse Anmut. Bei den schnellen Bewegungen, die er machte, kamen unter seinem Schlafrock die vollen und festen Forme der unseligen Semäle vorteilhaft zur Geltung. Da mir niemand von den beiden Beachtung schenkte, hüstelte ich einige Male recht laut. Nun zog der Herr aus seinem Schlafrock, den er direkt über dem Nachthemd trug, einen Lognon hervor und begann mich wie einen Käfer oder wie ein Möbelstück zu betrachten. Ich kam ein paar Schritte näher und wollte an ihn einige Begrüßungsworte richten, als er plötzlich auflachte, meine beiden Hände ergriff und sagte, Bitte ohne Komplimente, ganz ohne Komplimente. Ich verstehe vollkommen eure Erregung, junger Mann, und weiß euren Enthusiasmus wohl zu schätzen. Habt ihr mich noch nicht in der Tispe gesehen? Habt ihr noch nicht jene Arie gehört, wo das unselige Mädchen über dem blutbefleckten Mantel des Pyramus Tränen vergießt? Nein, habt ihr es noch nicht gehört? Dann habt ihr gar nichts gehört, ihr habt noch gar nicht gelebt, ihr seid noch nicht geboren. Oh, das ist göttlich! Er sprach lange, noch immer meine Hände festhalten, seufzte aber schließlich auf und schwieg, offenbar, weil sein Herz vor Verzückung überströmte. Nun hielt ich es für angebracht, mich ihm vorzustellen und vom Zwecke meines Besuches zu sprechen. Natürlich seid ihr ein Muster, ein Muster der wahren Ehrfurcht vor dem Genie. Ich habe euch Muster gebracht und heißen Tommaso Gberti, versuchte ich ihm klarzumachen. Ich verstehe euch vollkommen. Ihr werdet morgen Pyramus und Tispe hören, wo ich und der Maestro einander übertreffen. Ich dankte dem Signore Cagliani und brachte die Rede wieder auf meine Muster, die ich ihm vorlegen wollte. Er stand einige Augenblicke schweigend da, lächelte mir dann zu, nahm mich am Arm und sagte mit gedämpfter Stimme, Auch das ist möglich, mein Freund. Enthusiasmus und Fleiß können alles überwinden. Wir wollen uns eure Muster ansehen, aber das müsst ihr erst verdienen. Ihr werdet doch an unserem Frühstück teilnehmen. Gestattet euch, meine Nichte vorzustellen, die zwar von Musik nichts versteht, aber sonst ein gutes Mädchen ist. Clementina Cagliani Das junge Mädchen erhob sich vom Klavier, und ich erkannte in ihr sofort die gestrige Dame mit dem rosa Sonnenschirm. Ich weiß nicht, ob auch sie mich erkannte. Sie sah mich aber so an, dass ich annehmen musste, sie hätte mich wohl erkannt. Ihr Onkel zog sich zurück, um sich umzukleiden, und ließ mich mit der jungen Dame allein. Kaum hatte Signore Cagliani das Zimmer verlassen, als das junge Mädchen mir sagte, »Gebt schnell den Brief her!« »Was für einen Brief!« »Den Brief von Valerio!« »Verzeih, ich kenne keinen Valerio, und ich habe keinen Brief bei mir.« »Ihr kennt nicht Valerio Boccacci? Und seid nicht von ihm geschickt?« »Ihr seid entweder dumm oder von übertriebener Ängstlichkeit.« In diesem Augenblick kam der berühmte Sänger zurück. In gewöhnlicher Kleidung sah er noch viel dicker und kleiner aus. »Schon auf der Schwelle«, rief er mir lächelnd zu, »frühtügen, frühstügen! Habt ihr schon Clementinas Bekanntschaft gemacht?« »Ich beneide euch, ihr werdet mich morgen zum ersten Mal in der Tispe hören.« »Diese Rolle liegt mir ganz besonders.« »Ich habe in ihr jedes Mal einen berauschenden Erfolg. Viele nennen mich sogar Signore Tispe.« »Das ist doch nicht übel, was?« »Ja, in Florenz gibt's genug geistreiche Leute.« Abschnitt 3 Am nächsten Morgen begab ich mich zu Signora Scholastigarini. Diese Dame wohnte fast außerhalb der Stadt in einem Hause, das mitten in einem großen, schattigen Garten stand. Der Eingang wurde von keinem Torhüter bewacht und die Gartenpforte war unversperrt. Ich trat in den Garten und begab mich aufs Karate wohl zu einer Terrasse, die weiß zwischen den Bäumen schimmerte. Überall waren Spuren eines verkommenen und vernachlässigten Prunkes zu sehen. Einige Statuen waren in den Gartenteich gestürzt, aus dem ihre vom Schlamm grün angelaufenen Beine herausragten. Andere Statuen waren wiederum so sehr von Vögeln verunreinigt, dass es ein Jammer war, sie anzuschauen. Aus dem Hause klangen Gitarrentöne, und ich ließ mich von ihnen aus der einen Allee in die andere leiten. Auf der Terrasse saß eine reich gekleidete Dame mit gepudertem Gesicht und sonnenverbranntem Hals, in Gesellschaftsfeier junger Männer in Livreen. Gerade als ich mich der Terrasse näherte, begann die Dame, mit einer etwas heißeren, doch nicht unangenehmen Stimme ein Lied zu singen, dessen Worte mir bekannt waren. »Ach, lieber Dudelsackpfeifer, komm bitte näher ran, dass ich mir deinen Dudelsack genauer anschauen kann.« Da der Text des Liedes ziemlich anstößig war, mußte ich staunen, dass diese anständige und elegante Dame ein solches Lied sang. Die Gesellschaft hatte vor sich Kaffeegeschirr und Likörflaschen stehen, das Tischtuch war voller Flecken, und auf dem Boden lagen Orangenschalen umher. Die Dame warf die Gitarre weg, die einer der beiden Kavaliere sehr geschickt im Fluge auffing, knöpfte sich das Mieter auf und sagte, »Ach, heute habe ich mich ordentlich satt gegessen. Ihr doch hoffentlich auch.« In diesem Augenblick bemerkte sie mich und winkte mich sofort zum Tische heran. Die beiden jungen Männer waren im ersten Augenblick aufgesprungen, nahmen dann aber gleich wieder Platz, ohne sich mir vorzustellen. »Setzt euch, seid unser Gast«, sagte die Dame, »sich mit ihrem ganzen Körper vorbeugen, wobei ihre Büste, die aus dem tiefen Halsausschnitte herausquollt, ganz unnatürlich zitterte. Ihre Haut war vom Halse abwärts weder geschminkt noch gepudert, und es sah aus, als ob man einem Rumpf aus Bernstein einen Alabasterkopf aufgesetzt hätte. Trotzdem war die Dame berückend schön. Die Kavaliere sahen weniger vornehm aus. Obwohl mir die ganze Situation höchst sonderbar vorkam, zog ich höflich den Hut und fragte, ob ich das Vergnügen hätte, Signora Redi in eigener Person zu sprechen. Die Signora lachte laut auf, machte dann ein ernstes Gesicht und antwortete mit einer Bassstimme, »Ja, das ist sie selbst.« »Was sie der Teufel!« Ich wollte die Räder auf meine Muster bringen. Sie winkte mir aber ab und sagte sehr ernst, »Von Geschäften sprechen wir später. Setz dich jetzt her und trinkt mit. Beppo noch einen Kaffee.« Der eine der beiden Kavaliere stand auf und brachte mir eine Tasse und ein Likörglas. Der andere kicherte ununterbrochen vor sich hin. »Was hast du?« fragte sie ihn. »Ich lache über diesen Sonderling, der seine Muster unter dem Arm herumträgt.« »Jeder hat eben seine Angewohnheiten«, entgegnete Scholastica sehr ernst, worauf beide Herren in schallendes Gelächter ausbrachen. »Nun ist's genug, er gefällt mir, und wenn er ihn beleidigt, kriegt ihr von mir Ohrfeigen.« Darauf wandte sich Signora Redi zu mir und sagte sehr freundlich, »Achte nicht auf sie, sie sind Dummköpfe und verstehen nichts. Lass dir einen Kuss geben.« Sie roch nach Puder, Wein und Kaffee und neigte sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite, wobei ihre Büste immer zitterte. Man brachte noch zwei Flaschen herbei, ich wurde etwas kühner und umarmte die Dame, damit sie nicht so wackele. Die Kavaliere holten Spielkarten hervor und begannen sie zu mischen, als aus dem Gebüsch plötzlich ein etwa zehnjähriges Mädchen heraussprang und flüsternd meldete. »Sie ist gekommen.« Die Signora sprang auf, setzte sich wieder hin und sprang wieder auf, wobei sie in höchster Aufregung stotterte, »räumt alles weg, versteckt die Gitarre, das euch, alle der Teufel!« Schließlich sammelte sie das ganze Geschirr, Gläser, Tassen und Löffel in ihren Rockschoß und ging ins Haus. Im rechten Strumpfe hatte sie ein großes Loch. Die Signora stolperte auf den Stufen und fiel hin. Es gelang ihr nicht, sich wieder auf die Beine zu erheben, und sie kroch auf allen Vieren, den Rockschoß mit dem Geschirr immer noch mit der Hand festhalten, zur Türe hinaus. Die beiden jungen Männer waren längst verschwunden. Ich wußte gar nicht, was das Ganze zu bedeuten hatte und saß, in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, vor dem schmutzigen Tischtuch. Aus dem Garten kam durch die gleiche Allee, durch die ich gekommen war, eine schlanke junge Dame, in hellem Kleide, mit einem sehr blassen, leicht angeschwollenen Gesicht, in Begleitung eines etwa fünfzehnjährigen Knaben. Erst als sie die Terrasse betrat, bemerkte sie mich. Sie erwiderte meine Verbeugung, schickte den Knaben fort und wartete stumm, dass ich ihr etwas sage. Endlich hob sie ihre grauen Augen und fragte mich zögernd, »Euch hat doch Signore Valerio Brocacci hergeschickt. Was will er von mir eigentlich?« Ich antwortete darauf, dass ich keinen Valerio kenne. Die Dame murmelte vor sich hin, »Selsam, in diesem Falle weiß ich wohl, wer euch hergeschickt hat. Ihr hättet aber nicht heute, sondern morgen kommen sollen. Ich begrüße euch, herzliebster Bruder.« Sie stand schweigend vor dem Tisch. Ich glaubte, dass sie die Kaffee- und Likörflecken betrachtete. Ich merkte aber bald, dass sie überhaupt nicht hinsah und Gott weiß, woran dachte. Endlich richtete sie ihren Blick wieder auf mich und schien erstaunt, dass ich noch immer da sei. Mit schwacher Stimme sagte sie, »Also, ich erwarte euch morgen, richtet meine Grüße aus. Der Herr helfe euch.« Der Bengel, mit dem sie gekommen war, hatte offenbar irgendwo in der Nähe gelauert. Er erschien in diesem Augenblick, ohne gerufen zu sein, um mich hinaus zu geleiten. Ich versuchte, von ihm zu erfahren, was das Ganze zu bedeuten habe und wer die erste Dame gewesen sei. Der Junge war aber entweder taub oder blöd, denn auf alle meine Fragen lächelte er nur, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Abschnitt 4 Dieser Valerio ist wohl ein einflussreicher, alterer Herr, von dem das Wohl und Wehe vieler Leute abhängt. Die Eindrücke, die ich von den beiden ersten Besuchen hatte, regten mich dermaßen auf, dass ich beschloß, vor der Hand keine neuen Besuche zu machen. Umso mehr, als ich an diesem Tage bei Signora Tispe, wo ich seiner schönen Nichte begegnen könnte, und bei Signora Aridi, wo ich ihre Verwandte zu treffen hofte, erwartet wurde. Ich saß in einem Kaffeehause und dachte über alle diese Erlebnisse nach, als plötzlich wieder der Name Valerio Procacci an mein Ohr schlug. Ich wandte mich so schnell um, dass ich dabei beinahe meinen Tisch umwarf. Am Tische nebenan saßen zwei junge Herren, von denen mir der eine sofort durch seinen lustigen und sorglosen Gesichtsausdruck auffiel. Ich kann mir kein noch so argwöhnliches und trockenes Herz vorstellen, welches beim Anblicke dieses runden Gesichtes mit der Stuhlbnase, den großen Mund und den lachenden Augen nicht auftaute. Er war es, der den Namen Valerios genannt hatte. Ich faßte mir ein Herz, ging auf den jungen Herrn zu und fragte ihn, »Ihr kennt Valerio Procacci?« »Das will ich meinen, ich bin es ja selbst.« »Ihr seid Valerio Procacci, das kann nicht stimmen.« »Warum seid ihr darüber so erstaunt?« »Ich glaubte nicht, dass ihr noch so jung seid. Ich habe mir euch überhaupt ganz anders vorgestellt.« Der junge Mann fragte mich nun sehr interessiert, wo ich von ihm gehört habe und woher ich ihn kenne. Ich erzählte ihm ganz offen meine ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende. Valerio hörte mich aufmerksam an und sagte, »Es ist doch seltsam, mein guter Thomasu, dass das Schicksal euch gerade zu solchen Leuten geführt hat, die in meinem Leben eine Rolle spielen. Ich glaube, dass darin eine gewisse Absicht der Vorsehung liegt.« »Ich glaube auch, dass ihr mir helfen könnt.« »Nun will ich euch in meine Angelegenheiten einweihen, zumindest in diejenigen, in die ihr zufällig selbst hineingeraten seid.« Vertrauen gegen Vertrauen.« Ich erfuhr von Valerio, dass er Clementina, die Nichte des berühmten Castraten Cagliani liebte, während ihr Onkel sie um jeden Preis mit einem Grafenbacher Bosco, einem lächerlichen und eingebildeten alten Verschwender, verheiraten wollte. Die Eltern Valerios gaben sich dagegen die größte Mühe, ihren Sohn mit Signora Haridi zu verheiraten, einer ehrwürdigen und reichen Witwe, die ihm aber gar nicht gefiel und die auch selbst keinerlei Neigung zu ihm verspürte, weil sie ihn für einen hohlen und leichtsinnigen Menschen hielt. Ich suche gar nicht, sie von dieser Meinung abzubringen, im Gegenteil. Ich tue alles Mögliche, um ihr jeden Gedanken an eine Verbindung mit mir zu verekeln. Ich ärgere mich weniger über sie und über meine Angehörigen, als über diese beiden Vogelscheuchen, den Grafenbacher Bosco und den Signore Tispe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unerträglich mir diese beiden aufgeblasenen und manierierten Kerle sind. Es freut mich, dass ich in euch einen Freund gefunden habe, der mir helfen kann. Er drückte mir fest die Hand und sagte, dass ich auch meinerseits immer auf seine Hilfe und seinen Beistand rechnen dürfe. So erwerbe ich mir Freunde ganz zufällig und ohne die geringste Mühe. Entweder sind die Florentiner besonders geneigt, Freundschaften zu schließen, oder in meinem Äußern liegt etwas Einnehmendes. Zu Hause wurde ich zwar wenig geschätzt, aber es ist bekannt, dass kein Prophet in seinem Vaterlande etwas gilt. In dieser Gemütsverfassung kaufte ich mir zunächst neue Schuhe mit Schleifen und begab mich darauf zu Signore Cagliani. Er empfing mich überaus freundlich und begann sofort girrend und augenrollend von seinen Bühnenerfolgen zu sprechen, als plötzlich von der Straße her Geigentöne erklangen. Die Geigen wurden erst gestimmt. »Es ist eine Serenade, mein Ehrenwort, eine Serenade! Ich will es nicht leugnen, berühmt sein hat auch seine Annehmlichkeiten!« Er machte die Fensterläden auf, die Geigentöne wurden lauter. Aber es war noch kein richtiges Spiel. Die Musiker wollten gerade mit einem Stück beginnen, als plötzlich vor dem Hause eine andere Musikergesellschaft erschien, welche behauptete, dass nur sie hier zu spielen hätten und die zuerst erschienenen Spielleute zu vertreiben suchte. Anfangs wurde nur geschimpft, dann griff man zu Pflastersteinen, nachher zu den Bögen und Geigenkästen und schließlich auch zu den Instrumenten selbst. Im Hause war jedes Wort zu hören. Signore Cagliani war sehr aufgeregt und rief den Musikern zum Fenster hinaus. »Hau zu, so ist's recht!« Plötzlich fiel ihm aber etwas ein. Und er schrie hinaus. »Für wen ist die Serenade bestellt?« »Für Signora Clementina Cagliani.« Der Sänger schlug schnell das Fenster zu, wandte sich zu mir und sagte wegwerfend, »Ach, es ist nicht der Rede wert, wenn diese jungen Leute nur irgendwo einen Unterrock wittern, so kommen sie gleich mit ihrer Katzenmusik.« Ich wagte nicht, ihn an die Annehmlichkeiten des Berühmtseins zu erinnern, um so mehr, als in diesem Augenblick Clementina ins Zimmer trat. Der Onkel fiel sofort über sie her. »Was ist das für ein Lärm?«, fragte sie eintretend. »Was das für ein Lärm ist?« »O heilige Unschuld, das solltet ihr besser wissen, was das für ein Lärm ist. Eure Kavaliere sind sich in die Haare geraten. Euch fällt natürlich gar nicht ein, an euren kranken Onkel zu denken, der euch ernährt und der jeden Augenblick sterben kann. Ihr denkt gar nicht daran, was das für ein Verlust für die Kunst wäre. Euch ist alles gleich, wenn ihr nur eure Herde von Liebhabern habt. Schlange! Was für eine Herde von Liebhabern! Seid ihr bei Sinn? Ihr gebt euch ja selbst Mühe, mir alle möglichen Dummen freier aufzudrängen, wie zum Beispiel den Grafenbarer Postkuhl. »Habe ich dir vielleicht auch den Brocacci aufgedrängt?« »Valerio hat damit nichts zu schaffen.« »Wieso hat er damit nichts zu schaffen?« »Ich werde dich enterben.« »Ich habe mein eigenes Kapital, wenn ihr es noch nicht veruntreut habt.« »Diese Frechheit!« »Ihr werdet eure Stimme verlieren.« »Ja, ich werde meine Stimme verlieren.« »Ich werde verarmen und sterben.« »Und du wirst an allem schuld sein.« »Macht euch nicht zum Narren.« »Auf der Straße ist ja jedes Wort zu hören.« »Soll man's nur hören.« »Ich habe für niemand Angst.« »Ihr seid einfach lächerlich.« »Wer ist lächerlich?« »Ich?« »Meinen Stockherr.« »Im Vorzimmer hinter der Truhe.« »Links.« »In der Ecke steht mein dicker Stock«, winzelte Kaljami.« »Von der Straße her klangen bereits Hilferufe und Waffengeklär.« »Ich eilte hinunter, um zu erfahren, ob Valerio nicht verwundet sei.« »Jemand stieß mich aber so heftig in die Rippen, dass ich in eine Nebengasse flog, von wo aus ich mich schleunigst nach Hause begab.« Es war mir nicht vergönnt, bei dieser Gelegenheit Signore Boccacchi, für den ich eine so aufrichtige Neigung und Hingebung empfand, zu sehen. Valerio war nämlich seit diesem Vormittag verschwunden, und niemand wußte, wo er sich aufhielt. Man hätte annehmen können, dass er vom Grafen Barabosco umgebracht worden sei, wenn Clementina nicht vollkommene Ruhe bewahrte, was im Falle seines gewaltsamen Todes wohl kaum möglich wäre. So vergingen etwa fünf Tage. Gelegentlich eines zweiten Besuches im Hause der Signora Riedi erfuhr ich, dass die Dame, die mich bei meinem ersten Besuch so sehr bezaubert hatte, nur eine Magd Scholastikas war. Wie es bei Damen von gottgefälligem Lebenswandel oft der Fall ist, hatte sie ausgesucht gliederliche Dienstboten. Ich muss gestehen, dass die Anziehungskraft, die sie auf mich übte, durch diese Entdeckung in keiner Weise beeinträchtigt wurde, sogar im Gegenteil. Ihre Reize wirkten auf mich mit noch größerer Kraft, als es sich erwies, dass sie nicht unzugänglich waren. Es kam so weit, dass sie mich zu einem Rendezvous einlud, doch nicht in ihrer Kammer und nicht in meinem Gasthause, sondern draußen im Bällchen vor der Stadt, wozu sie wohl vom angenehmen Wetter verleitet worden war. Bei der Hütte des Anakoretens, sagte sie. Eines Anakoretens? Gibt es denn heutzutage noch Anakoreten? Gewiß, weißt du denn nicht, dass erst vor einigen Tagen hier vor der Stadt ein heiliger Einsiedler aufgetaucht ist, von dessen göttlichem Lebenswandel die ganze Stadt spricht? Er flieht aber die Menschen, was die Letzteren natürlich um so mehr zu ihm hinzieht. Ich hatte noch nichts von diesem Anakoreten gehört, versprach ihr aber, abends in das Wäldchen zu kommen. Das Wäldchen befand sich etwa drei Meilen von der Stadt entfernt. Ich kam lange vor der Stunde hin, wo die Sonnenstrahlen schräg zu fallen und den verzerrtelten Stadtbewohnern angenehm zu werden beginnen. An diesem Tage war die Sonnenglut durch die dichten Wolken, die ab und zu über den Himmel zogen und sich zu einer Regenwolke anzusammeln drohten, etwas abgeschwächt. Bald begann es zu regnen. Aber Santina, so hieß die Schöne, die ich ursprünglich für Signora Riedi gehalten hatte, war noch immer nicht da. Das Warten im Regen wurde mir zu dumm, und ich beschloss, in der Hütte des Anakoretens Zuflucht zu suchen, die sich übrigens als ein ganz gewöhnlicher, verfallener Heuschober ohne Heu herausstellte. In der halbfinsteren Hütte war niemand da. Ich kletterte auf den Heuboten hinauf und spähte durch die Ritzen hinaus, ob meine Geliebte noch nicht käme. Gleichzeitig lauschte ich auf jeden Ton, der von unten drang. Bald ging die Türe auf, und in der Hütte erschien der Einsiedler, eine vermummte und durchnässte Dame am Arm. »Das ist ein netter Einsiedler«, dachte ich mir, »er bringt sich gar Damen mit. Es ist aber auch möglich, dass sie sich einfach verirrte und er sich ihrer in väterlicher Sorg annahm, um ihr Schutz und Obdach zu geben.« Der Einsiedler benahm sich aber trotz seines langen Bartes durchaus nicht wie ein Vater. Das Paar küßte und herzte sich mit solcher Leidenschaft, dass sich Santina und ihre Treulosigkeit vergaß. Die beiden grieten immer mehr in Hitze. Er half der Dame aus dem Mantel und bedeckte ihre bloßen Schultern mit Küssen. Schließlich nahm er sich seinen langen Bart ab und stand zu meinem größten Erstaunen als Valerio Procacci da. Nun nahm auch die Dame die Larve vom Gesicht und stellte sich als Clementina Cagliani heraus. Ich schrie vor Entzücken beinahe auf, als ich dieses Liebespaar sah, dessen Glück mir wirklich nahe ging. Außerdem waren die beiden so hübsch, dass auch jeder andere an meiner Stelle entzückt sein müsste. Der Regen hatte inzwischen aufgehört, aber Signora Clementina blieb immer da. Ich sah, wie Santina zum Stelldicheinkam und wieder fortging. Ich konnte ihr aber nicht zurufen, dass ich da sei, ohne meine Anwesenheit dem Paar unter mir zu verraten. Wahrscheinlich machte ich aber in meinem Ärger irgendeine allzu heftige Bewegung, denn die Dame riss plötzlich ihren Mund vom Munde Valerios los und fragte, »Was hat da eben geknarrt? Ist jemand oben?« »Wer soll oben sein?«, »Es ist hier nur so vorgekommen«, antwortete der junge Mann und küßte sie wieder. »Nein, wirklich, dort rührt sich jemand.« Nun hielt ich es selbst nicht länger aus, steckte meinen Kopf hervor und sagte laut, um die beiden zu beruhigen, »Seid unbesorgt, Signore Valerio, das bin nur ich.« Clementina schrie auf und lief flink wie ein Reh hinaus. Valerio sah mich eine Weile erstaunt und sogar erbost an und brach plötzlich in Lachen aus, in dem er sagte, »Tomaso, Tomaso, du mordest mich. Es ist doch dein Glück, dass du dich nicht früher gemeldet hast, sonst hätte ich dich windelweich geprügelt.« »Wie kommst du her?« Ich kletterte von meinem Posten hinunter und gab zunächst meiner Freude darüber Ausdruck, dass Boccaccio am Leben und anscheinend auch sehr glücklich sei. Nachdem wir über Valerios Verkleidung und meinen Beobachtungsposten gelacht hatten, brachten wir das Gespräch auf ernstere Dinge, wobei ich erfuhr, dass ich meinem Freund bald wieder einen Dienst erweisen können werde. Er vertauschte die Mönchskutte mit seiner gewöhnlichen Kleidung, drückte mir die Hand, umarmte mich und sagte träumerisch, »Tomaso, du solltest doch Signora Schellastica heiraten.« »Was fällt euch ein? Sie wird mich ja gar nicht nehmen wollen.« »Das ist schon meine Sache. Und geht dich gar nichts an.« »Es geht mich gar nichts an?« »Ich soll sie doch heiraten.« »Das kann alles Signora Albano einrichten.« »Ich höre diesen Namen zum ersten Mal.« »Wohl möglich. Ändert aber nichts an der Sache.« »Ich muss gestehen, dass ich noch niemals an diese Heirat gedacht habe, die mich, offengestanden, wenig reizt.« »Das ist wieder etwas anderes.« »Ich würde sogar vorziehen, Santina, die Magd, der Signora Ridi, zu heiraten.« Valerio lächelte. »Das wäre unüberlegt von dir. Santina ist durchaus keine Dame, die zu heiraten es sich verlohnte. So oft du nach Florenz kommst, wird sie dir immer zur Verfügung stehen.« Nun fiel mir mein Patron in sein Tuchgeschäft ein, und ich mußte zugeben, dass Brocacci recht hatte. Ich gab jeden Gedanken an eine Heirat auf und malte mir aus, was für Genüsse mich bei meinen nächsten Besuchen in Florenz erwarteten. »Ich kann nicht sagen, dass Valerio trauriger als gewöhnlich war.« Er war nur ernster. Sein Gesicht war überhaupt so beschaffen, dass es keinerlei melancholische Gefühle ausdrücken konnte. Er begleitete mich bis zur Stadtgrenze und sagte mir noch einmal, dass ich immer auf seine Hilfe und seinen Beistand rechnen dürfe. Ich blickte ihm lange nach und ging dann langsam in die Stadt, während meine Gedanken mehr mit dem Schicksal Clementinas als mit meinem verpassten Stelldichein beschäftigt waren. Abschnitt 6 Santina empfing mich am nächsten Tage gegen meine Erwartung ganz ohne Schaltworte. Sie hielt nur ihre Augen kühl gesenkt und gab sich Mühe, zurückhaltend zu erscheinen, soweit es ihr lebhaftes und feuriges Temperament gestattete. Es war mir, ich weiß nicht warum, durchaus gleichgültig, ob sie mir zirnte oder nicht, und ich betrachtete kühner als sonst ihre braunen Wangen und ihre zuckenden Augenlider. Ich erdreistete mich sogar, sie im Vorbeigehen um die Talie zu fassen. Dies brach anscheinend das Eis, und Santina flüsterte mir so entzückend die Worte »Reutiger Schuft« zu, dass mir schon wieder der bereits fallengelassene Gedanke an die Heirat in den Sinn kam. Signora Scholastica saß traurig am Fenster und zählte Silbergeld, das vor ihr in einer Schatulle lag. Sie hob ihre grauen Augen und sagte leise »Mein guter Tommaso, Signora Albano hat mir so viel von euch erzählt. Er sagte mir, wie bescheiden und wie hingebungsvoll ihr seid. Mein kränklicher Zustand gestattete mir nicht, euren schönen Eigenschaften die gebührende Beachtung zu schenken. Doch vor dem Herrn bleibt nichts verborgen. Nun fiel mir der Vorschlag Boccacis ein, und ich sah mit großer Bestürzung, wie sich die Hand der Signora Scholastica auf meinen grauen Ärmel legte. Die Dame sprach wie im Traum, langsam und leidenschaftlich, ohne die Augen von mir zu wenden oder die Hand von meinem Ärmel zu nehmen. Es wurde mir plötzlich so furchtbar traurig zumute, und ich wandte mich zum Fenster, das auf die Straße hinausging. Ich erblickte draußen zwei Gestalten, die einige Augenblicke später im Zimmer der Signora Redi erschienen. Es waren Signora Cagliani und ein mir unbekannter, langer, hagerer Herr ohne Perücke. Am linken Beine fehlte ihm das Strumpfband. Doch die übrigen Bestandteile seiner Toilette ließen vermuten, dass diese Unordentlichkeit dem Begleiter des Signora Tispe sonst durchaus nicht eigen war. »Mein Gott, was ist denn geschehen, Graf Baraboscu?« rief Scholastica aus, sich erhebend, um die Gäste zu begrüßen. »Das war also die Hopfenstange, die Clementina hätte heiraten müssen.« Ich begriff sofort die ganze Empörung Boccacis. Cagliani zeigte mehr Geistesgegenwort als der kaltgestellte Freier und teilte ziemlich ruhig mit, dass seine Nichte während der gestrigen Vorstellung mit Valeriu durchgebrannt sei und sich von ihm vom Anakuretenhaar betrauen lassen. Ich überlegte mir, wie es möglich wäre, dass Boccacis die Trauung an sich selbst hätte vollziehen können. Der Graf saß indessen hilflos da, seine Nase war rot geworden und er nästelte an seinem linken Strumpfe, der immer wieder hinunterrutschte. »Diese Schlange, diese Schlange!« flüsterten seine Lippen. Signore Tispe ging gravitätisch auf Signora Riedi zu und sagte ihr recht ungezwungen, sogleich aber galant. »Liebe Signora Scholastica, ich bin viel mehr um euch besorgt als um den verschwundenen jungen Mann oder um meine Nichte. Jene werden leicht erreichen, wonach sie gestrebt haben. Aber ihr, ihr, die ihr so unschuldig leiden müsst, diese verkannte Güte!« »Ihr schmeichelt mir!« »Nicht im geringsten. Ich weiß, welche Gefühle ihr jenem jungen Mann gegenüber hegtet. Was mich betrifft, so bin ich sogar froh, dass ich diese unedle Last los bin. Gestern konnte sie nicht einmal das Ende des zweiten Aktes von Pyramis und Tispe abwarten und brannte noch vor meiner Glanzleistung, vor meinem Triumphe durch. Ihr wißt, der wahre Künstler braucht Ruhe, und wenn er zuweilen Aufregung braucht, so doch nur eine Leichte und Angenehme.« Graf Parabosco begann nun wieder zu jammern. Signore Kalliani wandte sich zu ihm, drehte sich aber plötzlich auf dem Absatz um und rief aus »Ich bin doch genial!« »Wer wird daran zweifeln?« Scholastica wartete schweigend, was weiterkommen würde. »Ihr und er! Ha, ha, ha! Ist es denn nicht genial! Rache, süße Rache!« »Ich begreife euch nicht!« »Heiratet doch den Grafen!« »Meint ihr?« »Gewiss meine ich es. Wen denn sonst?« »Graf kniet nieder!« »Wartet! Mir rutscht immer der Strumpf hinunter.« »Was, der Strumpf? Das macht nichts!« »Wartet, Signore Kalliani, ich will es mir noch überlegen,« protestierte Signora Ridi. Doch der Sänger frohlockte bereits. »Wenn eine Frau sich etwas überlegen will, so ist sie schon einverstanden.« Erst in diesem Augenblick bemerkte er mich. »Ach, auch der gute Tommaso ist hier!« Mit gedämpfter Stimme fügte er hinzu, »jetzt habe ich etwas mehr freie Zeit und will mir gerne eure Muster ansehen.« Es war mir aber nicht beschieden, von seiner Aufforderung Gebrauch zu machen. Zu Hause erwarteten mich ein Brief von meinem Patron, der mich aufforderte, sofort nach Pistoia zurückzukehren, und jener Giacomo Castagno, der mich, wie es sich herausstellte, während der ganzen Zeit gesucht hatte, um von mir die Adressen seiner Klienten zurückverlangen und mir meine Liste zurückzugeben, die ich am ersten Abend im Phönix mit der Seinigen vertauscht hatte.« Valerio lebt in glücklicher Ehe mit Clementina und lässt oft von sich hören. Signora Cholestica heiratete fast ohne es zu merken den Grafen, und Signora Cagliani erntet noch immer Lorbeeren in der Rolle der Artiste, ohne meine Muster gesehen zu haben. Welch köstliche Muster lieferte mir aber Florenz. Muster von Liebe und Prätention, von komischen und traurigen Zufällen, Schicksalslaunen und echten Gefühlen. Ende von Die Muster des guten Tommaso Eine Panne von Michael Alexeevich Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In der Stadt hätte man sich im Notfalle auf einen grauen Schneehaufen hinsetzen können. Aber hier, sieben Werst von Zarskoe Cielo. Das Auto lag auf der Seite, durch einen tiefen Graben von der pfützigen Landstraße getrennt. Die Katharina Betroffener blickte dem Chauffeur, der sich ohne Pelz entfernte nach und lächelte. »Sehen Sie, Miss Petty, wie gefährlich solche Geständnisse sind. Selbst das Auto hielt es nicht aus und kippte um.« Die kleine Engländerin streckte ihre Arme aus, wie um Hilfe flehend. »Nun, das macht nichts. Jetzt müssen wir an die zwei Stunden durch den Schmutz marschieren. Was soll man tun? Sie hätten sich eben nicht verlieben sollen.« »Katja, Sie selbst!« »Was habe ich selbst? Habe ich mich selbst in Volodja verliebt? Bei uns ist so etwas von den Gesetzen verboten. Und ich bin vernünftig. Volodja ist ja mein Bruder.« »Sie haben mich selbst zu diesem Geständnis gezwungen. Sie haben mir mein Geheimnis entrissen und lachen jetzt über mich. Sie sind ein böses Mädchen, Katja.« »Ich lache gar nicht. Wenn es Ihnen unangenehm ist, so will ich aufhören. Das Warten ist aber langweilig. Es ist noch gut, dass es nicht kalt ist und nicht regnet.« Je Katharina Betroffener blickte zum blassbraunen Himmel empor, schlug die Schöße ihres weiten Mandels übereinander und fuhr fort. »Das sich Mama noch nicht beunruhigt. Ins Theater kommen wir natürlich zu spät.« Die Engländerin schien das Traurige und Lächerliche ihrer Lage gar nicht zu merken. Mitten auf der einsamen Landstraße, in der Nässe, ganz ohne Schutz und Wehr, gegen einen möglichen Regen und die Laune des ersten besten Passanten, war sie vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Sie schien vergessen zu haben, dass sie eigentlich die Beschützerin und Erzieherin des ihr anvertrauten jungen Mädchens war und schmiegte sich, als ob sie die Jüngere wäre, ängstlich an Je Katharina betroffen haben. Diese erriet offenbar den Seelenzustand ihrer Begleiterin, lächelte ihr etwas gönnerhaft zu und sagte, »Aber, liebe Miss, wie kommen Sie nur dazu? Ich hätte es von Ihnen wirklich nicht erwartet. Sie sollen nicht lachen. Sprechen Sie doch. Bitte, von ihm. Ich habe es so lange geschwiegen.« »Was soll ich Ihnen von Volodya erzählen?« »Erzählen Sie lieber, wie es gekommen ist.« »Sie haben wirklich so lange geschwiegen, dass ich von der Sache gar nichts weiß.« Die Engländerin ging bis zur nächsten Pfütze, kehrte um und begann etwas unsicher. »Was soll ich Ihnen erzählen, Katja? Ich weiß wirklich nichts. Das kam gar nicht plötzlich und auch nicht bei unserer ersten Begegnung. Ich hielt Wladimir Petrovic für einen hohlen, jungen Mann und selbst sein Äußeres gefiel mir nicht. Ich wußte auch sehr gut, dass er in seiner gesellschaftlichen Position mich gar nicht heiraten kann. Warum sollte ich ihn lieben? Das bloße Anschwärmen, von dem man in Romanen liest, kam mir immer lächerlich vor. Wer hätte es ahnen können, dass ich dasselbe wie die Heldin in der abgeschmackten Novellen durchmachen werde?« Über die ich so oft lachte. Das geschah im September, als Wladimir Petrovic einrücken sollte. Eines Morgens stand er sehr früh auf, und wir waren am Frühstückstisch allein. Er nahm die Tasse aus meiner Hand und sagte, »Ja, Miss Betty, ich gehe bald fort, und Sie werden mir keinen Kaffee mehr einschenken können. Vielleicht werden Sie manchmal an mich denken.« Er sagte das ziemlich gleichgültig, ganz wie wenn er mit einem Portier sprechen würde. Aber der Gedanke, dass ich sein Gesicht, das mir gar nicht gefiel, vielleicht niemals wiedersehe, machte auf mich solchen Eindruck, dass ich die Hand Ihres Bruders ergriff und ihm vielleicht etwas lebhafter, als ich es hätte tun sollen, sagte, »Nein, wir werden Sie nicht vergessen. Ich werde Sie nicht vergessen, Wladimir Petrovic.« Er merkte nichts und sagte ebenso gleichgültig und freundlich wie vorhin, »Ich danke Ihnen, Miss. Sie sind sehr gütig.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer. Auf einmal machte er auf mich einen etwas bekümmerten Eindruck. An diesem Tage fing es an. »Und jetzt kann ich nicht schweigen, Katja. Ich kann einfach nicht schweigen.« »Es ist gut, Miss, dass Sie mir alles erzählt haben. Nach einem solchen Geständnis fühlt man sich immer erleichtert.« »Es ist zu seltsam. Ich verstand bis dahin nichts von den Kriegsereignissen, von denen ich in der Zeitung las. Ich weiß sehr wenig von Geografie und verwechsel alle Ortsnamen. Doch von jenem Tage an fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich wusste plötzlich ganz genau, wo jedes Nest liegt und was die eine oder die andere Truppenverschiebung bedeutet. Die Zeitungsberichte deutete ich oft in einem für uns zugünstigen Sinne, aber mein Instinkt ließ mich auch darin nicht im Stich. »Sie sind furchtbar überspannt, liebe Miss.« »Gut und lieb, aber überspannt.« »Und doch tun Sie mir etwas leid.« »Warum denn, Katja, warum?« »Glauben Sie, dass Ihr Bruder mich nicht liebt?« »Ich weiß es.« »Deswegen lieb ich ihn aber nicht weniger.« Jekaterina Betroppner runzelte die Stirn und sagte durch die Zähne. »Nein, das könnte ich nicht.« Sie schwieg und richtete ihren Blick in die Ferne der Landstraße, auf der sich noch immer niemand zeigte. Dann sah sie nach der Uhr und sagte sehr ruhig. »Es ist bald sechs.« »Wo mag nur unser Bruder hingekommen sein?« »Ich fürchte nur das eine, dass man sich zu Hause unnütz aufregt.« Die beiden Mädchen blickten so aufmerksam in die gleiche Richtung, dass sie gar nicht merkten, wie sich ihnen aus der entgegengesetzten Richtung ein anderes Auto näherte, das auf der schlechten Straße heftig rüttelte und in der Dämmerung kaum sichtbar war. Erst als es ganz nahe herangekommen war und plötzlich keuchend stehen blieb, wandten sie sich nach ihm um. Im Fenster des Autos erschien ein Frauenkopf und eine behandschuhte Hand, mit der die Dame ihrer kaum hörbaren Stimme durch Gebärden nachhalf. Sie sprach sehr schnell, sodass man nur einzelne französische Worte verstehen konnte. Als die Dame sah, dass die beiden Mädchen nicht zu ihr kamen, stieg sie aus dem Auto und ging selbst, immer noch sprechend, auf sie zu. Sie war klein gewachsen und ihre lebhaften Handbewegungen und ihr hübsches, stark geschminktes Gesicht drückten höchstes Entsetzen aus. »Ist Ihnen etwas zugestoßen?« fragte Jekaterina Betroffner. »Mir? Nein. Was soll ich mir zustoßen? Aber Ihnen, armes Kind, ich sehe, zwei Damen stehen mitten auf der Landstraße, das Auto liegt auf der Seite und lasse einen Dreh halten. Sie warten auf Ihren Chauffeur? Das sind ja schreckliche Menschen, obwohl sie jetzt weniger trinken. Ich hätte den Meinigen schon längst davon gejagt. Er macht aber immer ein so unglückliches, schuldbewusstes Gesicht, dass ich es nicht übers Herz bringe. Ich kann keine schuldbewussten Gesichter sehen. Wie heißt es doch bei eurem Dostoevsky? Alle gegen dich, du gegen alle und niemand hat Schuld. Oh, ihr seid ein junges, noch unverbrauchtes Volk. Glauben Sie nur nicht, dass ich etwas von Dostoevsky gelesen habe. Ich habe keine Zeit dafür. Aber mein Freund gebraucht auf diese Worte, wenn er mich hintergeht. Die Dame hielt plötzlich inne, seufzte auf und fuhr nach einem Augenblick wieder fort. Sie kommen natürlich mit mir. Dem Chauffeur lassen wir hier einen Zettel zurück. Sie werden bei mir einkehren und etwas Warmes trinken. Sie sind ja beide durch und durch nass und halb erfroren. Für eine Viertelstunde müssen Sie zu mir hinauf. Dann bringe ich Sie nach Hause. Ich kann Sie doch nicht in dieser Lage zurücklassen. Je Katharina Betroffner und Miss Brighton protestierten gar nicht, denn die Unbekannte ließ Ihnen keine Zeit. Auch nur ein Wort zu sagen. Sie sprach ununterbrochen und drängte Sie zu Ihrem Auto, als ob Sie Küken in einen Geflügelstall hineintriebe. Nachdem sie die Autotüre zugeschlagen hatte, seufzte sie erleichtert auf, lehnte sich zurück und sagte, »Ich heiße Claudine Pellier. Dieser Name sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber in gewissen Kreisen ist er sehr bekannt, sogar berühmt. Ein jeder macht sich mit dem berühmt, was er eben kann.« Als die Französin den Namen Gambakow hörte, warf sie Je Katharina Betroffner einen raschen, aber durchdringenden Blick zu und fragte, »Haben Sie keine Verwandten im Felde?« »Mein Bruder steht im Felde. Vielleicht kennen Sie ihn.« »Ich glaube nicht, jeder hat ja jetzt jemanden im Felde stehen.« Claudine bestand darauf, dass die beiden Mädchen bei ihr einkehrten. Sie bat sie darum so freundlich und aufrichtig. Ihre Wohnung lag wirklich so wenig von ihrem Wege entfernt. Und Je Katharina Betroffner und Miss Betty waren so erfroren und hungrig, dass alle Umstände die Bitte der mitleidsvollen Französin unterstützten. Höchstens für eine Viertelstunde sagte sie noch einmal. Als sie die beiden jungen Mädchen in einen kleinen Salon hinein geleitete. Dann ging sie hinaus, um sich nach Kaffee und Cognac umzusehen. »Das ist ein amüsantes Abenteuer«, sagte Je Katharina Betroffner leise. »Die ganze Fahrt war überhaupt sehr romantisch. Zuerst ihr Geständnis, dann die Panne und jetzt diese Begegnung.« »Ich hoffe, dass es für heute das letzte Abenteuer ist.« »Was mag wohl diese Dame sein?« fragte die Engländerin nachdenklich. »Ist es denn nicht ganz gleich? Irgendeine Schauspielerin oder Varietésängerin, ich weiß es wirklich nicht. Wir sehen sie höchstwahrscheinlich zum letzten Mal in unserem Leben. In jedem Fall ist sie wohl ein guter Mensch.« »Ich habe nur den einen Wunsch, so bald als möglich nach Hause zu kommen oder wenigstens hinzutelefonieren.« »Miß Bryden ging zum kleinen Schreibtisch, auf dem zwischen allerlei Schachteln und Fotografien ein Telefonapparat stand.« Sie hatte aber noch nicht Zeit, das Hörrohr abzuhängen, als sie sich plötzlich in den nächsten Sessel fallen ließ. »Warum telefonieren Sie nicht, miß?« »Keine Antwort.« Jekaterina Betroffner ging schnell auf die regungslos und blasse Engländerin zu, ergriff ihre Hände und fragte, »Was ist denn geschehen?« »Was haben Sie plötzlich?« Miss Betty zeigte stumm auf eine Fotografie, die einen jungen Mann in Militäruniform darstellte und mit der Aufschrift versehen war. »Den lieben Füßchen, der lieben Klo Klo von ihrem Bova.« »Ist es nicht Volodya?« Jekaterina Betroffner laß die Widmung laut vor. Die aufgewühlten Sinne der Engländerin hatten anscheinend nur auf diese Worte gewartet, um sie ganz zu verlassen. Sie fiel nicht um, da sie in einem recht breiten Sessel saß, aber ihr Kopf sank hilflos zurück, und ihre Hände, die sie ihr ins Herz preßte, glitten wie leblos hinab. »Miß, miß, was haben Sie denn? Das ist zu dumm. Wir wollen ja gleich weiterfahren.« Aus dem Nebenzimmer erklang Claudins Stimme. »Wer will gleich weiterfahren? Was muss ich hören? Sie werden zuerst Kaffee trinken.« »Was hat denn Ihre Freundin? Ist ihr nicht wohl?« rief sie aus, als sie in den Salon trat. Sie knöpfte schnell dem jungen Mädchen die Taille auf und benetzte ihre Schläfen mit Ottokolonch, das zufällig in der Nähe stand. »Sie kommt gleich wieder zur Besinnung. Sie ist nur müde. Zuerst die ungeheure Anspannung der Nerven und dann die ebenso plötzliche Entspannung. »Fürchten Sie nicht, mein Kind, das kommt öfters vor. Ihre Freundin ist doch unverheiratet. Ich meine, sie ist noch Mädchen.« »Ja,« »die Arme«, sagte die Französin, und küßte die Bewusstlose auf die Stirn. »Woher haben Sie das Bild meines Bruders?« »Woher ich dieses Bild habe? Woher ich alle anderen Bilder habe? Ich kenne ihn gut, ich kann es Ihnen nicht genau erklären.« »Ich verstehe Sie,« unterbrach sie Jekaterina Betroffner und verstummte. »Sie können natürlich meine Worte so auffassen, wie Sie meine Bemerkung eben aufgefasst haben, aber ich habe ihn von Herzen lieb. Es ist eine echte Liebe und kein gewöhnliches Verhältnis. Ich liebe ihn, weil er so hübsch und lustig ist und weil er ein Held ist. Ich weiß, es ist eine Herzensaffäre, ohne die eine Frau nicht leben kann. Vielleicht hätte ich Ihnen gar nichts sagen sollen. Verzeihen Sie, das kam ganz von selbst.« Claudine wurde sogar rot vor Aufregung. Sie behielt das Bild in der Hand, mit der sie im Sprechen lebhaft gestikulierte. Jekaterina Betroffner drückte der Französin plötzlich die Hand und sagte, »Ich bin in solchen Dingen natürlich unerfahren, aber ich verstehe Sie, ich danke Ihnen.« Die Französin freute sich wie ein Kind, dem man eine Unart verziehen hat. Sie wurde lustig, faßte Jekaterina Betroffner um die Taille und sagte im freundschaftlichen Tone, »Nicht wahr, wem kann das schaden?« »Und wenn es Ihrem Bruder einmal einfällt, zu heiraten, werde ich denn einen Skandal machen? Um nichts in der Welt.« »Natürlich, wenn irgendeine Kollegin von mir mit ihm kokettierte, so würde ich Sie mit meinem Sonnenschirm verprügeln oder ihr die Haare ausraufen.« Doch in diesem Falle, Geschäft bleibt eben Geschäft und Liebe ist wieder etwas für sich, nicht wahr? Jekaterina Betroffner lächelte, hatte aber nicht Zeit, etwas zu sagen, damit es Bryden in diesem Augenblick zur Besinnung kam. Sie hatte vielleicht einen Teil des Gesprächs gehört oder es war ihr, während ihrer Ohnmacht klar geworden, warum sich das Bild Gambakows in diesem Hause befand. Jedenfalls ergriff sie die Französin bei der Hand und sagte leise, »Sie sind so glücklich, Mademoiselle.« Diese warf Jekaterina Betroffner einen fragenden Blick zu. »Ja, ja«, fuhr das Mädchen kaum hörbar fort. Claudine runzelte die Stirn und war im Begriff, ihre Hand den schmalen Fingern der Engländerin zu entreißen. Fräulein Gambakow, die diese stumme Szene beobachtet hatte, trat freundschaftlich dazwischen. »Sie soll nicht eifersüchtig sein, Mademoiselle Claudine. Die Liebe der Miss Bryden ist für sie ungefährlich. Wollen wir doch lieber zu dritt warten, dass Volodya heil und gesund zurückkehrt. Eine jede von uns liebt ihn auf ihre Weise.« Die Französin nahm Jekaterina Betroffner auf die Seite und fragte mit leiser Stimme, »Hat diese Engländerin vielleicht irgendwelche Rechte auf Volodya?« »Das kommt doch vor. Sie wohnen ja bei Ihnen im Hause.« »Nein, nein. Ich versichere Sie, sie hat noch niemals von Ihrer Liebe.« »So ist das ganze Unsinn, pure Einbildung?« »Ja.« »Wie komisch. Vergessen Sie nicht, dass sie Engländerin ist.« »Sie haben recht. Wenn ein vernünftiger Mensch Stimmheiten macht oder für etwas schwärmt, so macht er es gründlich und gewissenhaft.« Claudine hatte ihre heitere Laune wieder gewonnen und nötigte die beiden, Kaffee zu trinken. »Es war aber schon zu spät. Sie nahmen voneinander Abschied wie Freundinnen. Miss Bryden fasste sich ein Herz und sagt ganz unerwartet.« »Verzeihen Sie, Mademoiselle, gestatten Sie, dass ich Sie einmal besuche. Sie werden mir irgendetwas von Wladimir Petrovic erzählen.« »Gewiss, gewiss, ich kann Ihnen nette Sachen von ihm erzählen.« rief Claudine lachend aus. Je Katharina Petrovna unterbrach sie. »Erzählen Sie nicht zu viel, Claudine. Vergessen Sie nicht, dass Sie eine englische Miss vor sich haben.« »Nein«, sagte die Engländerin, »sie kann von ihm alles erzählen, auch die netten Sachen. Das macht nichts.« »Meine Liebe, wir sprechen hier so, Volodya kommt aber eines Tages zurück und heiratet irgendeine Dame aus unseren Kreisen, die er liebt.« Claudine und Miss Bryden sahen sie erstaunt an. »Nun ja«, sagte Claudine, »was soll man machen? Jeder Mann wird mit der Zeit zu Lied.« »Der Mensch kann sich aber auch an alles gewöhnen. Ich werde nicht daran sterben. Nein, dazu bin ich viel zu lebenslustig.« »Und ich«, bemerkte Miss Bryden, »und ich?« »Ich werde mich natürlich nicht mehr verändern. Ich habe ja gar keine Rechte auf ihn. Ich habe ihn einfach lieb.« Ende von Eine Panne Ein Meister in seinem Fach Von Michael Alexeyevich Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Meine Bekannten hatten im letzten Sommer zwei Dienstmädchen, die beide Polja hießen. Die eine hieß eigentlich mit dem richtigen Namen Belagea und die andere Pabla, aber man nannte sie alle beide abgekürzt Polja, und zwar zur besseren Unterscheidung, die eine Zimmer Polja und die andere Küchen Polja. Die Familie war vernünftig genug, um auf die weiblichen Dienstboten nicht den moralischen Maßstab anzuwenden, dem auch die Herrschaften selbst gar nicht entsprechen konnten. Darum wurde von den Mädchen nichts mehr verlangt, als dass sie ihre Arbeit anständig verrichteten und ein sympathisches Wesen zeigten. In Bezug auf Ausgänge und Herzensaffären genossen sie vollkommene Freiheit, von der aber eine jede auf ihre Art Gebrauch machte. Pavla oder die Küchen Polja hatte kein Verständnis für ruhige Gefühle, und wenn die Liebe nicht von Eifersucht, Verrat, Schlägen und der Gefahr, mit Vitriol begossen zu werden, begleitet war, so hielt sie sie nur für eine uninteressante Intrige. Die weniger romantisch gestimmte Zimmerpolja machte ganz einfach die Bekanntschaft eines Meisters aus einer nahen Friseurstube und war bereits gegen Ende des Sommers mit ihm verlobt. Wir alle sahen öfters ihren Bräutigam, nicht nur, wenn wir uns von ihm rasieren ließen, sondern auch, wenn er in seinem neuen Anzug mit Handschuhen und Spazierstock in der Hand die Zimmerpolja spazieren führte. Er hieß Denis Petrovic Kotov, nannte sich er aber in Folge der an seinem Berufe begründeten Vorliebe für alles Elegante und Gewählte, nicht anders als Monsieur Dionys, worüber wir immer lachen mussten. Weil uns dieser Name an den bekannten Roman Zorn des Dionysus erinnerte. Dionysus war ein schwächlicher junger Mann, blond und mit etwas schielenden Augen, was ihn aber gar nicht hinderte, sehr sorgfältig zu rasieren. Wobei er nicht das französische System anwandte, dessen Hauptwitz darin liegt, dass man mit einem einzigen Hieb des Rasiermessers eine ganze Backe auf einmal abrasiert. Es ist kein besonders angenehmes System, sondern das russische System, welches darin besteht, dass man jedes Fleckchen der Haut für sich leicht und sorgfältig abschafft und die ganze Arbeit als eine Art unendlich feine, augentötende Handarbeit betreibt. Er war sehr sanft und empfindsam und gebrauchte im Gespräch gerne gewählte Ausdrücke. Die Zimmerpolya hätte einen besseren Gatten gar nicht finden können, umso mehr als Dionysus trotz seiner Vorliebe für elegante Kleidung eine gewisse Summe zusammengespart hatte, mit der er in nächster Zeit ein eigenes Geschäft zu gründen beabsichtigte. Die Zimmerpolya teilt uns das alles so treuherzig und freudestrahlend mit, dass es uns ein Vergnügen war, die Entwicklung dieser empfindsamen und idyllischen Geschichte zu verfolgen. »Polya, Sie sollten doch Ihren Deniz Petrovic aufs Land schicken, damit er eine Kumis-Kur durchmacht. Er sieht gar zu kränklich aus. Finden Sie, nein, er ist vollkommen gesund. Er sieht nur so schmächtig und unansehnlich aus. Aber er ist gesund. Ich bin ja auch kein Riesin. Mir genügt er.« Wir nahmen wohl mit Recht an, dass die verliebte Polya einfach Angst hatte, ihren Verlobten für die Dauer der Kur aus den Augen zu lassen, und dass sie vom Wunsche beseelt war, sobald als möglich ein glückliches Hauswesen mit ihrem skileugigen Monceux Dionysus zu gründen. Da aber brach der Krieg aus. Und eines Tages hörten wir, dass der Friseur sich als Freiwilliger gemeldet hatte. Polya teilte uns dies mit demselben zufriedenen Gesicht mit, mit dem sie uns vorher von ihrer bevorstehenden Hochzeit erzählt hatte. Diese Gleichgültigkeit war um so erstaunlicher, als das Mädchen sonst von einer übertriebenen Empfindsamkeit war. Sie hatte sich aber schon im Voraus in die Rolle der tapferen und lustigen Helferin ihres zukünftigen Gatten eingelebt, der Gattin, mit der sich der Mann auf Schritt, und Ritt berät, die ihn für gewissenhaft und rechtschaffen hält, und die seine Entschlüsse immer unterstützt, auch wenn sie ihrem unverständlichen Herzen noch so viel Kummer bereiteten. Auch diesmal konnte man aus ihren Worten die geschraubten Redewendungen ihres Dionys heraushören, die sie vielleicht nicht ganz verstanden, aber jedenfalls mit Liebe hingenommen hatte. Wie kann Denise Petrovic zurückbleiben, wo alle halbe Kinder und solide Männer hinausziehen? Man wollte ihn anfangs auch gar nicht nehmen, denn er ist gar zu schmächtig und schielt ein wenig. Aber er setzte es doch durch. Bedenken Sie nur, es ist eine Zeit, wie wir sie vielleicht nie wieder erleben. Es ist ja gewiss eine schwere Prüfung, aber man muss auch Gott danken, dass es uns vergönnt ist, diese Zeiten zu erleben, und dass wir sagen dürfen, auch wir waren dabei. »Und Sie wollen ganz allein zurückbleiben, Polja?« Das Mädchen schien ganz erstaunt, dass man von ihr überhaupt sprach. »Ich, mein Gott, was tun denn die anderen? Bin ich denn irgendwie besonders?« »Natürlich heiraten wir, bevor Denise Petrovic ins Feld kommt. Gleich nach Maria Himmelfort wollen wir heiraten, damit es fester hält.« »Und dann werde ich warten. Der Krieg wird doch nicht ewig dauern. Wir wollen sogar das Geschäftslokal schon jetzt mieten.« Polja war also wieder die Zimmerpolja. Das heißt, sie kehrte zu meinem Bekannten zurück. Dionys ließ sich mit ihr tatsächlich trauen und zog mit seinem Regiment hinaus. Seine Frau band sich aber wieder die Schürze vor und nahm den Staubwedel in die Hand. Als wir alle von der Sommerfrische in die Stadt zurückgekehrt waren, kam ich mit meinen Bekannten selten zusammen und verlor daher den tapferen Dionys und seine zärtliche Freundin aus dem Gesicht. Endlich ging ich aber doch einmal hin. Es fiel mir gleich auf, dass das Zimmermädchen sehr schlecht aussah. Ich schrieb es aber der ungenügenden Beleuchtung im Vorzimmer zu. Etwas später fragte ich die Hausfrau. »Was hat eigentlich Ihre Zimmerpolja? Ist mit ihr etwas passiert? Da sieht man, dass Sie bei uns seit einer Ewigkeit nicht mehr gewesen sind. Sie wissen nichts von den wichtigsten Ereignissen? Der arme Dionys hat ja beide Beine verloren. Was Sie sagen? Der arme Dionys? Die arme Polja? Wo ist er nun jetzt? Denken Sie sich nur noch immer draußen? An der Front? Ja. Wie ist es nur möglich? Ohne Beine? Natürlich ist er dort nicht mehr Soldat. Ich will Ihnen übrigens seinen Brief zeigen. Die Frau ging für einen Augenblick hinaus und kam mit einem Briefbogen in der Hand zurück, den sie mir einhändigte. Im ersten Augenblick dachte ich nicht daran, dass der Frisur beide Beine und nicht beide Arme verloren hatte, und war daher über die vollendet kaligrafische Handschrift erstaunt. Die Handschrift war wirklich ganz hervorragend schön, ebenso auch der Ton des Briefes, welcher zeigte, dass Denis Kotov trotz seiner modernen Kleidung und seines komischen Namens doch ein echter Russe war, ein würdevoller und solider Mensch, der einen Brief nicht als ein flüchtiges Lebenszeichen betracht, sondern als ein historisches Sendschreiben. Als ob nichts Besonderes los wäre. Die Verpflegung ist nicht schlecht, und wir leiden auch soweit keinen Mangel. Was braucht doch der Mensch? Die Gegend ist jetzt überall die gleiche, aber in Friedenszeiten ist es hier sicher sehr schön, besonders, wenn man draußen auf dem Lande wohnt. Den Tabaksbeutel, den Sie mir genäht haben, habe ich noch auf der Reise verloren. Ferner teile ich Ihnen, Belagea Milovna, mit, dass mir am 17. diesen Monats etwas Unangenehmes passiert ist. Durch eine Granate wurde mir das linke Bein weggerissen. Und als man mich im Lazarett untersuchte, so stellte es sich heraus, dass man auch das andere amputieren musste. Das habe ich alles glücklich überstanden, und ich wollte Ihnen bisher nichts davon schreiben, um Sie nicht unnötigerweise zu beunruhigen, ehe sich das endgültige Ergebnis meiner Lage zeigte. Nun ist alles nach bestem Wunsch erledigt, und ich kann Ihnen sagen, dass ich mich entschlossen habe, an die Front zurückzukehren. Natürlich nicht mehr als gemeiner in den Schützengraben, sondern in die Etappe, da ich ein Meister in meinem Fache bin und an solchen Leuten ein Mangel herrscht. Ein jeder dient, wie er kann. Man wollte mir mein Bein zeigen, ich wollte es aber nicht sehen. Ich muss Ihnen gestehen, teuerste Belagea Milovna, dass mir Tränen in die Augen traten, als ich diesen Vorschlag hörte. Das war natürlich gleich nach der Operation, und ich war sehr schwach. Sonst würde ich mir daraus nichts machen. Die Ärzte sagt mir das, nicht um über mich zu lachen, sondern weil sich die anderen oft für die Glieder interessieren, die man Ihnen amputiert hat. Ich hoffe, dass Sie jetzt, nachdem Sie erfahren haben, dass ich am Leben und beim besten Wohlergehen bin und wieder in meinem Fache arbeite, sich nicht umsonst grämen, sondern gemeinsam mit mir, dem allbarmherzigen Herrn und Heiland danken werden. Dann folgten die obligaten Grüße. Zum Schluss hielt es der Briefschreiber doch nicht aus und unterzeichnete seine Epistel mit, der Ihnen wohlbekannte, Monceau Dionys. Die Hausfrau hatte gewartet, bis ich mit der Lektüre fertig war und sagte, »Diese Gefühllosigkeit ist doch wirklich erstaunlich. Er machte immer den Eindruck eines durchaus intelligenten Menschen. Nun kommt aber doch der Bauer zum Vorschein.« Mir scheint, Sie missbilligen seine Geistesgegenwart. »Nein, ich staune nur.« »Nun, und wie nahm Polja diese Nachricht auf?« Die Dame zuckte die Achseln, errötete und sagte mit unzufriedener Stimme, »Sie hat mich förmlich totgeschlagen.« Das hatte ich von ihr wirklich nicht erwartet. Ich war natürlich begierig zu hören, wodurch ein so gutmütiges Geschöpf wie die Polja meine Bekannte hatte so erbitternd und selbst tot schlagen können. Erlauben Sie einmal, anfangs weint sie natürlich und reibt sich die Augen. Doch am gleichen Abend kommt sie zu mir und fragt mich, »was meine Sie, gnädige Frau, da Denise Petrovic schätzt, ohne Beine ist, wird er doch irgendwelche besondere kurze Hosen tragen müssen.« Ihm sind aber noch drei Paar ganz neue, lange Hosen geblieben. Was soll ich mit diesen Hosen tun? Verkaufen? Vor Empörung verlor ich sogar die Sprache, aber nachher schrie ich sie so an, dass sie zu weinen anfingen. Dann schlossen wir wieder Frieden. Nein, denken Sie sich nur diese Gefühlsruheit. Der Mann hat beide Beine verloren, und sie sitzt da und zerbricht sich den Kopf, was sie mit seinen Beinkleidern anfangen soll. Auf den ersten Blick mag das ja wirklich ungeheuerlich und komisch erscheinen. Aber wissen Sie, wie ich darüber denke? Ich glaube, dass ihr Mann trotz seines Berufes und trotz seiner gewählten Ausdrucksweise, trotzdem er, Monseud Dionys heißt, bunte Schlips trägt und in sein Poesiealbum Verse schreibt, dass er trotz alledem als ein Meister in seinem Fach den Hausfraueninstinkt Poljas, der in ihren Worten zum Durchprogramm zu würdigen müssen wird. Eine andere würde tagelang weinen, sich dann von ihrem verstümmelten Manne lossagen und ihr Schicksal beklagen. Diese überlegt sich aber gleich, wie sie unter den gegebenen Umständen leben soll. Sie denkt gleich an die Wirtschaft, ihre Worte zeugen nicht von Erbitterung, nicht von Aufruhr gegen das Schicksal oder Verzweiflung, sondern von treuer Liebe und Wirtschaftlichkeit. Sie ist eine gute Hausfrau und eine verlässliche Stütze ihres Mannes. Und das ist nach meiner Ansicht gar nicht zu unterschätzen. Ich weiß wirklich nicht, sie müssen doch immer etwas Originelles sagen. Ich glaube aber, dass ich mich kaum origineller gebärdete als Poljas selbst, die in diesem Augenblick den Tee herumreichte. Sicher, freundlich und still. Wie eine echte Meisterin in ihrem Fach. Ende von Ein Meister in seinem Fach Ende von Die Grünen Nachtigall und andere Novellen von Michael Alexejewitsch Kusmin Übersetzt von Alexander Eliasberg Und er hat sich nicht mehr auf den Weg aus dem Weg zu ihm. Untertitelung des ZDF, 2020